Der komplexeste City Builder. Ich bleib dabei, heute geht es ans Eingemachte. Heute geht es darum, wie verdiene ich Geld in Workers and Resources. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie man sich das Ganze vorstellt. Denn man muss erstmal überhaupt eine Ressource finden, die einen denn auch genug Geld bringt. Ich meine, wie jeder von uns kann anfangen, jetzt hier noch Holzindustrie aufzubauen, denn Bäume haben wir hier noch überall rumstehen. Aber wenn wir diese an die Grenze rantransportieren, dann heißt das nicht unbedingt, dass das lukrativ ist. Wenn wir nämlich hier mal schauen, dann sehen wir recht schnell, wie viel Geld wir dafür bekommen, wenn wir dort die Waren abliefern. Und für Holz beispielsweise bekommen wir gerade mal 8,7 die Tonne. Wenn wir allerdings bei Öl schauen oder bei anderen Substanzen wie Treibstoff, dann haben wir dort deutlich mehr raus. Das heißt, wir müssen uns hierfür nicht nur ausrechnen, wie viel wir da rausbekommen, sondern auch, wie viel wir in die Logistik investieren, in die Infrastruktur investieren. Und daraus muss sich dann hinterher erstmal etwas Positives ergeben. Außerdem müssen wir aufpassen, dass wenn wir zu viel Öl auf einmal fördern, nicht die Amerikaner kommen und sagen, hier ist etwas Demokratie für euren Sozialismus. Die Workers and Resources, wir sind im 1.0 Release gefangen. Ich freue mich sehr darüber, mit euch gemeinsam hier weiterhin meinen Spaß zu haben. Es ist ein tolles Spiel, ich mag es sehr gerne und genug drumherum gelabert. Wir können jetzt hier eigentlich reinspringen und loslegen. Was haben wir bislang gemacht bei uns? Wir haben jetzt so zwei Streams, glaube ich, in diesem Spiel hinter uns, im 1.0 Release hinter uns. Und hier sehen wir beispielsweise, dass wir von hier oben aus die Förderung der Kohle-Mine mittlerweile ein bisschen erhöht haben, indem wir hier einen Zug nach oben fahren lassen. Und dieser Zug immer wieder dann die Leute hier hinbringt. Und dann haben wir noch eine Buslinie, die die Leute hier hinbringt. Und, 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 und. Gleichzeitig ist es aber auch so... Das ist nicht eingefroren, die fördern nur gerade nichts, ne? Nee, die fördern gerade nichts. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass dann hier runter unsere Kohle gefördert wird. Hier unten haben wir noch ein kleines Problem, da müssen wir noch mal mehr Leute reinbekommen. Das wird dann in unser Kohlelager reingepackt und dann von dort aus im Kohlekraftwerk und im Heizwerk beides verarbeitet. Dadurch können wir dann unsere Universität momentan laufen lassen. Dort wird mit Hochtouren geforscht. Geologie, 15% Geologie brauchen wir, damit wir Öl ausfindig machen können. Und sobald wir nämlich dann Öl bei uns haben, können wir anfangen, dieses Öl irgendwo abzubauen und dann auch zu fördern. Es ist natürlich schon relativ praktisch, wenn wir jetzt versuchen würden, irgendwie darüber nochmal eine Bahnstrecke zu bauen. Dann könnten wir wenigstens als erstes schon mal eine Holzindustrie hier aufbauen. Ich würde tatsächlich gerne eine Holzindustrie aufbauen. Einfach damit wir... Wo haben wir es? Einfach damit wir ein bisschen Geld rauskriegen werden. Die Frage ist halt nur, wie bekommen wir das mit unseren Zügen dort rübergekarrt. Weil das hier ist halt... Ey, das ist Sibirien. Eine der neuen Karten vom DLC. Eine der neuen Karten vom Workers and Resources DLC von den Biomen. Was ihr davon haltet, ist euch überlassen. Ich finde die tatsächlich sehr cool. Ich habe aber auch Kritik dagegen gehört. Falls ihr selber Interesse daran habt, bei Gemsplank gibt es momentan einen Rabattcode. Hammer und Ranger. Und mit dem Hammer Ranger bekommt ihr nämlich das Spiel für 38% das Hauptspiel. 38% Rabatt. Und das Biome DLC für 14% Rabatt. Finde ich sehr cool. Das ist der Unterschied bei Ranger. Ein Ranger schläft nie. Ein Ranger wird nie müde. Ranger ist immer von der anderen am Stream. Ein Ranger streamt schweißfrei. Ja, der gerät. Der gerät. Der Ranger gerät. Kosti, einen wunderschönen guten Tag. DJ Merlin, hallo. Schon mal Semi-Tourismus gedacht. Tourismus bei uns? Ich weiß nicht, womit wir die anlocken wollen. Ich weiß nicht, womit wir die anlocken wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist Sibirien. Also wir haben hier die Karte Sibirien. Es gibt noch eine chinesische Dschungelkarte und es gibt noch etwas, das erinnert so ein bisschen an Bagdad oder Afghanistan, also eine Wüstenkarte im orientalischen Bereich. Hier müssten wir auf jeden Fall einen Anschluss herstellen, dass wir dann von hier aus, wie könnte man das denn am besten machen? Wir könnten uns hier außen rum. Tom, danke schön für deinen Sub. Sehr, sehr lieb. Vielen lieben Dank. Eis. Wir könnten Eis vielleicht exportieren. Ja, das würde vielleicht noch gehen. Und dann wäre es am besten, wenn wir hier einen Tunnel durchbuddeln würden und mit diesem Tunnel dann auf der anderen Seite ankommen und dann könnten wir den sogar hier anschließen. Also das würde gehen, theoretisch. Was meinte ich, wie teuer so ein Tunnel wäre, wenn wir den von hier wieder nach da drüben bauen? Hier und dort und überall. Wenn wir jetzt hier einen Tunnel bauen. Ähm, Eisenbahntunnel. Boah, nee, der killt unsere gesamte Wirtschaft. Der kostet so viel, wie wir noch auf dem, auf dem, auf dem Konto haben. Lonely Raptor, moin. Spielt ihr realistisch? Wir spielen alles auf realistisch, außer die Bau, ähm, außer die Bau, äh, Baustruktur, ja? Außerdem spielen wir auf realistisch. Die Community. So. Ähm, also wir müssen aber, also wir können es ja nicht anders. Wir müssen ja hier eine Verbindung herstellen. Oder ist es günstiger, hier drüber zu gehen mit dem Zug? Wenn wir jetzt allerdings mal darüber denken, äh, daran denken, wie viel es, äh, gekostet hat, das hier zu begradigen, ähm, ein Hafen oder Tunnel. Können wir mit dem Hafen arbeiten? Geht das? Hier sind überall Brücken. Wir kommen doch nicht an den Brücken vorbei. Ich hab noch nie Seehandel betrieben. Wie geht das mit dem Seehandel? Au, dankeschön für deinen Sub, sehr, sehr lieb. Wie geht das mit dem Seehandel? Ich hab noch nie Seehandel gemacht in diesem Spiel. Doch nie. Schiffsanleger mittel, Schiffsanleger klein. Und dann könnte man von dort aus dann versuchen... Hm. Ach, das war deine Frage, ob das geht. Ich hab kein Fragezeichen gesehen. Müsste eigentlich. Aber ich weiß halt nicht, wie das mit dem Seehandel funktioniert. Das ist, glaub ich, das größte Problem momentan. Weil ich, äh, egal, in den, in den Stunden, die ich World Castle Resources so lange gespielt habe, noch nicht ein einziges Mal Seehandel betrieben habe. Oder ich, äh, schweige denn Schiffe. Ich hab noch nicht mal Schiffe gebaut bislang in, äh, in Workers and Resources. Naja, vielleicht kann ja jemand von euch was dazu sagen. Vielleicht hat jemand von euch dazu eine Idee und weiß dazu vielleicht ein bisschen mehr. Ja, wir haben ja hier für Fracht, kleinen Frachthafen, Hafen für Flüssigkeiten, Hafen für Schuttgut, Hafen für Container und Fahrzeuge. Und dann haben wir den Schiffsanleger. Den Schiffsanleger, den würden wir dann hier hinbauen. Ähm, damit dann die Leute hinterher hier, hier, äh, ne, wir brauchen den Frachthafen allerdings. So, Baby ist ein wunderschönen guten Tag. Mein Tunnel oder LKW muss ja total teuer sein wegen den ganzen Bergen. Ja eben, vielleicht mit Hubschrauber. Schiffe bauen immer gut, viel Geld. Aber funktioniert das oder, also wie brauchen, wie, 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 wie ist es denn dann? Wie kriegen wir das dann hin? Einen Flughafen bauen ist natürlich, das ist natürlich was anderes. Einen Hubschrauber-Landeplatz, den könnten wir natürlich auch irgendwo hinsetzen. Ähm, und dann versuchen den als Cargo-Fläche zu nehmen. Hier als Frachthubschrauber-Landeplatz zum Beispiel, dass wir den irgendwo hinbauen. Aber der alleine kostet dann auch wieder mal, der wird wahrscheinlich auch noch ein paar, ein paar Moneten kosten. Müsste man mal schauen, wie teuer das dann hinterher wird. Ja. Vielleicht mit Hubschrauber. Wie lange hast du gebraucht, das Game zu kapieren? Boah. 30 Stunden. 40 Stunden. Chris, the only one. Okay, also, also bei euch weiß, weiß es auch gerade keiner. Mhh. Gut. Das heißt, ich bleib dann erstmal bei meiner, bei meiner Devise. Äh, ich bleib dann erstmal bei meiner Devise. Wir bauen uns trotzdem jetzt hier schon mal etwas für Holzfäller hin. Und zwar in Holzfäller-Posten. Und dann können wir dort hinterher immer noch Bretter herstellen. Wir gucken mal gerade ganz kurz, wie viel bekommen wir denn für Bretter momentan da raus. Wenn wir jetzt mal bei den Ressourcen aktuelle Preise gucken. Bei Brettern, da haben wir, äh, verkaufen für 12. Und Holz ist, äh, für 8,42. Hat der Ranger nicht gesagt, Tutorials spielen ist gut? Ja, aber das Tutorial, das ich das gespielt habe, ist, äh, lange her. Lange her. Oder einfach per Straße. Das lohnt sich nicht. Wenn wir per Straße anfangen, äh, die, die LKWs hier hinfahren zu lassen, dann wird das Ewigkeiten dauern, weil die nämlich hier Umwege fahren müssen. Und dann werden wir Minus machen, weil die, weil die LKWs zu teuer sind, bevor die ihr eigenes Geld reinfahren. Und mehr Sprit verbrauchen durch die Strecke, als sie dann hinterher einnehmen können. Am besten wäre es wirklich, wenn wir hier drüben so ein bisschen die Holzindustrie auf jeden Fall erstmal fördern. Das heißt, wir setzen uns die jetzt mal hier hin, die Holzindustrie. So. Das werden wir jetzt mit Dollarn bauen. Das kostet ja auch nur 5.000 Dollar. Mann, so ist grüß dich. Das heißt, ich setze die jetzt hier hin. Ich hoffe, da haben wir jetzt alles bei, was da irgendwie rein muss. Ähm. Oder warte mal, wo ist das Sägewerk? Das Sägewerk können wir dann hinterher hier hin packen. Das heißt, ich packe mir jetzt erstmal das Sägewerk hier hin. So. Dann werde ich dann einmal die Holzfläche nochmal nehmen. Die werde ich dann hier dran setzen. Auch so, dass sie direkt miteinander verbunden sind. Okay. Und dann brauchen wir einmal die beiden Straßen von hier aus. Dass wir die hoffentlich hier dran bekommen. Natürlich ist das Gelände zu steil. Welse doch, grüß dich. Was wir verkaufen möchten? Was wir verkaufen möchten, ist erstmal gar nicht das Relevante. Die Frage ist eher, wie der Schiffshandel im Moment funktioniert. Ob wir da irgendwo was verbessern können für den. So. Das machen wir jetzt mit unserer eigenen Industrie erstmal. Glauben Sie, wunderschönen guten Morgen an dich. Hallo. Grüße. Dass wir den dann... Schiffshandel lohnt sich gut. Und wie funktioniert der? Ich baue dann einfach nur den Weg. Und wenn ich den Weg gebaut habe... Wir können auch nur... Also insgesamt, meiner Meinung nach, können wir nur über das Schiff hier auf jeden Fall rausgehen. Das heißt, ich baue jetzt hier... Wir bereiten jetzt den Schiffshandel vor. Ja, das ist ja auch mal was Interessantes. Ich meine, den Schiffshandel, den sieht man ja eh nicht so häufig. Also von dem her, das wird eine spaßige Situation werden. Muss man eben kurz näher rangehen. Moment mal. Jetzt müssen wir das aber auch nochmal glätten. Mann, ey, jetzt ist das hier auch noch alles auf... Wie tief ist denn das hier alles? Okay, wir gehen also jetzt einmal... Hier nach vorne. Dahin. Nicht so tief, Lüdiger. Nicht so tief. Und wir gehen... Also, wir werden hier unseren Hafenanleger hinbauen. Das Schöne ist, dass wir dafür immerhin schon mal kein Geld mehr bezahlen müssen. Ja? Das ist ja schon mal das Beste. Wenn wir keine Fläche haben, dann machen wir uns einfach Fläche. Haben wir schon die notwendigen Ressourcen? Welche notwendigen Ressourcen meinst du? Zum Verkaufen oder ähnliches? Also, die notwendigen Ressourcen, die holen wir uns jetzt gleich. Wir werden jetzt gleich erstmal ein ganz einfaches Ding hier hinbauen. Einen ganz einfachen Schiffshandel. Der hoffentlich auch nicht allzu teuer für uns werden wird. So, und jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir müssen das Gelände hier nochmal glätten. No? Dann müssen wir hier einmal einen Durchschnitt erhaschen. Nee, Gelände glätten. Aus der Mitte heraus nehmen wir uns jetzt mal was. So. Dann können wir nämlich hier ein bisschen flacher reingehen. Fiese Schlange, guten Morgen. Und Trollinchen, wunderschönen guten Morgen auch an dich. Hallo. Santa, grüß dich. Santa Maria. In Silvius Träumen geboren. Naja. Ähm, nun. Wir wollen das dann hier glätten? Glätte mir die Haare. Uhuhu. Öl fördern und Öltanker schicken. Ja, das geht aber nicht. Wir wissen noch gar nicht, wo Öl ist, Leute. Oh. Wir wissen noch gar nicht, wo Öl ist. Äh, wir werden noch einmal kurz von hier oben aus dann jetzt ein bisschen weiter rausgehen. Ist das Terraforming nun auch umsonst? Das Spiel ist ja richtig unrealistisch geworden. Hä? Don't know if you're trolling, punk ass. Du warst doch dabei. Benutzt Kappa, wenn du mich trollen willst. So. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal raus. Dann schicken wir den Gronkh als Geologen los. Das könnten wir natürlich machen. So. Dann gehen wir hier hin und hier hin. Hat der da oben? Doch, hat der. Dumm da da dumm da da dumm da da dumm da da dumm da da. Warte, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Santa Maria. So, dann holen wir uns jetzt mal hier von welcher. Mr. Lotus. Lotus Blume hat ich... Da kriegen wir jetzt auch nochmal ein paar Fahrzeuge heraus. Nämlich jene, mit denen wir dann anfangen können, hier abzubauen. Und da nehmen wir uns vielleicht zwei Stück von denen. Aber ein bisschen schöner. So blau. Ein freundliches Bau. Aber weiter zum Fällen von Bäumen erforderlich. Ich hoffe, dass die dann jetzt gleich hier hinkommen. Fluffy, moin. Okay. Und dann haben wir die jetzt schon mal hier hingebracht. Anayu, einen wunderschönen guten Tag. Dann müssen wir jetzt einmal bei den Schiffen gucken. Also. Hafen für... Ne, was brauchen wir? Für Flüssiggüter. Frachthafen klein. Hafen für Schüttgutbeladung. Ein Frachthafen mittel. Alter, ist der teuer. Das sieht ja richtig entspannt aus. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo du Bahnstrecken gebaut hast. Dagegen ist ja gerade Urlaub, oder? Ja, die Bahnstrecke ist hier oben. Ja, die Serpentinen, die hier nach oben führen. Da müssen wir nochmal irgendwie Bäume oder so hinpflanzen. Damit das... Damit das vielleicht ein bisschen untergeht da drin. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach mal. Im dichten Fichtendickicht. So, und dann haben wir nochmal hier die Tuja. Die nehmen wir auch nochmal mit dazu. Können wir dann hier rüberpacken. So, okay. Tibull, moin. Wunderschönen guten Morgen an euch. So, äh... Wird heute endlich wieder die Bergbahn erweitert? So zur Entspannung? Nein! Wir werden jetzt keine Bergbahn erweitern. Wir werden heute den Ranger ein wunderschönes Leben leben lassen. Nämlich im Frachthafen-Terminal. Der braucht nur Strom. Okay, wir können den also zum Beispiel hierhin packen. Frachthafen. Und setzen den hierhin. So, unser erster Hafen. Der braucht aber viel Zug. Tatsächlich geht das. Geht das? Also der verliert nur 3 kmh beim Hochfahren. Wo ist Staudamm? Mh. Die... Also was das Schwierige an dieser Karte ist... Ne? Es geht tatsächlich. Aber das Schwierige an dieser Karte ist ganz klar... Ähm... Die... Ähm... Die... Äh... Die... Die Höhenunterschiede. Die Höhenunterschiede machen das hier richtig kompliziert. Das ist das größte Problem. Wir werden Ranger ein wunderschönes Leben lassen. Ranger kennt aber den Chat schon, oder? Ich... Ja. Ich hab gehört. Ihr wollt das so, ne? Wenn man ein Ohrwurm loswerden will, muss man nur ganz oft dreimal hinterlassen. Reicht in der Regel. Ja, ja, ja. Coco Jumbo. Ich hoffe, es funktioniert für dich. Aha. Mann. Momeda, ey. Dieses Gebäude hat keine Verbindung zu Lagerhäusern oder Fabriken. Also es muss eine Verbindung zu Lagerhäusern haben? Wo kriegen wir denn Schiff her? Die Tutorials, die ich damals noch gespielt habe, die waren noch... Das war noch eine andere Art von Tutorial. Mann, so ist immer... Ich hab das fast übersehen. Ich hoffe, du verzeihst es mir. Du weißt, manchmal bin ich im Tunnel. Vielen lieben Dank für deinen Sub im zweiten Jahr mittlerweile. Vielen lieben Dank für deinen Sub im 24. Monat, Mann. So ist... Ich hoffe, du siehst es mir nach. Entschuldigung, bitte. Aber vielen lieben Dank dafür. Militär. Auch mit deinem Militärarfen. Egon, wunderschönen guten Morgen. Hallo. Das heißt, wir müssen echt eine Werft bauen? Oder brauchen wir Schiffsanleger? Heißt, wir brauchen am Hafen auch richtige Lagerhäuser? Ich glaube, ja. Schiffe über das Schiffsdepot kaufen. Ist das das Schiff... Ist das der Anleger? Mit Boje machen wir dann... Das heißt, wir müssen wahrscheinlich einen Schiffsanleger da noch bauen, ne? Alter, okay. Da ist ja doch deutlich mehr Infrastruktur hinter, als ich gedacht hab. Okay. Ich werde heute Abend dafür dreimal Ave Maria für dich beten. Ist das in Ordnung? Vielen lieben Dank. Tetri, grüß dich. Oh Heimat, oh Land. Wir werden jetzt nochmal... Warte mal. Wir machen jetzt nochmal folgendes. Wir nehmen das nochmal aus der Mitte hier raus und wir werden das Ganze hier nochmal... Ranger holt das Ganze... Nein! Nein! Wir geben Geld aus! Ich dachte schon, warum geht das auf einmal so schnell? Dumm da da dumm da da dumm da da dumm da... Santa Maria. Insel wie aus Träumen geboren. Ach, Mann. Ich würde das hier gerne... Guckt euch das mal an. Das merkt man ja, wenn man aus... Wenn man aus der Höhe guckt, da merkt man das ja gar nicht so sehr, ne? Da merkt man das ja gar nicht so sehr. Aber wenn man dann näher reingeht, dann merkt man erstmal, was das hier für eine Berg- und Talfahrt ist. Die Zufriedenheit der Bürger hat schon wieder nachgelassen. Der Burger. Warum denn? Weil die kein Essen bekommen. Ja, warum bekommen die denn kein Essen? Dann geht doch hier hin und holt euch was zu... Zu Mampfen, Freunde der Nacht. Wir können uns halt dafür kein Fleisch kaufen. Gebendix, moin. Eldarie, grüß dich. Seit wann ist Ranger zu die Doni digitiert? Und singt Doni auch so viel? Weil du keine Piratenflotte... Nein! Arbeiten da oben jetzt auch ein paar? Okay, ich bin gerade überfordert. Oh, leider. Okay, aber diesmal nicht so sehr überfordert wie beim Start des letzten Streams. Letzte Woche war ich ja so hart überfordert. Da bin ich ja nur noch... Da bin ich ja nur noch steil gegangen, ne? Da hat man gesagt... F-f-f-f-freestyler! Opa, in the morning! Wir werden jetzt hier das Ganze noch mal ein bisschen begradigen. Worian, wunderschönen guten Morgen auch an dich. Hallo! Der Burger von Ranger-Starn-King. Wir begradigen jetzt einfach die ganze Insel. Also, wir machen das jetzt... Die nächsten 10 Streams über werden wir nur Terraforming betreiben. Wie langweilig das wäre. Wenn man in einem City-Bilder nur Terraforming machen würde. Das wäre Content für die Zukunft. Das reicht nicht. Mit der Geschwindigkeit wahrscheinlich eher nicht. Mr. Grimlock, danke schön für deinen Sub im neunten Monat! Ein Twitch-Baby! Wunderschönen guten Morgen! Hallo! Grüße dich! So. Wenn man nämlich hier noch mal insgesamt runter geht. Das Problem ist, dadurch, dass jetzt hier Schnee fällt, weiß ich nicht... Also, wir können hier unten ja so ein bisschen Hafenbecken machen. Das ist ja schon in Ordnung. Dann steigt der Meeresspiegel und die ganze Insel seufzt ab. Das gibt es hier nicht. Durch mehr Baudepots erhöhen. Ja, das stimmt natürlich. Aber, äh... Wir haben kein Geld. Wartet mal, ich lasse das jetzt einfach hier durch abtragen. Was soll denn schon passieren? Du wolltest uns ja entscheiden lassen, welche Map gespielt wird. Ja, ich wusste ja nicht, dass ihr die schlimmste Map von allen wählt. Ich dachte, Sibirien wird schon nicht so schlimm werden. Ich habe es ja... Ich habe ja echt nicht... Ich habe es unterschätzt. Ja, ich habe es unterschätzt, was ihr für... 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 Kleine Hobbitse seid. Arbeiten die schon? Arbeiter zum Bäume fällen erforderlich. Okay, da arbeitet also niemand. Sadisten. Ja, sagen wir es, wie es ist. Sadisten. Schwarze Kobra. Wunderschönen guten Morgen. Und die Riki morgen. Das größte Problem, das habe ich aber schon immer in Workers and Resources gehabt, Bittlinger morgen, ist das Verteilen der Arbeiter. Das Verteilen der Arbeiter, das macht mir am meisten Sorgen. Aber jetzt haben wir schon wieder das Problem, dass die Leute hier abhauen. Darum müssen wir uns jetzt mal um als erstes kümmern. Hier wohnt nämlich niemand. Krankenwagen nicht eingetroffen. Okay, wir gucken uns einmal... Wir haben ja mittlerweile dieses Fragen- und Antwortspiel. Da gucken wir einfach mal... Müsste das hier sein, bei Verkehrsminister? Wie baue ich Straßen, Straßen, Schienen, 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 Schienen? Schiffe? Oh. Großäumiger, belangsamer für Passagierungen. Schiff zu betreiben, muss man nur ein Dock bauen. Ähnlich wie ein Depot für Straßenfahrzeuge oder Züge. Kannst du ein neues Schiff kaufen. Wir brauchen also einen Schiffsanleger. Denk daran, dass größere Schiffe nicht in kleine Häfen passen. Information um die maximale Schiffslänge. Mit dem Bodenwerkzeug kannst du Bojen platzieren. Insbesondere, wenn deine Seeroute stark befahren sind, die Kollisionen zwischen Schiffen vermeiden. Du kannst Schiffe über die Grenze hinaus in sowjetischen Block oder in westliche Länder schicken, um dies zu tun. Spitz außerhalb der Grenze. Okay. Alles klar, das haben wir schon mal. Ich brauche gerade... Irgendwie muss ich das jetzt hier verbessern, wie die hier hin und her laufen. Das ist das größte Problem, was ich gerade eben habe. Aber wie? Aber wie? Wie kann man... Das hier? Wie bewege ich Bürger zum Arbeiterplatz? Wenn Bürger in deinen Wohngebäuden leben, kannst du sie zur Arbeit schicken. Das ist zwei Möglichkeiten. Arbeitsplatz in ihrer Nähe der Wohnung. Wenn eines in einer Fabrik oder einen anderen Arbeitsplatz gibt, dann gehen die Arbeiter in der Nähe des Wohngebäudes, die es benötigen, gehen die Arbeiter zu Fuß dorthin. Du kannst überprüfen. Okay. Oder, wenn kein Arbeitsplatz zu Fuß erreichbar ist, kannst du die Bürger mit dem Bus oder Bahn fahren lassen. Da bauen wir einen Zug... Du musst in der Nähe von Wohngebäuden, danach werden Arbeiter an dieser Plattform warten. Nutze diese Plattform als erste Haltestelle in einem Fahrplan eines Fahrzeuges. Lege das Ziel als zweite Haltestelle im Fahrplan fest. Du kannst auch eine Plattform in der Nähe haben. Okay. Also, irgendwo kannst du die Autos bringen. Sollen sich gefälligst mal hier... Sollen sich mal gerade machen. Sonst werde ich fischig. Was haben wir denn hier? Eine Customline. Helmut Kohl. Ranger-Stahn-Bus-Badenhof. Wisst ihr was? Die können hier alles machen. Die können auch B und N laden, wenn ihr wollt. Macht einfach mal, wie ihr möchtet. Und da haben wir jetzt aber... Da haben wir zwei Fahrzeuge drauf fahren. Und die zwei Fahrzeuge, die halten auch den Abstand ein. Oder? Wir gucken mal... Wir haben hier noch einen. Da sitzen drei Arbeiter drin. Der hat aber auch nur eine Kapazität von acht. Wir folgen den hier mal. Allgäu-Bus, Servus, grüß dich. Also, ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen. Das sind einfach so kleine Busse. Deswegen werde ich jetzt einfach nochmal einen größeren holen. Bus. Warte mal, wir holen uns mal einen für Dollar. Haben wir einen Bus für Dollar? Oh, Mars Ponten. Ein Polizeiauto. Hey! Und ein Bier. Oh, yeah. Hi, der Witzker, Kapitän. Wir nehmen uns mal einen Bus, bei dem ein paar mehr Passagiere reinpassen. Zum Beispiel der hier, der SIS. Das ist doch hier der... Wobei, der läuft bald schon ab. Das ist doch auch der von den LKWs im Zweiten Weltkrieg waren. Und dann nehmen wir uns den hier. So, und dann werden wir einmal... Ich werde den vielleicht... Mit Helmut kann ich nichts anfangen. Wer hat die Linie so benannt? Linie, ähm... Kohleverarbeitung speichern. So. Und dann werde ich nämlich diese Linie... Oh, zur Zeche? Nee, Kohleverarbeitung. Das ist die hier. Die werde ich jetzt mal auf... Auf, äh... Den hier zuweisen. Und den lasse ich dann losfahren. So. Und dann gucken wir mal, ob der vielleicht mehr reinnehmen wird. Wir werden jetzt mal diesen Bus... Folgen Sie diesem Bus! Und das Auto fährt los. Oh, gnädiger Ranger! Welchem Spiel würdest du eher deine Empfehlung aussprechen? Medieval Dynasty oder Transport Fever 2? Ja, das sind aber zwei grundverschiedene Spiele. Ich persönlich fand Transport Fever 2 dann, äh... Ein bisschen besser. So. Linie Glück auf. Hm, das würde auch gehen. Aber die Ferne... Fallt ja nicht hoch zur Zeche. Da würde es ein bisschen mehr passen. Albert Einhorn. Moin. Nur Leute an der Bushaltestelle stehen, die eigentlich nirgendwo hinwollen und diese blockieren. Ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl. Aber ich... Wahrscheinlich gibt es dann ausgeklügelte Systeme hinter, was wir einfach nur noch nicht verstanden haben. Ähm. So. Wie sieht es denn hier aus? Patienten warten auf Behandlung. Hier arbeiten schon wieder keine Ärzte drin. Warum arbeiten denn hier keine Ärzte drin? Dankeschön für den Follow. Sehr lieb. Krenz, guten Morgen. Hallo. So, wir beschleunigen mal die Zeit. Also, neun Arbeiter ohne... Ja, warum? Dann geht doch hier drin arbeiten. Kann ich das hier auch wieder rausnehmen? Ah, so. Ich nehme das... Ich entferne das mal. Vielleicht ist das ja... Vielleicht sorgt das ja für Probleme bei denen. Puh, Marci, guten Morgen. Oh no Dieu, wunderschönen guten Morgen. Genau, geht doch arbeiten, ihr faules Pack. Aber da gehen auch nur fünf Arbeiter rein. Dann fahren wir nach oben. Wir brauchen mal ein Rathaus, damit wir eine Übersicht von unserer Stadt bekommen und nicht von allen hier drin. Und dann gehen trotzdem noch welche von denen... Wohin latscht ihr denn? Guck mal. Die latschen den ganzen Weg wieder zurück und gehen dann hier... Hä? Wohin latschen die? Die sind da hochgefahren und gehen dann hier unten entlang. Ins Kino! Die gehen ins Kino und die steigen hier oben. Da sind die eingestiegen. Da fahren die hoch. Und da gehen die dann hin ins Kino. Sounds legit to me. Wir haben hier schon einen Bus. Wir machen erst mal die Probleme hier. Deswegen brauchen sie auch unsere Führung. Ah, okay, so war das. Wir erfüllen erst mal mal ein paar Bedürfnisse hier. Komm, wir bauen jetzt hier nochmal ein paar Freizeitattraktionen hin. Hier oben haben wir einen Tennisplatz hingebaut. Dann brauchen wir jetzt nochmal einen Fußballplatz. So, so ein kleines Fußballplatzchen. Aber das kann man halt auch nicht irgendwo zwischendrin mal reinhauen, weil das nämlich alles, alles, ähm, uneben ist. Hier könnten wir das hinpacken. Hier können wir, hier können wir den reinsetzen. Ich bin mal echt gespannt, wie Workers and Resources 2 werden wird von der Steuerung und von der Grafik her, ne? Da bin ich ja wirklich gespannt. Workers and Resources 2 soll ja kommen. Und es soll dann wohl um den Westen gehen. Kein Scherz. Das ist jetzt nichts, was Ranger sich ausgedacht hat. Das ist, äh, das ist der, das ist der Weg, den laut Ranger, äh, laut, äh, Entwickler als nächstes eingeschlagen werden soll. Ja, also von dem her, das wird schon sehr interessant werden. So. Ich würde jetzt niemals das Kino bauen dürfen und den Dreh von Mein Freund, der rote, äh, LPG-Traktor war Fehler Nummer 2. Jetzt wollen alle den Film sehen. Verstehe ich. Fußball mal minus 12 Grad. Nice. Ja, da darf man sich auch mal nicht so anstellen, ja? Muss man auch mal ein bisschen, muss man auch mal ein bisschen härter sein. Ja, nur die Harten kommen in den Garten. Was wollen die denn sonst? Ein Hallenbad? Sporthalle? Oder was? Was? Wie groß ist denn das? Das ist doch keine Sporthalle. Das ist ja schon ein Fitnesscenter. Ja, Teil 2 soll es wirklich mal geben. Aber der wird noch lange dauern. Also das ist jetzt nichts, was jetzt hier nächste Woche rauskommt. Ähm, Moment, wir können den ja hier oben hinbauen, ja? Ja, dann haben wir da eine große, eine große, eine große Fläche direkt oben hier an dem Bereich. So, das ist ja nämlich nicht schlimm, weil wir von hier aus nämlich dann auch einen Weg rüber bauen können. Er soll aber bitte ein bisschen schöner aussehen. So, dann können wir nämlich hier direkt eine Verbindung herstellen mit dem. Und dann können wir auch nochmal hier runtergehen. Dann haben wir nämlich auch direkt einen Zebrastreifen. Dann können die nämlich auch noch dort hochlaufen. Dann haben wir hier unsere kleine Sporthalle, dass die dann hoffentlich auch alle ein bisschen glücklicher werden. Und die haben jetzt hier keine Kneipe. Das heißt, wir müssen auch auf jeden Fall nochmal für eine Kneipe sorgen. Die wollen alle nur saufen. Ist das doch die Bundesrepublik? Ich würde das hier gerne hier hinbauen, aber leider ist die Kollisionsabfrage manchmal wirklich bescheiden, wie ich persönlich finde. Naja, SeaWorld bauen. Wir haben sehr fleißige Arbeiter. Wir, wenn wir mal fleißige Arbeiter hätten, dann wäre es ja wenigstens mal was. Aber wir haben ja hier, wir haben ja nichts. Wir haben ja nichts. Der Hahn muss laufen. Können wir nicht eine kleine Trinkhalle bauen? Kiosk für Alkohol. Hier. Jawoll. Weißt du das, was wir brauchen? So. Und dann einmal so. Okay. Eine Bude, genau. Wir setzen uns jetzt hier eine Bude hin. Dann können sie hier ihr Alkohol noch holen. Die brauchen, damit sie zufrieden sind, Alkohol. Also ich würde sagen, das ist legitim. Fragezeichen. Wir müssen nämlich erstmal aufpassen, dass die uns nicht alle abhauen. Aber das Geld. Das liebe Geld. Das Geld ist das größte Problem, was wir überhaupt haben. Das Geld ist das größte Problem. Ich bin immer noch dafür, dass ich gerne den Gebäuden Prioritäten zuweisen würde. Also beispielsweise, dass ich diesem Gebäude hier gerne Priorität einräumen würde, dass die Leute erstmal dorthin gehen und einkaufen, wollte ich schon sagen. Und erstmal dorthin gehen und arbeiten. Wir werden dort dem Gebäude nochmal Personen hinzufügen, damit die... Also alle, die hier in der Nähe sind, da werden wir erstmal... Da werden wir erstmal... Es gibt keine Verbindung. Ach, das Gebäude hat keine Verbindung. Dankeschön für deinen Follow. Sehr lieb. Ähm... Wow. Warum sagt ihr denn nichts, ihr Alunken? Ist nur eure Schuld, nicht meine. Ja, nun. Dann wollen wir die auch nochmal hier anbringen. So. Zack, na, moinzen. Das Geld ist das größte Problem, das Spiel ist mir viel zu realistisch. Ach, das war hier die Sportart mit der Skisprungschanze da oben. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit meinem... Mit meiner... Hier. Aha. Mit meiner Stadt. Irgendwie. Das läuft noch nicht so, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte. Sagen wir es mal so. Sagen wir mal, wie es ist. Ja? Sagen wir mal, wie es ist. Ein Arbeiter ohne Job. Ach, guck mal, die haben fast keine Probleme. Das... Das ist für mich mein Leben. Ich habe auch fast keine Probleme. Okay. Okay. Ein Bürger konnte kein Essen bekommen. Konnte nicht an Sport halten. Hier kann einer das Krankenhaus nicht besuchen. So sieht das aus, wenn man keine Probleme hat hier drin. Boah, Markus, moin. Gebäude hat kein Trinkwasser. Alter, ist das jetzt euer Ernst? Das sind halt alles die Problematiken. Punkt. Wo ist denn hier der andere Frischwasseranschluss? Das ist ein Abwassertank. Da oben. Stimmt, da hinten ist gar kein Wasser. Warum ist da hinten kein Wasser? Dann warte mal. Das heißt, wir werden jetzt erst mal einen Wasseranschluss kurz hier rüber packen. Ja. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. So. Dann können wir nämlich hier eine Wasserverteilung einmal hinbauen. Das ist ja alles... Man muss es ja auch mal so sehen, wie es ist. Für uns als grandiose Person. Also ihr, ich, wir alle. Wir sind ja grandiose Personen. Sonst wären wir ja nicht hier im Stream. Das ist ja wohl klar. Wir sind ja grandiose Personen. Für uns ist das natürlich kein Problem. Aber wir müssen natürlich auch an den Otto-Normalverbraucher denken. An den Otto. Otto! Wo ist denn jetzt hier das Ding? Wir sind ja schon Advanced Level. Wir sind ja schon krass. Da dürft ihr auch... Könnt ihr auch ruhig offen sagen... Stellt euch jetzt... Wir machen das mal folgendermaßen. Ihr stellt euch jetzt vor den Spiegel und sagt... Ich bin krass. Macht das mal. Sagt das einfach mal. Ich bin krass. Ja? Das habt ihr euch auch verdient. Das habt ihr euch auch einfach mal verdient. Ja? Und dann könnt ihr euch mal... Funktionieren unendlich das Kraftwerk? Natürlich funktioniert das. Was für eine Frage. So. Dann können wir nämlich von hier aus... Müssen wir... Nein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das geht. Das geht auch. Dann können wir einmal... Ich bin Gras. Ranger ist krass. Nicht Ranger ist krass. Also das auch. Ich brauche Gras. Ja. Kam falsch heraus. Gut. Kann auch mal passieren. Wenn ich das mache, schlägt mich der Spiegel. Der Spiegel hat geantwortet und meinte, ich soll nicht so rumflexen. Gut. Okay. Die Gebäudewartung habe ich ausgestellt. Das ist mir... Das ist mir zu nervig. So. Dann haben wir wenigstens das schon mal gemacht. Dann haben die jetzt hier oben auch Trinkwasser. Und fehlende Mitarbeiter gibt es hier noch ein paar. Dann kommt schön... Das ist schön. Kommt schön, Baufrack. Ja. Ey, die haben viele Probleme. Warum können die kein Essen bekommen? Ich sehe das Problem. Die nicht haben irgendwo Durchgang. Wir müssen ja mit dem arbeiten, was wir hier drin haben. Und deswegen... Mein Spiegel hat irgendwas mit sieben Bergen und irgendwelchen Zwergen von sich gegeben. Krass. Okay. Sieben Zwergenberge. Die Disney setzt übrigens darauf, dass alle Geschichten mittlerweile verwoben werden. Für die... Ich weiß nicht... Wie viele Disney-Filme ihr noch schaut? Ich habe das auch nur auf Instagram gesehen. Der Film Wish. Der Film Wish erklärt die Geschichte, wie die Person in den Spiegel kam. Also wie das der magische Spiegel bei Schneewittchen wurde. Aber das erkennt man nur an Easter Eggs im Film. So, okay. Das heißt, die haben jetzt hier oben auch was zu tun. Gebäude hat kein Stroh. Warum hat das Gebäude kein Stroh? Das hat was damit zu tun, dass die hier wahrscheinlich gerade zu wenig produziert haben. Ja. Bevor ich Hunger würde ich über den Acker laufen. Ja, aber nicht die hier, ne? Der Film hat aber auch nichts außer Kennste, Kennste. Keine Arbeiter. Oh, das macht mir echt Probleme, Leute. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. No, normalerweise kann mich nichts schocken. Normalerweise bringt mich nichts aus der Ruhe. Also, ich finde die Karte echt schwierig. Man muss auch mal, man muss auch mal, man muss auch mal einsehen, wann man eher in der, in der, äh, hinteren Position ist. Und ja, wir sind hier definitiv in der, in der, äh, niedrigen Position. Eieiei. Ich finde die Karte sauschwierig. Ich komme nicht richtig klar. Ich komme nicht richtig klar. Ich kriege das, ich kriege das gerade nicht hin, die Bedürfnisse gestillt zu bekommen. Warum können die an keiner Sportart teilnehmen? Wir nehmen das mal raus. Geplant ist sie schon, ganz, ganz passend. Ich habe nur die Höhenunterschiede, die haben mich rausgehauen. Wie krass das hier in Sibirien ist. Das war, äh, habe ich komplett unterschätzt. Ohne Verbindung zur Grenze ist das schwierig. Ja. Ja, ja, also es ist halt sauschwierig dadurch, dass wir uns hier drin befinden. Und hier die Grenze ist. Und dazwischen einfach mal das komplette Uralgebirge gefühlt. Dass hier oben zum Beispiel auch keiner arbeitet, das macht mich fertig. Ja. So, ihr geht nochmal mit da oben hin. Fusselfee, wunderschönen guten Morgen. Nee, Neustadt würde ich ungern machen. Wir haben jetzt zwei Streams hier drin schon. Dann, äh, da kriegen wir irgendwie hin. Und wenn wir das jetzt irgendwie, irgendwie anders machen müssen. Aber Neustadt machen wir jetzt nicht. Also das, 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 das müssen, die Blödsinn müssen wir uns nicht geben. Ich kann dieses Gebäude nicht auf Wasser bauen. Das soll ja auch nicht. So, das soll hier hinkommen. So. Das heißt, wir bauen den jetzt dorthin. Und dann müssen wir mal gucken. Also die arbeiten jetzt hier oben. Die sind jetzt hier gerade dabei zu malochen. Dann holen die sich des Halls. Des Halls wird hier hingepackt. Und dann werden wir hier, das Gebäude hat keinen Strom. Braucht das Strom? Du Gnei-Class-Mothership für Passagiere. Junge. Die kosten, Alter. Juhu. Warte, können wir auch was für Dollar kaufen? Nee. Wir können hier noch was für Rubel kaufen. Äh, wir holen uns erst mal das kleine Frachtschiff. Ach, guck mal, hier ist es dann. So, dann können wir denen zum Beispiel sagen, Halt hinzufügen. So, dort. Aufgabe, beladen von Brettern. Bis die 100% haben. Und dann einmal, Halt hinzufügen, außerhalb der Grenze westliche Länder. Wenn wir jetzt hier hingehen. Boah, meint ihr, wir kriegen... Boah, meint ihr, wir kriegen... Ah! Ah! Huch! Moment. So. Beladen mit Brettern. Entladen. Bretter. Wo kriegt der denn Treibstoff her? Wo ist ein Rangers dran? Da. Sag's wunderschönen guten Morgen. Good morning in the morning. So, jetzt brauchen wir noch ein Lagerhaus, damit das hier funktioniert. Das setzen wir uns hier drüben hin. Ich dachte, das wird automatisch rübertransportiert. Ja, wird auch. Die bestellen da schon Bretter her. Ne, einen Korbmodus gibt's leider nicht. Multiplayer würde hier bestimmt richtig gut drin funktionieren. Aber ich glaube, dafür besteht die Struktur einfach nicht. Frachtbahnhof, Frachtterminal. Wir brauchen erstmal ein Lagerhaus. Da nehmen wir uns... Warte mal. Wie viel... Wie viel Bretter? 170 Tonnen. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal... Wir nehmen erstmal ein kleines Lager. Wir müssen jetzt nicht übertreiben direkt. Freilager. Da können wir auch Holz lagern. Da können wir dann zum Beispiel... Uh, das ist kostenlos, oder? Wir nehmen das hier. Wir nehmen das hier einfach. So. Okay. Bitte lass das jetzt einfach verbinden können. Ja, Dankeschön. Sehr schön. André, wunderschönen guten Tag. Hallo. Okay. Dann nehmen wir nochmal hier oben ein neues Fahrzeug kaufen. Da holen wir uns dann einmal einen Holztransporter. Nämlich... Den hier. So. Den können wir dann einmal sagen. Du sollst Holz von dort nach dort bringen. Und zwar beladen. Holz. Entladen. Holz. So. Okay. Alles klar. Und dann kannst du auch bitte direkt starten. Start. Damit haben wir die hier schon mal ein bisschen in und her fahren lassen. Das ist ja schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir nur noch einmal gucken, wie wir den hier losfahren. Also, wo tankt der? Das meine ich jetzt ernst. Wo tankt der? Haben wir eine Bauindustrie? Ne. Wir haben gefühlt gar nichts, leider. Wir müssen erstmal Geld machen. Wo tankt der, ist die Frage. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Am Verlade-Dock. Ach ja, stimmt. Hier ist Treibstoff. Yo, danke schön. Danke schön. Dann können wir den starten. Warten bis voll. Machen wir auf jeden Fall. Warten bis leer. Geil. Wir haben unser erstes Schiff. Herr Noste Koko. Wunderschönen Morgen. Hallo. Denkt da dran, falls ihr neue sein solltet und solche Spiele mögt, auch mal wenn es ein bisschen komplexer ist, gerne ein Follow hier lassen. Das ist ein Großteil unseres Contents. Geil. Okay. Das erste Schiff von uns fährt. Das heißt, wir wollen jetzt mal schauen, wie gut wir jetzt da rüber kommen und wie gut wir jetzt da was reinpacken. Dankeschön für deinen Follow. Sehr lieb. Und vielen lieben Dank nochmal. Also bewegen wir uns dann rüber. Nun können wir Schiffe versenken spielen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der hier anfährt. Und Kalitia, dankeschön für deinen Sub. Sehr, sehr lieb. Vielen, vielen lieben Dank dafür, für die Unterstützung. Durch euch ist das hier überhaupt erst alles möglich. Also vielen lieben Dank dafür, dass ich das als Beruf machen darf. Wie bringt der jetzt die Ware weg? Also der wird dann an die Grenze fahren und dann wird er an der Grenze das irgendwie verkaufen. Anscheinend braucht er keinen speziellen Bereich. Du bist mittelfristig sparen, die Gebäude selbst zu bauen. Man kann hier Ressourcen einkaufen und einen Bau in einer Regie. Das würde schon Sinn ergeben, ja. Aber mehr Gebäude brauchen wir gerade nicht. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wir die Leute überhaupt bei uns halten können. Das ist gerade das größte Problem. Und nochmal Dankeschön für den Follow. Sehr lieb. Jetzt bin ich mal gespannt. Der braucht aber sehr lange, um da ranzukommen. Ein paar Bretter haben wir schon da drüben. Da wird gerade mal wieder ein bisschen entladen. Kommt wieder hier hin. Leht schon wieder voll. Das Gebäude hat keinen Strom. Das ist aber nicht so schlimm. Die brauchen auch keinen Strom. Wir müssen den Frachthafen über kurz oder lang sowieso... Ja, wir müssen da sehr viel ändern. Wie viel hat der denn hier schon abgeholzt? Ähm, wir spielen nicht im Realistic Mode, was die Bauindustrie angeht. Wir können Gebäude einfach so bauen. Sonst haben wir alles an. Außer Wartung haben wir aus und wir können halt aus Geld herausbauen. Wir warten trotzdem immer, bis der voll ist. Äh, so. Jetzt müssen wir nochmal nach den Leuten hier gucken. Wie geht es denen überall? Die konnten kein Essen bekommen. Warum kriegt ihr denn kein Essen? Also, ich bitte euch. Geht doch raus. Da ist doch ein Laden vor eurer Nase. Der ist 170 Meter weg, Mann. Geh doch da hin. Holt ihr doch mal zufrieden. Weil es keine Kindergartenplätze mehr gibt. Ich bin immer noch dafür, es braucht Prioritäten bei den Gebäuden. Also, das wäre so eine Erleichterung. Auch insgesamt, wenn ich jetzt hier sagen kann, hier Arbeitspriorität reinsetzen. Da gab es nur Graubrot und Butter. Ja, lecker. Graubrot, Butter, ein bisschen Maggi drauf. Sehr schön. Da hat man dann die Grundessenz für das richtige, wichtige Leben. Ich bin... Das ist das größte Problem, was ich immer hatte in Workers and Resources. Und zwar seit meiner ersten Minute. Das hier. Ich habe es nie geschafft. Oder ich schaffe es nie. Ist ja bis heute. Ich schaffe es nie, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Nie. Und ich weiß nicht, warum. Das ist etwas... Das ist immer nur noch für mich böhmische Dörfer. Sagen wir mal so. Hauenskeil, wunderschönen guten Tag. Hallo. Über die Haltestelle einsetzen. Alle Häuser nur zur Haltestelle und dann an der Haltestelle die Prozente ändern. Also, ich kann die zur Haltestelle schicken. Aber meins... Virtueller Wert der Ladung? Gucken wir. Achso, wir sind immer noch bei dem Frachtschiff. 417. SV Werder, grüß dich. Gut geschlafen? Aber wunderbar. Ich hoffe, du auch. Der Villa Bria oder Villa Bajo? Äh, Feuer. Ja, von Wohnhäusern aus. Aber ich will nicht von Wohnhäusern aus, sondern ich will, dass die Wohnhäuser sich darauf verteilen und ich eine Prio auf den Arbeitsplatz setze. Die warten auf die Erfindung des Pizzalieferanten. Du meinst, dass wir hier in den Bereich reingehen und dann dort die Haltestellenprozentverteilung verändern? Ja, aber nee, das führt hinterher zu Problemen. Kurz Update seit dem letzten Streaming Workers and Resources realistisch als Einsteiger. Viermal neu gestartet. Der jetzige, aber ist jetzt ganz okay aus. 30 Stunden seitdem reingehauen. Mein Steiger freundlich gelacht hat. Hab das so, äh, verstehe ich jetzt. Achso, dass ich bei den Einsteiger freundlich gelacht hab, das verstehe ich jetzt. Ja, Fehlerno, moin, wunderschönen guten Tag, hallo. Meint ihr direkt an der Haltestelle? Nee, an der Haltestelle geht das nicht. Also hier kann ich jetzt nicht entscheiden, wie viele wohin. Wir können von hier auch sagen, wo die hingehen sollen. Das geht. Ähm, achso, du meinst, dass wir verschiedene Gebäude hier auswählen und dann sagen, wo die überall hingehen sollen. Ja, das würde funktionieren. Dass wir sagen, die sollen hier hingehen. Zu 100%. Das würde funktionieren. Wobei, mit der Kampagne lernt man vieles. Die Kampagne hab ich nicht gespielt. Ich hab da irgendwann mal einen Vorabzugang bekommen, aber die Kampagne reizt mich halt nicht mehr. Das ist halt die Problematik, wenn man schon 100 Stunden hier im Spiel versenkt hat, dann ist es irgendwann, irgendwann braucht man halt die Kampagne nicht mehr. Es ist halt mega frickelig. Ja, das ist das, das Workers and Resources durch und durch. Wenn das hier ein bisschen zugänglicher werden würde, wie zum Beispiel in City Skylines, aber die Komplexität beibehält, dann wird das hier, glaube ich, ein Kassenschlager werden. Den habt ihr noch nicht gesehen. Mit den Ärzten auch. Genauso, ne? Die Ärzte, die hauen uns immer ab. Ich weiß nicht, wo die Ärzte hingehen. Die können auch keine Kneipe besuchen. Warum nicht? Die haben Schulabschluss, sie haben Universitätsabschluss. Wir brauchen mal ein Rathaus. Wir brauchen mal ein Rathaus. Ich will mal hier die Übersicht von dem ganzen Zeug hier haben, damit wir jetzt auch mal Buchhaltung hier durchführen können. Das wird natürlich mit kapitalistischen Dollarn vom Klassenfeind bezahlt, damit wir... City Skylines hat leider jetzt erst eine brauchbare Sim. Selbst das finde ich noch nicht mal... Also mich hat das Update enttäuscht. Ich habe auch... Ich wollte ja... Oder beziehungsweise ich sollte ja den Test zu City Skylines 2 schreiben, zum neuen Update. Ich habe dem Peter, also Peter Bartke habe ich geschrieben, es lohnt sich meiner Meinung nach noch nicht, eine neue Testwertung für das Spiel rauszuhauen. Das ist meine offene und ehrliche Meinung. Meiner Meinung nach hat sich so wenig... Also es hat sich was getan, aber es hat sich noch so wenig getan, dass ich noch keinen neuen Test dafür raushauen würde. Einfach weil... Weil noch so viel getan werden muss und meiner Meinung nach der Platz eher falsch ist. Dankeschön für deinen Verlust. Was die moin? Ist das ein Industriestrategiespiel? Das hier? Das ist alles. Also es hat die Komplexität eines Annos im Produktionsbereich, sogar noch ein bisschen mehr. Es hat die Simulation im Verkehr eines City Skylines 1. Es hat eine Gesellschaftssimulation wie ein SimCity. Also es hat sehr, sehr viele, sehr, sehr viele verschiedene Bereiche hier auf jeden Fall. Zwei, drei Zeilen jonglieren und fertig. Ja, also ich habe es dann auch begründet, wieso... Logischerweise habe ich es begründet, wieso ich das nicht so sehe. Und, ähm... Ja, genau. Ein bisschen, ein bisschen schade. Ich bin gespannt auf Dienstag. Da gucken wir uns das Update an. Da gucken wir uns ja das DLC von Victoria 3 an. Und danach werde ich nochmal so für mich ein Fazit ziehen, wie es momentan um Paradox steht. Und mit den verschiedenen Spielen dann, die ich, äh... Die ich dann gesehen habe. Also für 45 MB Update war es tatsächlich mehr, als ich gedacht hätte. Aber, ja. So, jetzt haben wir nicht genug Buchhalter und Offiziere. Aber hiermit können wir jetzt dann wenigstens arbeiten. Da kriegen wir ja dann unsere Statistiken rein. Da bekommen wir dann die Statistiken nur für diesen Bereich. Kehr dollen, wunderschönen guten Tag. Hallo. Äh, da kriegen wir dann die Statistiken für uns rein. Nämlich Ranger Star. Das heißt, Zeige Over... Ne, nicht Zeige Overlays, sondern Stadt erstellen haben wir ja schon gemacht. Äh, ich würde dieses Rangers-Tang gerne nochmal... Warte mal, Stadt erstellen. Hä? Warum geht das nicht? Wapo, moin! Eins, einen wunderschönen guten Tag. Hallo? Na komm, das passt schon. Wir benötigen mehr Arbeiter. Ja, wir benötigen auf jeden Fall mehr Arbeiter. Arbeiter sind das große Problem. Ich bekomme keine hundertprozentige... Ich bekomme keine hundertprozentige Abdeckung hin. TZG Hallöchen. Die gab es tatsächlich, Monodiel. Marika, einen wunderschönen guten Tag. Genau, die machen aus City Skyline 2 ein völlig anderes Spiel. Die machen nämlich gerade daraus, äh, eine schlechte Wirtschaftssimulation anstatt einen schönen City-Bilder. Okay. Anubis, moin! Interessanterweise ist es auch an moderner Stadtplanung näher dran als andere Spiele, da man viel auf Fußwege und Öffis, äh, setzt. Wenn man ein Texturpack mit modernen Häusern drüberlegen würde, könnte man die Stadt der Zukunft bauen, wie es jeder Städteplaner sich wünscht. Hast du absolut recht. Deswegen bin ich sehr, äh, froh oder beziehungsweise auch sehr gespannt darauf, wie es dann in Teil 2 aussehen wird, in dem es dann wirklich Richtung Westen gehen soll. Go West! Was das dann so werden wird, vor allem, wenn da noch eine schöne Engine dazu kommt. Also das hier ist eine wunderschöne Stadtplanung. Das hier ist halt alles. Also es ist, es macht alles super. Aber Produktionsketten wie in dem Anno war ja tatsächlich ernst gemeint, wie in dem Anno 1800, dass wir halt hier anfangen, wir brauchen erstmal die Pflanzen und dann müssen wir eine Versorgungskette und Logistikweg aufbauen bis, ne? Ich glaube, das beste Beispiel hier oben Kohle. Kohle gefördert wird dann einmal runtergebracht, Kohleverarbeitung wird dann hier rübergebracht, wird dann zu Strom produziert und Strom wird dann exportiert oder hier rübergebracht, an die Trafos, damit das dann bei den Transformatern umgebaut wird und dann weitergebracht wird bis zu den Umspannwerken. Das ist halt ein wunderschöner Punkt oder auch genauso, dass wir halt wirklich die ganzen einzelnen Bedürfnisse hier drin erfüllen müssen, was brauchen die, tatsächlich auch einen Einfluss auf die Infrastruktur haben, auf die öffentliche Verwaltung dann in dem Bereich haben, dass wir die Fahrzeuge einzeln steuern können und vor allem auch, das muss man ja auch mal dazu sagen, im Gegensatz zu City Skylines haben wir hier drin direkt auch schon mal die Möglichkeit, Vorfahrt und Ampel und Kreuzung einzustellen. Ich kann eine Vorfahrtstraße hier drin geben oder Ampeln, wenn ich möchte. Also, und ich kann die Ampelschaltung selber deklarieren und den Intervall. Warum schafft das, das kleine Entwickler-Team, äh, Free Division oder so, heißen sie glaube ich, Free Division müsste es glaube ich sein und nicht das andere große Team. Naja, aber ich will mich nicht darüber beschweren, ja. Ich glaube, die Entwickler haben auch sehr viel, ich glaube, die könnten nicht alles umsetzen, was sie wollten, äh, Colossal Order in City Skylines 2. Sagen wir es einfach mal so, ähm, wenn ich, wenn ich auf die Entwickler schimpfen würde, dann wäre es glaube ich, es wäre nicht komplett an der falschen Stelle, aber es wäre überwiegend an der falschen Stelle. Sagen wir es mal so. Ja, einen wunderschönen guten Tag, hallo. Also, haben die schon den zweiten Teil angekündigt? Ja, der fiel mal in einem, äh, Bereich, kann man gleich rausgucken. Genau, man kann halt auch gut miteinander die, die, äh, Städte verbinden. Ähm, ich habe, wie gesagt, das, äh, Let's Play von Steinwein nicht gesehen, was ich aber mitbekommen habe, weil es mir mal gesagt hat, ist, dass er mehrere verschiedene Städte hat mit unterschiedlichen, äh, Schwerpunkten in der Produktion und dass die gut miteinander synergieren und das, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Killer-Bommel, hallo, und da war mein Herr dran, wunderschönen guten Tag. Wenn ein Spiel eine krasse Promoaktion vor Release hat, dann bin ich immer, äh, skeptisch. City Skylands hat es auch gut gezeigt. Dicke Kranaktion auf der Messe und dann ist es bei Release ein gefühlt halbfertiges Spiel. Vor allem, weil es halt schlechter wurde in der Preview-Version. Das ist das einzige Spiel, bei dem ich das bislang erlebt habe, dass es in der Preview-Version immer schlechter geworden ist, auch einmal. Äh, Depends This World, äh, vielen lieben Dank für dein Zapp im neuen Monat für das Twitch-Spiel. Dankeschön, Dankeschön. Einzelne polierte Gebisse waren wichtig. Ähm, achso, genau. Ihr guckt jetzt mal ganz kurz da drauf, wie die, wie die sich hier schlagen, die Bevölkerung. Ich, äh, schaue jetzt mal ganz kurz, dass ich das nochmal eben kurz, äh, finde. Ich bin mal gespannt, die müssen ja den Titel dann auf jeden Fall ändern. Teil 2. Ach, jetzt bekomme ich hier Let's Plays angezeigt. Die suche ich denn danach am besten. Hm, oh, City Skyler, äh, Workers and Resources hat einen Test bekommen bei der Games. Da habe ich gar nicht mitbekommen. Was hat er es denn bekommen? 88 Prozent. Meisterliches Industrialisierungsutopie mit hoher Komplexität und enormer spielerischer Tiefe. Ja, also 88 Prozent finde ich auch vollkommen in Ordnung. Man muss halt, man muss halt, man muss halt Abzüge in der Grafik geben. Da müssen wir wohl mal ehrlich sein, ja. Äh, man muss halt Abzüge, das Spiel ist nicht schön anzuschauen. Wieso schneit es über 10 Grad? Wieso schneit es über 10 Grad? Äh, gute Frage. Danke für den Follow. Hä? Ob da ein Minuszeichen fehlt? Hä? Was ist denn da los? Danke für den Follow. Äh, ähm. Ich kann es nicht sagen. Ist das ein Bug? Hä? Warum ist das denn? Moment mal. Wir laden einfach mal neu. Speichern. Ja, wir überschreiben den Spielstand. Und wir laden einfach nochmal. Vielleicht ist es dann anders. Ne, das ist, das ist gerade Celsius auf jeden Fall hier drin. Gibt es ein Ingame-Datum? Es gibt ein Ingame-Datum. Schimpfstrategie, moin. Hier. Schimpfstrategie, moin. Was sind unsere Busse dann langsamer dauerhaft? Unsere Schneeflüge sind nämlich immer noch unterwegs. Hä? Hä? Okay, wir halten da mal ein Auge drauf. Der April weiß nicht, was er will. Genau. Äh, äh. Äh, 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 äh. Was ist denn von, was ist denn Nachfolger auf, auf Englisch? Äh. Successor? Ja, ne, das, das Wort suche ich nicht. Das Wort suche ich nicht. Ich suche was anderes. Ich weiß aber gerade auch nicht mal, was ich auf Deutsch, Deutsch für ein Wort suche. Ah. Worker's on the Sony, Sequel auch nicht. Ach man, wie hieß es denn? Ich gebe, ich gucke mal nach Successor. Finde ich auch nichts. Keep Smile, danke schön für deinen, für deinen Follow, äh, für deinen Sub. Danke schön. Vielen, vielen lieben Dank. Worker's on the Sources, Follower. Oh, da kommt mein Video. The most followed workers and resources. Ach so. Ne, wenn ich, ja, wenn ich Worker's on the Sources, Follower eingebe, dann sehe ich meinen Kanal. Ne, muss ich nochmal abseits davon nachgucken. Ich war, ich komme da gerade nicht drauf. Dankeschön für den Follow, ja. Ähm. So. Das ist jetzt, das ist jetzt mega bescheiden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kann mal kurz einer gucken, ob es da einen bekannten Bug im Internet gibt? Kann mal einer was dazu sagen? Äh, oder vielleicht mal kurz im Steam-Forum oder so nachschauen? Das, das ist, das ist jetzt, das ist richtig blöd. Wenn das jetzt so bleibt, das ist ärgerlich. Nicht, um ganz ehrlich zu sein. Weil dann nämlich unsere Produkte, unsere, äh, Fahrzeuge dauerhaft langsamer fahren. Weil der Schnee muss anscheinend noch liegen. Ansonsten wäre nämlich nicht unsere, äh, unsere, hier. Die sind nämlich immer noch unterwegs, die Straßenfahrzeuge. Das ist ein roh, moin. Und an Niesen, wunderschönen guten Tag, hallo. Ist definitiv besser als diese Saune hier bei mir gerade. Echt, bei uns ist es tatsächlich gerade schön kühl. Sobia, moin Tag und von Essen, hallo. Lord Jerry, grüß dich. Klimawandel-Map. Ich weiß nicht, was das hier oben gerade ist. 80% Sonne steht ja auch dort. Also das sieht hier nicht wie 80% Sonne aus. Das ist ein, das ist ein, eiskalter Bug ist das hier. Das ist ein eiskalter Bug? Im wahrsten Sinne des Wortes ein eiskalter Bug. Dankeschön für den Follow. Im wahrsten Sinne des Wortes ein eiskalter Bug. Was machen wir denn jetzt? Wir spielen die Sibirien-Map. Längere Jahreszeit. Ähm, ja, das, das wäre gar nicht das Problem. Das Problem ist, wir haben 22 Grad und es schneit. Also irgendwas kann hier nicht stimmen. Irgendwas kann hier nicht stimmen. My game freezes, genau. Wenn Sibirien ist, dann schneit es auch im Sommer. Das ist, das stimmt. Aber bei 22 Grad, jetzt geht es runter. Wieder. Die Sonne ist für den Solar, ja. Also worum es mir geht, es ist ja nicht schlimm, dass es schneit. Klar, im Mai kann es noch schneiden in Sibirien. Was mich halt jetzt gerade durcheinander bringt, ist halt, dass wir 20 Grad haben und es schneit. Und das sollte, das sollte glaube ich auch in Sibirien nicht sein, dass es, dass, dass, bei 20. Also Sibirien sollte keine andere Physik haben, als der Rest der Welt. Soweit ich es weiß. We already found a good theme. It will be a normal 20-century start and we already started kind of pre-production, thinking about which features will remain, which feature will get improved. We need more and less graphics. We're known, we will kind of two years... Genau, ja, sehr schön. Castignor hat es rausgefunden. Also, man findet zum zweiten Teil nur was in Reddit und Steam-Foren vom Entwickler. Ähm, wir haben bereits ein gutes, äh, ein gutes Theme, also so ein gutes Setting für das ganze Spiel gefunden. Es wird im, ganz, im normalen 20. Jahrhundert starten. Und, hoppala, äh, und wir haben bereits mit der Vorproduktion gestartet. Also, wir machen uns Gedanken, äh, was genau jetzt in dem Spiel drin sein wird. Und welche Features im Spiel dabei bleiben und welche Features verbessert werden sollen. Ähm, allgemein, äh, äh, nicht mehr, das, äh... Ja, äh, allgemein denken Sie daran, dass Sie mehr oder weniger, ähm, 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 dass Sie mehr oder weniger auch ein paar Grafikänderungen durchführen werden. Und, äh, von dem an, was, von dem an, was Sie jetzt haben, ähm, wird es jetzt ungefähr zwei Jahre, äh, Entwicklungszeit benötigen, bis es die erste Version gibt. Ja. Dankeschön für den Follow. Auf einmal kann Ranger-Spiel nicht realistisch genug sein. Nee, der Unterschied ist, dass uns sonst die ganze Zeit hier die LKWs langsamer fahren. Das ist ja ein großer Unterschied. Die haben enorme, enorme Kapazität, enorme, äh, Geschwindigkeitseinbußen sonst. Vor allem mit dem Schneeflug, der dann die ganze Zeit rumfährt und die ganze Zeit immer Treibstoff tanken muss. Welcher zweite Teil von Workers and Resources? Miridias, wunderschönen guten Tag. Ich hätte das gerne im, im, äh, im Westen das Spiel. So, okay, also, wir brauchen noch ein paar Bretter, ein bisschen Geld machen wir dem ein. Das ist absolut wenig Geld. Ja, zweiter Teil oder DLC? Ein zweiter Teil, wirklich ein zweiter Teil. Den haben die nämlich mal nebenbei angekündigt, oder das habe ich nämlich mitbekommen. Und, äh, also das haben die Entwickler selber gesagt. Aber es ist irgendwie, irgendwie hat es kein Groß erreicht. Ich glaube, die GameStar hat es einmal in einen kleinen Artikel mal mit reingenommen. Okay, so, wir wollen jetzt nochmal weiterschauen. Wie sieht es denn hier jetzt bei denen aus? Ich verstehe das immer noch nicht mit dem Essen, mit den Kneipen. Ich kann euch das nach bestem Wissen und Gewissen nicht sagen. Ich weiß nicht, woran es hier bei denen scheitert. Weiß ich nicht. Wenn einer von euch, liebe Leute, da draußen eine Ahnung hat, warum das jetzt hier ist, ob ich das irgendwie ändern kann, irgendwie verbessern kann, dann sag mir das gerne. Kann man den Link dazu posten? Den musst du einem der Moderatoren bitte einmal geben. Schattenfluss, moin. Die produzieren hier auf jeden Fall genug. Aber Gebäude hat trotzdem gerade keinen Stroh. Oh. Ist in dem Laden denn noch Essen vorhanden? In dem Laden ist Essen vorhanden, ja. Wir haben auch genug Mitarbeiter eigentlich. Ich werde jetzt hier nochmal die... Ich werde hier nochmal ein bisschen aufpumpen. Pump those numbers up. Those are rookie numbers. Setz mich da ein. Dankeschön für den Fall. Wir pumpen hier nochmal ordentlich rein, dass da ein paar mehr Leute drin arbeiten. Genau. Zwischenwohnung, Arbeitsplatz. Ja, das müsste erreichbar sein. Also hier, das ist drei... Nee, bei denen ist es nicht erreichbar. Okay. Aber die haben hier oben dann wiederum ein kleines Geschäft und die haben da auch einen kleinen Laden. Aber von denen hier aus, da müsste es auf jeden Fall erreichbar sein. Ja, da ist es unter 300 Meter. 300 Meter heißt die magische Grenze. Äh, wir haben beim Kohlekraftwerk eine minimale Stufe. Beziehungsweise im Lager haben wir das. Eine minimale Stufe. Deswegen produzieren die. So, jetzt haben wir hier Kapazität, um 85 Kunden damit, äh, zu versorgen. Oh mein Gott. Die kaputte Nase, das ist gerade ärgerlich. Richtig ärgerlich. Es gibt keine Ärzte. Arbeiter mit Universitätsabschluss. Oh Leute, ey. Ich kriege irgendwann einen Herzinfarkt. Ha. Hier arbeiten ja meinten schon mal die Ersten drin. Auch wenn nicht genug Daten jetzt dafür verfügbar sind. Die haben hier Kinos, die haben hier, äh, Sporthallen, die haben hier, äh, die haben Tennis, die haben Fußball. Ah. Hoppala. Müssen wir mal meine Brille aufsetzen. Jetzt fehlen da Mitarbeiter. Ich bin echt am überlegen, ob das immer noch die Nachwirkungen sind, von da, als die Heizung uns ausgefallen ist. Wisst ihr noch, manche von euch vielleicht, als die Heizung auf einmal komplett weggeschossen wurde? Wir werden die jetzt auch noch mal komplett nach oben packen. Hätten wir vielleicht noch Holz, äh, wo es Haft und im Hafen starten sollen? Ähm, ja, aber wahrscheinlich hätten wir gar nicht hier in der Region starten sollen, aber das ist halt die Sibirien-Map, die ist ein bisschen blöd. Da gibt's hier nicht, da haben wir nur diese Nähe hier. Woanders hätten wir hier nicht gut starten können. Ähm, beziehungsweise, da, bei dem Rest waren zu wenig Kohle. Ihr seht's ja hier, das ist nur Gebirge. Nur Gebirge. Egal, wo ihr euch hinbegebt. Also das ist eine der schwierigsten Karten, die ihr, glaube ich, hier drin spielen könnt. Ich würde sogar sagen, das ist die schwierigste Karte, die man hier in dem Spiel spielen kann. Ich würde mich festlegen. Guckt euch das mal an. Das ist, hier könnte man noch gut siedeln. Hier könnte man noch gut siedeln. Ja. Aber trotzdem, Terrorpunk, grüß dich. Trotzdem würde ich sagen, das hier ist die schwierigste Karte. Das hier ist die schwierigste Karte. Ich finde die Map auch schön. Aber die ist auf jeden Fall die schwierigste. So von dem her, was hier drin möglich ist und was nicht und weiß ich nicht was alles. Wir werden jetzt gleich leider nur sehr wenig Geld machen mit dem, mit dem, mit dem Brettern. Haben mit Holz an der Grenze angefangen und haben auf Öl erweitert im Realistik-Modus. Ja, Öl versuchen wir ja auch gleich zu holen. Dafür müssen wir aber immer noch die Geologie erforschen. Das ist im Moment noch das größte Problem, was wir bei uns in der Region haben. Ich hoffe, dass wir das jetzt gleich mal ein bisschen ausgeglichen bekommen. Aber schwör, Brudi, harter zweite Teil zu machen. Gefahr, kaum besser zu wehren. Große, äh, Fallchance. Drückt die Daumen. Lasst euch Zeit. Mashallah. Ich hoffe, dass die sich da auf jeden Fall Zeit lassen. Hooded Horse sollte sich da, glaube ich, sollte, äh, da, glaube ich, auch ein großes Interesse dran haben. Äh, das hier ist ein kleines Geschäft. Das heißt, wir brauchen noch einen kleinen Lebensmittellmarkt. Das heißt, wir nehmen den. Ah, nee, den hier. Den will ich nehmen. So, und den setzen wir uns dann hier hin. Hat doch gerade gepasst. Hier. So, und dann können wir nämlich hier nochmal gucken, dass wir das nochmal ein bisschen verbessern werden. Und dann setzen wir dort einen hin. Setzen wir hier einen hin und hier. Und dann geht es nochmal dort nach oben. Und darüber, dann haben wir das auch. Lebenserwartung 38 Jahre, ganz schön wenig. Ja, die Ärzte sind ja alle bei uns weg. Zwölf Grad und schon schmilzt der Schnee. Jetzt haben wir vier Grad und der Schnee schmilzt. Ich glaube, da muss nochmal ein bisschen dran rumgearbeitet werden. Irgendwo war da ein Fehler. Ein Fehler in der Anzeige. Ich denke, da war ein Fehler in der Anzeige gerade eben. Aber das? So, Schnee ist weg. Sehr schön. Das hat auf jeden Fall einen guten Einfluss auf uns. Gucken, wie das jetzt hier aussieht. Ja, die kriegen die alle gut versorgt. Sehr schön. Straßenanbindung, gemeldete Straftat, die nicht kontrolliert wird. Hier müssen immer noch fehlen, das Polizeipersonal ungefähr... Das Thermometer wurde gehackt. haben wir irgendwo... Wie viele passen da rein? 50. 15, 15. Okay. Dann werden wir das jetzt hier. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag. Und in der Schule arbeiten. In der Schule passen 30 rein. Das heißt, von 50 sind 1% 0,5. 2% sind einer. Eine Person eine Person sind 2%. So. Ja. Also 30% 30% und 36%. So. Tiger Yeti, moin und vielen lieben Dank für dein Sub in 12 Monaten. Ein Jahr! Vielen lieben Dank. Dankeschön. Das Schnee richtet sich nach die Monate und nicht den Thermometer. Das wäre aber blöd, weil wenn die Thermometer nach oben gehen und die keine Heizung mehr brauchen, würde aber trotzdem noch unsere Schneeflüge arbeiten. Also das wäre dann irgendwie auch schade. Also irgendwie sollte die... Muss die Wirtschaft dann... Also bei dem Spiel sowieso. Weil das Spiel setzt sich auch Fehler drauf. Ich denke mal, da ist irgendein... Ich denke auch nicht, dass das im Sinne der Entwickler jetzt in dem Fall ist. So. Das heißt, wir kaufen uns jetzt hier auch nochmal ein paar hinzu. Wir werden uns jetzt erstmal um die Grundbedürfnisse insgesamt kümmern. Die Bürger konnten kein Krankenhaus besuchen. Ey, guck mal, denen geht es so gut. Die haben nur ein Problem mit der Kirche und der Spiritualität. Und hier wohnt niemand. Rudolf, guten Morgen. Aber das Minus gab es vorhin auch bei der Gradzahl. Ich glaube wirklich, dass das hier mit dem mit dem Verkäuferanzahlen zusammenhängen. Jetzt mittlerweile ist es deutlich besser. Nach dem langen Winter. Ja Gott sei Dank. Endlich mal, ne? Ich glaube, jetzt ist es nochmal... Jetzt ist es, glaube ich, wirklich ein bisschen besser geworden bei uns. Es ändert sich. Kind gestorben. Zweimal. 143 Mal konnte kein Krankenhaus besuchen. Ja, dann müsst ihr euch bewegen. Also ich kann jetzt ja auch nicht alles für euch machen. Dankeschön für den Follow. Sehr, sehr lieb. So, Gesundheit der Bürger zu niedrig. Ja, wir werden ja die Kliniken verbessern. Schakal vorhin schon wunderschönen Sonntagmorgen natürlich auch noch nicht. Hallo. Haben wir noch irgendwas, was wir hier vielleicht verbessern könnten für... Äh... Fürs Krankenhaus, Notfall, Feuerwache. Eine kleine Klinik hätten wir halt noch. Könnten wir noch irgendwo zwischenpacken. Aber auch da ist das Problem. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal dafür sorgen, dass wir ein bisschen... So. Jetzt gleich haben wir das dann schon mal erreicht. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal gut zu tun gehabt. So, den lassen wir jetzt schnell zurückfahren und gucken uns mal an, was dann da drin passiert. 20 Arbeiter ohne Job. 20 Arbeiter ohne Job. Wir müssen jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer hier. Wo ist die Zeit hin? Vielen lieben Dank, Schakal vorstuhren. Es hat im 22. fortlaufenden Monat. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Sehr, sehr lieb. Vielen, 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 vielen. 22. fortlaufender Monat. Das sind 44 Mark. Forsten die Wälder eigentlich auch wieder auf? Nö, die müssen wir, glaube ich, selber pflanzen. Neutronk, moin. Ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag auch an dich. So, wir müssen jetzt gleich mal dafür sorgen, dass ein paar wieder was bekommen. Zeigt den Bereich an. Gibt möglichst Probleme auf der Route. Warum gibt es denn da ein Problem auf der Route? Diese Spiele, ne? 18 Arbeiter ohne Job. So, 15, 15, 5. Sind 35. Hier drin leben 110 Menschen. Das heißt, wir gehen in der Kneipe mal ein bisschen raus. 110. Ein, ein Prozent sind 1,1. Also, 5, 6 Prozent reichen bei dem. So, 6 Prozent in die Kneipe. Dann ist das komplett voll. Wasseraufbereitung arbeiten 10 Leute. Das heißt, das sind dann 11 Prozent. So. Dann können wir noch mal da oben welche hinschicken. Arbeitslosigkeit gibt's im Sozialismus nicht. So schaut es aus. Die Hochgebildeten sollen ja alle immer noch hier arbeiten. Arbeitet gefälligst im Krankenhaus. So. Es gibt immer noch 11 Personen, die arbeitslos sind. Ah, okay. Wir rechnen nochmal durch. Also, 110 Personen. Von 110 Personen sind, also, 1,1 ist 1 Prozent. Wir brauchen 5. Also brauchen wir 6 Prozent in der Kneipe immer noch. Haben wir. Hierfür brauchen wir 10. Also brauchen wir 10 Prozent. Haben wir. Das heißt, dann haben wir hier unten, dann nehmen wir nur 15 Prozent rein. Das müsste ja ungefähr genauso passen. 1,1 können wir fast eine 1 zu 1 Abdeckung hier durchführen. 18,8. So. Jetzt sollte es alles verteilt sein. Jetzt arbeiten hier der Maximum 5 Leute. Hier müssen 15 Leute arbeiten. Hier müssen 15 Leute arbeiten. Hier arbeiten dann 10 Leute und hier arbeitet dann der Rest. Und da fehlt dann eine Ressource irgendwie noch mit dazu. Wir arbeiten in 3 Schichten, also alles mal 3 rechnen. Arbeiten die wirklich in 3 Schichten? 20, also 60 Prozent. VT, grüß dich! Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ein Arbeitstag hat 8 Stunden. Okay. Also müssen... Oh Gott, jetzt müssen wir nochmal überlegen. Das heißt, wir müssen... Aber arbeiten die Tag und Nacht? Moment, da müssen ja... Dann reicht ja ein Gebäude nicht mal aus, um die hier zu unterhalten. Das geht ja irgendwie nicht ganz auf, oder? Da müssten ja hier 45, hier 45. Jetzt lass mich doch mal hier 45, so. 45, so. 10. Dann dürfte ja keiner arbeitslos danach sein. Ich soll mal lieber 24 Stunden arbeiten für die Sowjetunion. Ist so, Loki, moin! Da war vorhin kein Schnee, die haben einen kolumbianischen Papierflieger abgeschossen. Ah! Da freut sich die Raucherlunge. Ach, bei mir im Ruhrgebiet hat er auch keine Probleme gemacht. So, wo hat der jetzt Probleme? Warum kommt der nicht raus? wegen der Brücke? So. Scheiß Brücke. Es geht los! 2000! Yeah! Wir sind reich! Wahrscheinlich hat die 2000 bis dahin weggeschrubbt schon. Aber immerhin, da ist es! Unsere Oh Rangestan, Oh Rangestan, du bist so schön und zeigst, was du kannst. Zum Ablegen unseres Schiffes, alle salutieren an den Frachthafen im Namen der Volksrepublik Rangestan eröffne ich dieses Flussfrachtschiff und nenne es feierlich Nilfährt ohne Nil. Meine Damen und Herren, Nilfährt ohne Nil sticht in See, bevor jemand anderen sticht. Ja, sehr schön. Sabas, vielen lieben Dank für dein Zapp im 28. Monat. Vielen lieben Dank für die Langzeitunterstützung. Krass. Vielen lieben Dank dafür. Und Hermann Josef, Dankeschön für dein Zapp im 8. Monat. Einen wunderschönen guten Tag auch an dich. Immer wieder toll hier. Danke für die gute Unterhaltung. Danke Team Ranger. Ich danke dir, dass du da bist. Warte mal, das Holz ist ein Dollar Mehrwert, oder? Stimmt! Da wollen wir natürlich den kapitalistischen Klassenfeind dann lieber unterstützen. Du musst noch die Visa-Ausgaben für Touristen erforschen. Das ist ein Dollar Mehrwert. Je oller, desto dollar. Das heißt, wir nehmen das jetzt hier mal raus. Wir nehmen den hier. Und entladen dann Retter. Warten ist leer. löschen den Halt. So, sehr schön. Huch. Ich hab schon wieder mein Schiff verloren. Ja. Iiii, wie sieht das denn aus? Was machst du denn jetzt? Okay. Und da kommt Nil, fährt ohne Nil zurück. Kurzer Aufenthalt außerhalb der Grenzen von Rangers Tarn. Nun. Die Preise ändern sich halt. Während der, während der da hinfährt, ist die Inflation schon zugeschlagen. und ist erstmal wieder 100 Dollar weniger wert das Holz. Nun, naja. Na ja. 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 Ähm. So, okay. Das heißt, hier sind jetzt erstmal alle voll ausgestattet. Gemeldete Straftaten, die nicht kontrolliert werden. Dann haben wir jetzt einmal. Äh, da müssten dann 60 arbeiten, da müssten 30 arbeiten. 30 von 110. Wir machen nochmal hier, wir füllen nochmal schön auf. Wie viele Leute sind denn hier gebildet? 60. Das heißt, wir füllen jetzt anders auf. 60 sind gebildet. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall von denen hier 60 Prozent, die an der TU arbeiten. Und dann bei den anderen nehmen wir 2020. So, sehr schön. Das sollte jetzt hoffentlich auch passen. Joe Fang, danke schön für deinen Sub im elften Monat. Vielen lieben Dank. Danke schön. Danke. Vielmals. Ne, der fährt jetzt, der fährt jetzt hier hin. Aber wir wollen ihn jetzt hier hinfahren lassen. Deswegen zu diesem Halt bewegen. Jetzt dreht der wieder einmal. Ja? Ich hoffe, der dreht jetzt einmal. Nö. Ja, komm, dann fahr einmal bei uns wieder rein. Dann ist es halt so. Da können wir jetzt auch nichts gegen ändern. Dann ist es jetzt halt. Irgendwie müssen wir ja das machen. Nicht? Das heißt, wir haben auch hier jetzt alle gut zugewiesen. Wobei wir hier eigentlich 30 Prozent beuchten. Aber, naja. Wir wollen jetzt, wie gesagt, mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Wir haben ja hier jetzt ein paar Leute. Worin werden die eigentlich ausgewählt, die Mitarbeiter? Wird hier überhaupt im Auditorium die auf Professoren warten? Wir brauchen noch mehr Regierungsloyalität. Das mit der prozentualen Vergabe, das hilft auf jeden Fall schon mal deutlich mehr. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Jetzt werden wir das mal folgendermaßen machen. Und zwar werden wir jetzt das hier zuweisen. Da werden wir uns dann auch nochmal 30 Stück holen. Die werden dann jetzt alle hier drin arbeiten. Unser Müll ist übrigens voll. Und hier von denen 20 Joa, passt auch. Sehr schön. Ich hoffe, der fährt jetzt gleich wieder los. Ja, der fährt wieder los. Okay, Raby, moin. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hiermit machen. Jetzt haben wir nämlich ganz viel. Wir konnten weder Lager noch exportieren. Wir haben jetzt ganz viel Müll bei sich drin. Ganz viel Müll. Wir können noch Müll exportieren, oder? Lass uns mal kurz gucken. Können wir den Müll verbrennen und den Strom verkaufen? Oder kommen wir den Müll direkt verkaufen? Ich will jetzt gerade mal gucken, ob wir hier, ob wir hier Müll mit transportieren können, dass wir die irgendwie rausbringen können. Einfach ins Meer geben. Metallschrott. Metallschrott halt. Rosbauen, Uran. Alkohol, Alkohol, Mechanik, Kleidung. Sieht nicht so aus. Da fehlt wohl ein Müller. Badum. Badum. Tss. Ne. Also mit, hiermit können wir das nicht, können wir das nicht transportieren. Hiermit können wir keinen Müll rauskarren. Aus was besteht denn der Müll? Müll, Müll, Sondermüll. Doch weiß ich, was ich will. Ich will dich Wo bist du? Sag mir, wo bist du? Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 eiskalt Lässt du mal... Mein Gott 100% brennbar steht da Wie ihr das immer seht Bauschutt über 50%, 20% Asche Steht da 100% brennbar Und damit guten Morgen, so sieht's aus Sir James Red, vielen lieben Dank für deinen Sub im 16. Monat Ich glaube, ich brauche neue Lautsprecher, die werfen komische Geräusche aus Du meinst wohl, du willst sie noch besser hören Die Klinge von Ranger Ähm... Wo steht das denn mit dem... Mit dem... Mit dem 100% brennbar Haben wir dafür irgendwas? Wärmetauscher? Nee, haben wir hier beim Müll irgendwas dafür? Müllbar... Also wir haben jetzt erstmal Kies Recycling Unter Verarbeitungseffizienz Ah Ja Müllverbrennung, klein Aber das ist ja auch die Müllverbrennung, die wir hier haben Also die sollen das ja verbrennen Ob das mein erster Durchlauf ist? Nee, das ist nicht mein erster Durchlauf Das wären wir wahrscheinlich noch gar nicht hier an der Stelle angekommen Für Müllexport bezahlst du Geld, außer für Metallschrott und Müllimport Mh, ja Aber ich würde da gerne irgendwo hinkarren dann Müllhalde Wir müssten halt... Also wir müssten eigentlich, müssten wir die Müllverbrennung in groß bauen Oder wir brauchen ein Schuttlager Wo wir den Müll lagern können Warum sollte ich denn die kleine Müllhalde bauen? Anstatt die Müllhalde Wenn die gratis ist Hä? Achso, weil da keine Bänder dran sind Öl mit Beifer Groß Wir könnten ja Könnten ja hier nach hinten rausgehen nochmal Moment mal Also wir gehen nochmal nach hinten raus Äh Wir wollen die Ebene mal erweitern Die Klippen hier werden wir Ja, wir werden das alles zum Wohle von Rangers taten Werden wir das natürlich alles hier erweitern Dass es auf einer Höhe ist Ach, das hat einfach sehr lange Zeiten dann Okay, verstehe Das normale Ein-Ebene geht ja relativ schnell mit dem, was wir haben Aber sobald es dann halt an die Berge geht Dann wird es kritisch für uns Dann wird es kritisch für uns Die Leute versterben durch die Umweltverschmutzung Ah, es ist durch die Umweltverschmutzung Also Mitten in Karnab steht eine Müllverbrennungsanlage Die Leute da sterben auch nicht Glaube ich In Essen Karnab Werden das dann hier nochmal nach oben bringen Ich glaube, die produziert jetzt aber noch nicht so viel Lass die jetzt hier wirklich sterben bei uns Diese Expertise im Terraform Ja, über lange Zeit jetzt hier antrainiert Genau, die Leute sollen froh sein, dass sie leben dürfen In der Utopie Wir haben vorher nun sozialistische Lotterie durchgeführt Genau, alles ist an Außer Realismus und Wartung Ich kann euch das kurz zeigen Spieleinstellung haben wir ja hier Hier, alles an Auch Umweltverschmutzung Endlich werden wieder Berge abgetragen Ja, genau so Koko Meinst du, wie ich mich dabei fühle Wenn ich hier schon wieder in die Berge reinarbeiten muss Ich werde bald traurig Hast du ein Saisonengebäude für Verschmutzung? Wir haben noch nicht mal Geologie bislang erforscht Und wir sind froh, dass wir überhaupt schon das Feuer bei uns entdeckt haben in der Stadt Aber man muss ja auch mal Man muss ja auch mal anmerken Wir sind noch nicht so fortschrittlich, wie wir gerne wären Und Alinator Wunderschönen guten Morgen auch an dich Hallo So Wenn ich jetzt Wantan Hat tatsächlich schon der örtliche Chinamann bei mir gesagt Deswegen einmal kurz Falls ihr neue sein solltet und solche Spiele mögt Lasst doch gerne ein Follow hier Weil bei uns kommen in 90% der Fälle Nämlich genau solche Spiele Ihr seht hier zum Beispiel einen typischen Programmplan bei uns Gestern gab es Pioneers of Pagonia das große Mining Update Heute Workers and Resources Das ist im Moment ein Durchlauf, den wir haben Morgen werden wir uns Galactic Civilization 4 anschauen Da werde ich auch 5 Giveaway-Keys vom Entwickler dabei haben Und Dienstag schauen wir uns das neue Victoria 3 DLC an Also wenn das was für euch ist Dann gerne ein Follow hier lassen Und außerdem immer wieder gratis, kostenlos Die besten Flachwitze auf Twitch genießen können Das ist der Programmplan für die restlichen Stream-Tage, die wir noch haben So Alter, der war gut, oder Hounskar? Der war richtig gut Der heilt auf jeden Fall auch nach So Habe mein Fast Rage Quit auf YouTube gesehen Letzte Woche war Das hier hinten, das war's Letzte Woche war wild Oh guck mal, die Bäumchen wachsen schon Letzte Woche war wild, sagen wir es mal so Es sind Dinge passiert Die man nicht mehr beeinflussen konnte So, dann nehmen wir den hier Wie teuer ist denn der überhaupt? Wie teuer ist der überhaupt? Wenn ich den jetzt hier hinsetze Moment, er hat gerade perfekt gepasst Ist der kostenlos? Ach, ich habe den gerade auf Bau noch Oh Mann, jetzt muss ich den nochmal umändern 20.000 Habe ich mir schon gedacht, Udo Ist in jedem Stream so bei dir, ne? Ist in jedem Stream so bei dir So Du bist nicht zufällig beim nächsten Game of dabei Ähm Dankeschön für den Follow Theoretisch, ja Dadurch, dass Deutschland aber gestern gewonnen hat Wahrscheinlich nicht Weil ich, äh Nämlich Eigentlich immer mit meinen Freunden zusammen Die EM gucken möchte Und, äh Da muss, da muss ich mein Privatleben Da will ich mein Privatleben nicht hinten anstellen Ähm Ich glaube, das Ich glaube, das versteht ihr hoffentlich an der Stelle Sonst wäre ich dabei gewesen als Indien Als Rangit Dankeschön für deinen 13. Monat Selina, hallo Und McLocker, hallo auch an dich Wie läuft das, äh Der Bau des sibirischen Kurortes Na Äh Äh, was noch interessanter als Fußball Äh Also für mich ist nichts interessanter als Fußball Ich bin großer Großer, 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 großer Fußballfan Wirklich Riesengroßer Fußballfan Sehr cool So hat's gepasst Hätten die Ja, genau das habe ich mir Gestern gedacht Hätten sie mal auch eine Tourenhalle gebaut In Dortmund Du bist, was uns am Leben hält Fußball ist das Geilste auf der ganzen Welt Ja Ich habe die Begeisterung für Fußball nie verstanden Mhh Also die Sache ist ja Man muss es ja nicht verstehen Aber man kann es vielleicht dann verstehen Wenn man es nicht mit Fußball vergleicht Sondern wenn man es mit anderen Sachen vergleicht Beispielsweise Streams gucken oder ähnliches Das ist halt einfach nur Das ist einfach Ich glaube ein Großteil Immer von Von Pro-Fußball Gegen Fußball Bezieht sich immer darauf Ja Fußball Fußball Aber man muss es halt einfach mit anderen Bereichen vergleichen Zum Beispiel wenn ihr gerne Cricket schaut Wenn ihr gerne Tennis schaut Wenn ihr gerne Snooker schaut Handball Football Keine Ahnung was Irgendwas Ihr könnt mit Ihr könnt das eigentlich mit allen Sachen dann vergleichen In dem Bereich Verwende Einwegsverbindungen Wenn eine Verbindung zu einer Müllverbrennung besteht Wartet mal Jetzt muss ich ja einmal kurz hier hingehen Und ich muss einmal das hier Muss ich umändern Ich muss nämlich Das hier als neues Quellgebäude angeben Dann muss ich mir nochmal Gerichtete Dann muss ich einmal den hier nehmen Den muss ich abreißen Dann muss ich das nämlich In eine Richtung einmal kurz Hä? Geht das nicht? Mensch Zusehen wie er langsam Ja wahnsinnig Wir liegen eben Hä? Achso So So Haben sie die Mahlzeit Wenn du Streams guckst Da kostet das aber andere nicht Millionen Du findest keinen Parkplatz mehr Den kostet es Millionen Die Städte freuen sich Gelsenkirchen ist das einzige Warum Gelsenkirchen noch nicht noch höher verschuldet ist Das ist Schalke der einzige Grund Das ist schon schlimm genug eigentlich Weit in Bits Wunderschönen guten Tag Hallo Hier mussten wir nur eine kurze Strecke Also kurze Strecken reichen auch ohne Stapler Dann können wir das auch hier entpacken So Du kommst die Asche nicht aus der Verbrennungsanlage Hä? Wartet mal Also Wir holen uns gemischten Müll rein Und haben zum Exportieren gemischten Müll Aus einer Zusammensetzung von 50% Bauschutt Und über 20% Asche Das heißt wir haben jetzt hier ein großes Lager Das wir eigentlich So rum verbinden müssten Und stattdessen brauchen wir Ein Aschelager Oder ein Lager für Absatzcontainer Ich bin nur hier weil Ranger guten Geschmack beim Fußball Nicht weil er dieses Spiel spielt Ja? Ein Chaos Propheten glaube ich Ähm Okay wir müssen jetzt also Wir müssen jetzt also das hier einmal raus transportieren Das bedeutet aber auch Moment wir geben nochmal kurz Das hier als Quellgebäude an Jetzt haben wir das Problem Wenn hier allerdings Asche hingepackt wird Nur lagern von Dass der dann vielleicht So Schätan grüß dich Nee 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 Ach man Wir müssen Bauschutt rausbringen Aber nicht auf die Müllhalde Doch Aber der packt sich nicht raus Warum nicht? Zukucker grüß dich Wir nehmen also nochmal Wir brauchen die Müllhalde Auf der Asche Weggehauen wird Ist das egal welche Müllhalde wir nehmen? Ja ne? Das heißt wir nehmen jetzt zum Beispiel Die Müllhalde Und das heißt also Ähm Das war's. Hier ist irgendwas, ist da jetzt gerade drin gelagert. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade drin gelagert ist. Ich glaube Asche oder so. Die packen jetzt in den gemischten Müll rein. Also der gemischte Müll wird jetzt hierhin gepackt. Der wird draußen gelagert. Das heißt, wir brauchen jetzt Absetzcontainer zum Export hier. Also brauchen wir einen Müllplatz, auf dem wir Absetzcontainer hinpacken können. Lager für Absetzcontainer groß, den wir beispielsweise dann, ich sag jetzt mal fiktiv, hier hinsetzen. Und dann damit verbinden können. Oder? Weil einen Sortierer haben wir noch nicht. Einen Sortierer haben wir noch nicht. Und wegfahren können wir den nicht. 3,2 Tonnen. Wir gucken mal kurz hier oben. Habe ich hier, kann ich da Metallschrott, Bio-Schrott, Bio-Müll, Plastik-Müll, Sondermüll. Müllkippe, Müllkippe, Müllkippe. Offenes Lager, Fabrik, Aluminiumschrott, Schrott, Bauschutt, Schüttlager. Hartes Gebäude, Schüttlager, 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 Schüttlager. Wasser, Abwasser. Morgen zusammen. Für die, die es wissen wollen, ich erkläre mal mein Leben mal in einem Wort. Hä? Mr. InaCover, grüß dich. Wir müssen die wegfahren. Ja, wir müssen die zur Grenze fahren. Entweder machen wir irgendwo ein großes Lager auf, wo wir die alle hinpacken. Oder wir müssen die zur Grenze fahren und dann dort Geld für bezahlen. Dass wir den Müll dort wegbringen dürfen. den gemischten Müll. Ha. Wie teuer ist der? Der war doch gerade ein Preis, oder? Pro Tonne sieben Rubel. Ah, gut. Der Nazcon, grüß dich, hallo. Ich habe gestern schon einen Flugplan nach dir ausge... Wo warst du? Nein, alles gut, einen wunderschönen guten Tag, hallo. Wunderschönen guten Tag. Äh... Alles auf die Nachfolge... Ja, klar, das könnten wir auch machen, aber wir haben so wenig Platz. Werden sie durch Nahe Industrie sterben? Ach, Cannab hat auch niemanden geschadet. Okay, wisst ihr was? Ich gehe mal ganz kurz eben ums Eck. Ich gehe mal ganz kurz eben ums Eck. Ich muss mal eben kurz die Situation hier reflektieren, wie wir das jetzt machen. Ich bin sofort wieder zurück und dann machen wir sofort weiter, okay? Also, ich bin sofort wieder da. Was ich mir überlegt habe, damit wir dagegen vorgehen können, ist, ähm, dass wir die Industrie rauspacken, vergrößern und hier hin bauen. Aber, ähm, wie bekommen wir die Leute da raus? Das ist halt die größte Frage. Hm. Bus. Meinst du, wir sind damit schnell genug unterwegs, um den Bus ordentlich rauszubekommen? Das ist halt die Frage. Hoppala, wo sind wir denn jetzt hingesprungen? Heidewitzka! Wo ist Rangers-Tan? Wir haben Rangers-Tan zerstört. Da. Hä? Ich glaube aber, dass wir das wirklich hier hinbauen müssen. Deswegen werde ich jetzt mal anfangen, hier den Bereich, da werden wir uns mal, hm, wir werden jetzt wieder ein bisschen Terraforming betreiben. Yay! Terraforming! Terraforming mag ich am allerliebsten! Oh, Doc! Ich könnte auch Bugs Bunny synchronisieren. So, dann haben wir das nämlich und dann können wir jetzt anfangen. Macht euch bereit für Madranger. Mhh, lecker mit Zwiebeln und Salz und Pfeffer. Der sogenannte Madranger. Also hier werden wir eine kleine Kante hinbauen. Eine kleine Kante, so nannte man mich auch damals in der Schule, in der vierten Klasse. Wer formt das Terra? Terra Invicta. Terra Invicta ist auch ein terroriges Spiel, ne? Könnte niemand, äh, könnte niemanden irgendwie richtig überzeugen. Aber ich finde, da haben auch die Entwickler ein bisschen ihre Wurzel, äh, verlernt. Da, warum sie sich nicht auf das konzentriert haben, was sie bei XCOM als Mod gemacht haben, ich werde es niemals verstehen. Naja, aber wer bin ich? Also ich favorisiere ja mit Brötchen. Wett immer nur mit Zwiebeln. Also, damals. Wobei das Fleischlose von Rügenwalder Mühle auch gut ist. Das Fleischlose von Rügenwalder ist echt gut. Habe ich auch probiert. Ich probiere immer sowas. Wisst ihr warum? Weil ich immer gerne meinen Horizont weiterbilde. Und, ähm, ich bin zum Beispiel immer jemand, der sagt, okay, ich kann mich jetzt nicht über Fleischlose oder Fleischalternativen oder ähnliches beschweren. Ähm, solange ich sie nicht selber probiert habe. Der Großteil schmeckt mir persönlich selber nicht. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, Löwenanteil sind die ersten, bei denen ich wirklich auch die fleischlosen Alternativen sehr lecker finde. Ich habe aber Green Force noch nie probiert. Das, oder nur mal, ich glaube, bei einer Sache probiert. Das war ganz gut. Da würde ich gerne nochmal nachprobieren, wie das da so ist. Aber wenn es anderen Leuten schmeckt, ey, go for it. Und das Rügenwalder Mett fand ich zum Beispiel auch sehr gut. Oh. Van Mett Tasting. Da gibt es sowieso nur das Gute vom Metzger. Green Force kann ich aber nur empfehlen. Haben sehr viele gesagt. So. Van Green Force als Sponsor. Ja, dafür weiß ich ja... Also, wenn es schmeckt, könnte ich mir das vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob das die Zielgruppe hier wäre. Ich glaube, die Erböcklunder. Das Fürstchen vom Lande. Selbe Sponsor wie Schalke. Besser geht es doch nicht. So, dann werden wir das jetzt hier alles einmal kurz noch ein bisschen einebnen. Damit das ein bisschen schöner aussieht. Das Ganze hier drumherum. So. Und dann nehmen wir einmal hier den großen Bereich. Damit wir uns hier nämlich jetzt nochmal ein bisschen besser hinbauen können. Ich das Faultier. Vielen lieben Dank für den Wechsel deines Subs. Sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Ja, genau. Man muss halt einfach... Man muss halt einfach wissen, was man da erwartet. Die Sinalco schmeckt... Die Sinalco schmeckt... Die Sinalco schmeckt überhaupt nicht, leider. Also, mir gar nicht so gerne. Wann endlich Raid Shadow Legends? Also, Raid Shadow Legends... Genau, nutzt bis dahin einfach den Code von Yvraldis für Green Force. Oder Löwenanteil. Raid Shadow Legends bezahlt richtig gut. Richtig gut. Also, falls ihr euch mal fragt, warum so viele Leute für Raid Shadow Legends Werbung machen. Die scheinen mit ihrer Online-Plattform sehr gutes Geld zu verdienen. Die bezahlen exorbitant hohe Preise. Exorbitant hohe Preise. So, das heißt, wir werden jetzt hier hinten unsere Abfallindustrie hinpacken. Ich will direkt... Ich will... Think a bag. Wie teuer ist das? Ne, wir wollen das in Dollar. Hundertfünfunddreißig... Tausend Heroes. Dollar. Alter. So viel. Meine Kanaster spielenden... Meine Kanaster spielende Rasselbande. Da kriegen wir keine Straße hoch. So. Dann nochmal die Landschaft glätten. Das ist halt immer ein Spiel, bei dem man sich Zeit nehmen muss. Aber ich glaube, wer hier auf die Stream-Kategorie geklickt hat, Workers and Resources, der weiß auch, dass man sich hier für Zeit nehmen muss. Oder man ist Ranger, oder man folgt Ranger auf einmal, weil der irgendwann mal, weiß ich nicht, was gespielt hat, und denkt sich... Hui. Ist aber... Aber interessant. Ist auch interessant. Eine andere Infrastruktur ist im Weg. Aber das will ich ja. Gibt es in dem Spiel eigentlich die Auswirkungen der Klimaerwärmung? Also mehrere Spiele anschicken? Ne, dafür ist es noch zu früh. Sagen wir so. Dafür ist es noch zu früh. Ranger verschenkt schon wieder Platz. Hallo. Guckt euch mal die Karte an. Außerdem verschenke ich keinen Platz. Da kommt jetzt gleich was anderes hin. Nämlich meine Faust, wenn du nochmal was sagst. Ein kleiner Scherz. Ich fand ihn witzig. Warum lache ich da drüber so? Ach, ich habe so einen stumpfen Humor. Ehrlich. Ach, Mann. Warum habe ich so einen stumpfen Humor? Ich will nicht so einen stumpfen Humor haben. So, okay. Wiege fälle zu steil. Es muss ja niemand lachen. Hauptsache, ich habe gelacht. Das ist das Wichtige. Man muss auch einfach mal, muss einfach selber über seine Witze lachen können. Dann lacht wenigstens immer eine Person. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt hier noch nicht so... So. Ich muss öfter ins moderne Theater gehen, ja. Wo seriöse Strategie? Wo seriöse Strategie? Wo Victoria 3 Prozentzahlen zählen? Dienstag. Dienstag. Mit dem neuen DLC. Ganz schön, jetzt wirklich Dienstag. Äh, so. Lager für Absetzcontainer. Das heißt, wir gehen dann jetzt hier hin. Das ist groß. Ja, moin. Schlechte Witze, gute Spiele. Muss ich dabei sein. Mag beides. Sehr schön. Herzlich willkommen, Phil. Einen wunderschönen guten Tag. Wir brauchen einen Busbadenhof, ja? Komm, Freddy. Busbadenhof bauen. Das ist ne nach... Die hat mich nachhaltig verstört, diese Szene. Bis heute. Grundsätzlich verstören mich immer Szene. Das hat einen Grund, warum ich keine Infrastruktur... Warum ich kein Infrastrukturplaner bin. Das hat einen Grund, warum man das lernen muss. So. Einmal dorthin. Vielen Dank für den Foto. Sehr, sehr lieb. Dankeschön. Ach. Eine andere Infrastruktur ist im Weg. Das ist der Sinn des Ganzen. Das soll ne Verbindung... Das lass ich mir hier doch gar nicht... Lass ich mir hier doch nicht vorbeten. Hm. Das heißt, hier wird dann alles angeliefert. Hier wird das verbrannt. Und danach wird es... Wird, 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 wird es, wird es, wird es. Hier können wir das dann hinterher nämlich auch mit dem Zug verbinden. Und es geht schon wieder los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wenn man so... Wir nehmen das hier mal weg wieder. Weil wir können das nämlich noch besser machen. Höher, schneller und weiter. Indem wir das nämlich hier hinsetzen. Da können ja auch Autos hinfahren, ne? So. Das heißt, wir setzen das dann dahin. Das heißt, hier wird das ganze Müllzeug angeliefert. Dann können wir das hier hinpacken. Wir können das aber auch wieder dahin verbinden. Das müsste, glaube ich, gehen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will die Infrastruktur in diese Richtung haben. So. Dann könnte ich das hinterher hier hinter... Hinter... hinterher... Hinterher... Oh, Gottes Willen. Entschuldigung. Entschuldigung. Eieiei. Da hat es mir aber meinen... Kann ich keine zweite Verbindung machen? Dankeschön. Zu lang. Du bist nicht dankeschön für deinen Zapp im 15. Monat. Wir müssen uns mal kurz unterhalten, Leute. Wir müssen uns mal kurz unterhalten. Ähm... Wo kriegen wir den Müll hin? Also, hier wird Müll angeliefert. Können wir den Müll auch wieder hierhin zurückführen, dass wir den mit dem Zug wegfahren können? Fragezeichen? Geht das oder geht das nicht? Nope. Wo müssen wir denn... Wo müssen wir das Müll... Das Müll? Den Müll? Der, die das Müll. Wo müssen wir den hinbringen, damit der... Einfach ins Wasser... Einfach ins Wasser. Verschwommene. Zweites Lager. Das... Das Müll. Der Graus. Wird das, wenn du das wegen der Gesundheit machst, nicht viel bringen? Das Gebäude hat bei Verschmutzung fünf Wolken. Pro Wolke sollte der Abstand zur Bevölkerung 100 bis 550 Meter sein. Zweites Lager. 500 Meter? Aber das reicht doch. Hier gibt es doch ein Entfernungsmesser. Oder? Das ist doch ein Werkzeug. Das gibt es doch hier drin. Gab es hier drin nicht ein Maßband? Sind das 500 Meter? Nach hier auf jeden Fall. Zum Kern unserer Stadt. Unten bei Gelände. Da. So, wir nehmen mal den. Oh. Hä? So. Das hier sind die ersten Gebäude. Knapp unter 500 Meter. Okay. Die Gebäude hier sind mir egal. Wenn ich jetzt von hier aus gehen würde... Könnte ich es hier hinpacken? Könnte ich es hier hinpacken? Da ist schon wieder ein Berg? Da ist schon wieder ein Berg. Na ja. Egal. Danke schön für den Follow. Gut, dann machen wir ein bisschen Terraforming. Gut. Dann machen wir ein bisschen Terraforming. ist deutlich schwieriger. Wegen der ganzen Höhenunterschiede. Na ja. Und sonst so? Wie geht es euch? Bus, ja, ne? Ja, das ist schön. Äh, schön. Ja, bei mir auch, ne? Also, Frau, Kinder, Familie. Okay, dann erzähl mir jetzt mal in der Zeit etwas über den Müll. Weil das Müll-Update habe ich ja damals auch nur so ein bisschen, ähm, so ein bisschen gespielt, als das rausgekommen ist. Deswegen bin ich ja gar nicht so im Müll-Game mit euch gemeinsam drin. Wie ist das jetzt? Also, wenn ich Müll jetzt... Macht das Lager mit dem Zug überhaupt Sinn? Ja, nein, vielleicht. Ich mag Toastbrot. Das Zuschauen tut aber etwas... Ach, hört mir auf. Leute, ehrlich. Hör. Jeder ist in irgendeinem Spiel Profi. Buttertoast, hm? Preach, hallo. Eben finde ich auch schüttern. Noch kein Kraft, der explodiert. Alles Butter. Frischkäsetoast. Toastbrot getoastet oder nicht? Ja, getoastet, wenn dann. Aber, ähm, ich mag Toastbrot. Sehr schön. Brauchen wir das Müll? Müll, der Abfälle. Abfallstoffe aus Haushalt, Gewährung und Industrie, die zum Abtransport in bestimmten Behältern gesammelt werden. Ist das jetzt gerade der Eintrag aus dem Dunen? Ich will wissen, ob wir das Lager brauchen. Oh, Gottes Willen. Brauchen wir das Lager? Während ich hier so ein bisschen Dingeltour. Lindas Chaos, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, ich mag Toastbrot. Sehr schön. Sehr gut. Er ist hier was über Müll, hat er gesagt. Zug, nur wenn es getrennt ist oder du den Müll zur Grenze oder einer entfernten Müllverbrennung bringen möchtest. Lager sind immer gut, also Müllverbrennung macht Asche, die verfliegt von selbst oder keine abtransportiert werden. Also kleines Importlager von der Müllverbrennung passt. Exportlager größer ist super. Ist nur für Export oder für das Wegbringen in eine andere Stadt wichtig. Trennung ist dagegen wirklich wichtig. Der Müll sollte immer sortiert werden, damit nach der Verbrennung nur Asche bleibt, die langsam in einem großen Lager verfliegt. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich verstehe, warum manche Müll ausgemacht haben. Ich kenne manche Creator-Kollegen, die haben Müll ausgemacht. Und ich verstehe, warum. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir das hier hinbauen. Also, dann nehmen wir das hier weg. Das kommt weg. Dann haben wir das gemacht. Das heißt, wir nehmen uns als... Ich würde trotzdem gerne den hier schon irgendwie mit reinbringen in das Ganze. So. ATP, grüß dich. Wie, seit wann wird Müll getrennt? Bei uns nicht mehr. Bei uns nicht. Das heißt, das hier ist jetzt das Exportlager. Für uns. Das ist das Exportlager. Gute alte Export. Dann brauchen wir... Welches Lager... Also, hier drauf verfliegt das einfach. Hier drauf verfliegt einfach die Asche. Auf mystische Art und Weise. Busch. Das heißt, wir brauchen noch ein Importlager. Okay. 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 Verstehe. Okay. Das heißt, wir nehmen uns jetzt eine Müllhalde, Mittel, Entschuldigung, zum Beispiel und setzen uns den hier hin. Beispielsweise hier hin. Müll kann man nicht trennen, weil es hat nur eine Silbe. Hm? Hm? Wieso? Na ja. Ihr habt euch Spaß. Das ist gut. So. 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 Das heißt, als... Boah. Alles muss... Wir brauchen, wir brauchen Strom. Strom ist das nächste. Dieses Spiel ist so komplex. Das ist unfassbar. Wie unfassbar. Mein Auge juckt. Ähm... Einmal hier rüber. Und dann einmal da hochbauen. So. Dann brauchen wir noch Wasser und Wärme. Wasser. Ich habe Wasser. Ich habe Wasser. Und ihr habt kein Wasser. Schön bauzweckmäßig. Ja, wir haben hier leider nicht mehr Kapazitäten für was anderes. Weil braucht das wirklich Wasser? Ja. Ja, braucht es. Ich werde jetzt erstmal das hier alles bauen. Puh. Das ist Sibirien. Das ist, äh... Die bekommt ihr mit dem, äh... Bi... Ne, warte, das ist das falsche. Mit dem, äh... Biome-DLC. Werbung, wenn ihr, äh... Das Spiel haben möchtet. Wenn euch das interessiert, 38% Rabatt bekommt ihr mit Hammer und Ranger mit dem Code. Und halt dafür das DLC 14% für 8,54 Euro. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob das was für euch ist. So. Das heißt, jetzt wird das hierhin gebaut. Das bedeutet also für uns auch, wir werden dann als nächstes einmal für die Möbelkippe, werden wir dann das ganze Zeug hierhin bringen, als nächstes. Sind das nur Maps? Das sind nur Maps. Das sind drei Biome. Das ist einmal, äh... Also ein chinesischer Dschungel, dann einmal eine orientalische Map. Also Wüste. Und einmal hier Sibirien mit den, mit den Gebirgen. Aber das sind vorgefertigte. Das ist kein, äh... Random... Generator. Kein Random Map Generator, wenn man so möchte. Das Gebäude hier müssen wir auch noch bauen. So. Dann passen da... Wie viele passen da rein? 100. Nee, das ist das... Das ist Bauen. Ich hoffe, dass das gut geht, ey. Ich hoffe, dass das gut geht. Klaus, vielen lieben Dank für deinen Zeit im 10. Monat. Dankeschön. Aha! Ich meine, wie schön ist das denn, ne? Wenn man hier dann so steht, dann sieht man da hinten erstmal so einen riesengroßen weißen Betonklotz, der vor einer wunderschönen Kulisse steht. Wie viele Arbeiter drin? Da arbeiten ja nur 25 Menschen drin. Ach, das geht ja. Ach, das geht ja. Das heißt, wir brauchen drei Busse. Wenn man Anno fast zu komplex findet, ist das Game vermutlich nichts für einen, oder? Nee, nee. Nee. Also, es gibt kein komplexeres Aufbauspiel. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Klaus, danke schön für deinen Zeit im 10. Monat. Vielen lieben Dank für die lange Unterstützung. Aber mir würde kein einziges Aufbauspiel einfallen, das komplexer ist. So, das heißt, wir nehmen jetzt Busse, in denen 25 Personen reingehen können. Können auch relativ klein sein und günstig vor allem. Dalinator, dankeschön für deinen zappen vierten Monat. Danke für all den tollen Streams und Unterhaltung. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Dankeschön. Dann genieße ich weiter die Verzweiflung. Ja, die ist bei mir auf jeden Fall groß. Die ist auf jeden Fall bei mir groß. Ist das alles teuer? Ich habe gleich kein Geld mehr. Dankeschön für den Follow. JP Hyper, grüß dich. Man kann ja, ja, aber langsam rantasten. Also hier muss man schon, hier muss man schon einiges an Erfahrung in vielen Aufbauspielen haben, würde ich, würde ich schon, würde ich schon sagen. So, diese Linie möchte ich dann gerne noch auf diesen Bus übertragen. Und die sollen dann bitte auch... Achso, wir haben noch Pause. Wie lange dauert denn noch Geologie? Immer noch so lange. Legumina macht's gut und ganz viel Erfolg. Ganz viel Erfolg dabei. Schön, dass du da warst. Kein Trinkwasser, kein Strom. Warum haben die denn keinen Strom? So. Ich muss die Linie nochmal ändern. Ähm, Linie... Müll. So, Linie Müll. Da muss ich einmal... ...alle Halte entfernen. So, und dann einmal... ...eins... ...und... ...zwei. Jetzt gucken wir mal, dass er hier richtig fährt, hoffentlich. Hat er schon reingenommen. Auf der Map gibt's auch Grenzposten und Zollstationen, ja. Drei Arbeiter. Drei Arbeiter. Der Abstand pendelt sich noch ein. Und die Arbeiter... Nur Arbeiter mitnehmen ist hier in dem Fall egal. Äh, der Bus wird nicht voll. In der Zeit. So, das heißt, wir wollen dann jetzt nochmal Wasser hier hinbringen. Ähm. Wo war der denn denn? Wo ist denn der Strom? Da ist der Strom. Der ist mal an Wasseranschluss direkt daneben liegen. So. Dann können wir nämlich... Hoppala. Von dem Anschluss aus... So, kein Anschluss unter dieser Nummer. Machen wir hier sogar Plus. Ja, weil wir so großartig Holz verkaufen. Gebäude hat kein Trinkwasser, wird gleich geändert. Ich beschleunige mal ganz kurz. So. Keine Arbeiter jetzt. Gleich wird auf jeden Fall auch nochmal... Also Abwasser wird bei uns ein Problem werden. Aber dafür, ne? Da macht sich Zukunftsranger-Gedanken drum. Dann können wir... ...das hier sogar abreißen. Außer das. Das nehmen wir nochmal rüber. Weil das müssen wir hier leer machen. Ähm. Oder kann ich denn die Luft sprengen? Weltverschmutzung verursachen. Egal. Egal. Spiritualität ist auf jeden Fall nochmal ein Problem. Wir gehen jetzt nochmal ab. Was lang? Mein ganzes Dorf ist ein Problem. Oh ne. So schlimm ist es jetzt nicht. So schlimm ist es jetzt nicht. Wir haben die Technische Universität. Da sind wir auf jeden Fall noch einige Leute am forschen. Das ist ja auch noch voll. Wir haben 60 Leute, die hier drin arbeiten. Das heißt, 60% von denen haben wir hier hochgeschickt. Und die anderen 20%, die arbeiten dann hier oben. Die haben jetzt gerade kein Holz. Keine Rohstoffe, die wir hier drin nutzen können. Aber wir haben hier noch genug Holz rumliegen. Auf jeden Fall. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier auch nochmal... Ich glaube, ich kann das damit... Ich glaube, ich kann das damit ein bisschen verbessern, dass da wieder ein bisschen was wächst. Hoffe ich zumindest. Weiß es nicht. Werden wir hinterher schon sehen. Dann haben wir die hier arbeiten. Dort, dort und dort. Da gibt es auch keine Probleme. 20 Arbeiter ohne Job. Das bedeutet... Warum sind 20 Arbeiter ohne Job? Das heißt, ich werde die jetzt hier mal in den... Das ist ja Kindergarten. Wir brauchen also ein paar jetzt hier. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal 45, 45, 10... Ich werde auf 40, 40, 10, 10 runtergehen. Das bedeutet also, ich gehe hier auf 40... 40... Oh, und schaut gerne bei der deutschen Rentenversicherung vorbei. Falls ihr euch für eine Ausbildung interessiert. Im Bereich IT. Der aufstrebenste Bereich, den es momentan gibt. So. Das heißt, die machen sich auf den Weg. Daftikus, guten Morgen. Das heißt, dann gehen die da rüber. In den Kindergarten und arbeiten im Kindergarten mit. Der sollte auch noch relativ gut mit Fuß erreichbar sein. Der Fußbus fährt immer. Sehr schön. Das heißt, als nächstes. Die drei werden... Die... Was heißt die drei? Die Leute werden alle hier hingebracht. Die Leute werden auch alle hier hingebracht. Und hier... Und einer drin. Der kann auch hier hingebracht werden. So. 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 Die sind auch noch zum Busbahnhof. Hier sind uns egal. Die sollen sich irgendwo verteilen. Die gehen ins Krankenhaus. Busbahnhof. Alles klar. So. Und ihr dürft mal selbstständig gucken, wo ihr hingeht. Der hier versorgt die Geschäfte nochmal mit Arbeitern, damit die nochmal glücklich werden. Die hier gehen zum Kohlekraftwerk und zum Bahnsteig. Die hier gehen ins Heizungswerk. Sollte ausreichend sein. Okay. Alles klar. Ein Wain modern. Joa. Joa. Ist deine Meinung zu 25 Euro Workers and Resources versus 50 Euro City Skyline 2.0? Ja. Definitiv Workers and Resources. 50 Euro für City Skyline 2. Äh. Was ist das? Äh. Kann ich dazu nur sagen. Ähm. Wir. Warte mal. Haben wir hier nicht auch Holz hier? Da können wir Arbeiter herholen. Asphalt, Beton, Stahl. Die brauchen kein Holz. Doch Bretter. Bretter, Bretter, Bretter. Bretter nicht zu verwechseln mit Bratern. Und so. Dann haben wir hier nämlich auch Bretter. Da, 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 da. Okay. Dann wollen wir mal unsere... Ja, was wollen wir? Wir wollen alles. Wir wollen das alles und noch viel mehr. Ja, wir machen jetzt hier schon mal Abwasser hin. Workers und Resources sind einfach ausgereicht da auf, wenn City Skyline 2 auf Dauer das bessere Spiel sein wird. Aber das dauert noch ein paar Jahre. Ach. Kann ich auf den. Der hat das auf Spiel... Auf Platz 1 seiner Top-Spiele 2023 gepackt. Der Humboldt. Wüstig-Ecke. Hallo Max. Tschüss. So. Ähm. Wir packen den hier hin. Ich denke, wenn die das nicht verlassen, das Spiel, dann wird City Skyline 2, glaube ich, wirklich ein wunderbares Spiel werden können. Aber dafür müssen sie noch sehr, sehr viel reinstecken. Sehr, sehr viel. Aber so lange würde ich in Workers und Resources das Geld investieren. Ja, du musst halt selber wissen, was du gerne spielen möchtest, ne? Es sind halt schon unterschiedliche Spielkonzepte, auch wenn beides ein City Builder ist. Das hier ist halt wirklich Realismus durch und durch und, äh, auch Quälerei, sagen wir es mal so, an der einen oder anderen Stelle. Man muss schon eine leichte masochistische Ader haben. Ich überlege gerade, wo wir jetzt hier am besten was hinbauen. Deswegen würde auch niemals jemand auf die Idee kommen, zu sagen, City Sky, äh, Workers und Resources das bessere City Skylines. So ein Bait-Titel würde niemals jemand benutzen. Welcher Schwierigkeit wir spielen. Äh, wir spielen, wir haben alles an, außer den realistischen, realistische Bauen. Und Wartung habe ich aus, weil Wartung, weiß ich nicht, brauche ich jetzt gerade nicht. Habe ich, glaube ich, aus, oder? Ja, Wartung habe ich aus. Wartung habe ich jetzt noch nicht, habe ich irgendwie nicht so, nicht so Lust zu verspürt. Ist mir zu autolastig. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber trotzdem könnte es ein gutes, gutes Spiel dann hinterher noch werden. Ähm. Ja. Also ihr merkt ja, wie ich hier drin am Hustlen bin, ne? Was, was ich für Probleme habe. Und auch, wenn ihr immer wieder eure Spießchen macht und weiß ich nicht, was alles. Ich würde mich schon als relativ guten Strategiespieler bezeichnen. Und es bringt mich aber absolut zur Verzweiflung, das Spiel. Im positiven Sinne. Ja. Also von dem her könnt ihr euch dann da ungefähr ausmalen, was ihr so vom, äh, vom Spiel halten könntet. Warum geht das denn jetzt nicht? Haben wir da unterschiedliche Rohres? Ist das eine andere Rohrdicke, die wir da hingepackt haben? Ne. Ist das das mittlere Rohr? Jetzt kann die Ranger nicht mal mehr in Ruhe ein Rohr verlegen. In Rohr! Nein! Bitte sag mir, bitte sag mir, das kriegen wir... Nein! Ach Mann, ey! Das, das... Boah! Abwasser haben auch manche deaktiviert. Aus einem guten Grund. Aus einem guten Grund. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ups. 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 Fühl ich so sehr. Ey, ich verstehe nicht, warum die nicht immer, ähm, mal langsam ein besseres Abrissmodul da reingepackt haben, ne? Bis jetzt war fast pleite, aber dafür sehen die Rohr auch furchtbar aus. Ja, spiel die doch mal auf der Sibirien-Karte. Oh. Alter, warum verbindet sich denn nicht dieses... Ich muss jetzt das ganze beknackte Rohr wieder verlegen. Was soll das denn? Was soll das denn? Dollar-technisch haben wir jetzt nichts mehr. Das heißt, jetzt werden wir wieder zum Rubel rüber gehen. Oh Mann. Alter. So. 0% Arbeitslosigkeit haben wir geschafft. Guck mal. Hey. Der hier kann... Die können nur noch einen... Oh, eine Kneipe ist bei denen das Problem. Und ansonsten Kirche oder Spiritualität. Und bei denen Kultur genießen einer. Fünf Bürger können... Ey, mega. Guck mal. Wir haben sehr viel... Also, wir haben sehr positiv jetzt im Moment alles. Die kommen mit allem klar momentan. Geil. Dankeschön für die Follows. Sehr, sehr lieb. Und, äh... Airwods, dankeschön für deinen Sub im fünften Monat. Alter, vor 15 Minuten. Nein, das habe ich übersehen. Airwods, falls du noch da bist. Entschuldigung. Um Gottes Willen. Wie unhöflich von mir. Ich hoffe, du nimmst untertänigst meine Entschuldigung an. Alter Verwalter. Oh, das ist mir aber selten passiert. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. 0% Arbeitslosigkeit bei 0% Einwohnern. Das ist der Trick. Wir haben... Also, wir haben es geschafft, dass... Deswegen haben wir auch so wenig Geld. Wir mussten sehr viele Leute neu dazuholen, weil wir nämlich im ersten Winter keine Leute mehr hatten. Die sind alle abgehauen. Wir haben es geschafft. Oh, ist das schön. Wie haben wir das denn hinbekommen? Es läuft. War das tatsächlich durch dieses... Durch das hier oben? So, wir ändern jetzt nichts mehr, Leute. Wir ändern jetzt nichts mehr. Wir haben das Spiel durchgespielt. Wir sind durch mit dem Spiel. Durch. Wir sind durch. Ende. Wir haben jetzt... Wir sind fertig. Wir sind fertig. Wir haben es geschafft. Mehr gibt es jetzt nicht. Habe ich aus Versehen was ausgestellt? Warum läuft es auf einmal? Habe ich irgendwas ausgemacht aus Versehen? Nö. Sehr schön. Sehr schön. Das ist ja wunderschön. Wir haben es geschafft. Haha. Cool. Fünf-Jahres-Plan wieder überfüllt. Ist so. Das Geheimnis ist, man muss einfach den Plan ganz niedrig ansetzen. Was ist denn ganz niedrig ansetzen? Mori, hallo. Wer hat aus Versehen eine richtige Entscheidung getroffen. Deswegen läuft es. Haben wir einen Bonus bekommen, als die Partei jetzt gerade hier raufgekommen ist? Kaufst du Kohle über Dollar oder Rubel? Äh, über Rubel. Aber jetzt gerade... Es läuft sogar hier oben gerade. Es läuft sogar hier. Sogar da arbeiten die Leute. Was passiert hier? Entschuldigung? Können Sie mir mal bitte sagen, was hier gerade los ist? Seit wann bin ich... Ich bin brillant. Endlich ist es... Endlich bin ich brillant. Es ist so schön, brillant zu sein. Oh, ich würde gerne allen danken. Vor allem mir selber. Eventuell sind mehr gebildete Menschen unterwegs. Das kann durchaus sein. Wir haben ja die Schule auch. Müllcontainer sind überfüllt. Warum sind jetzt die Müllcontainer überfüllt? Nein! Da ist wieder ein Fehler. Da haben wir noch einen Fehler aufgedeckt. Hier wird nichts gemacht. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, genau. So, Betrieb ohne Probleme. Boah. Okay. Wir haben also... Oh Gott, ich könnte eher meinen Nippel reiben. Ehrlich. So, sammeln. Wir haben die Grundversorgung nach 15 Stunden im Spiel hinbekommen. Jetzt gehen wir über zum... 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 Oh! Es rafft mich dahin. Jetzt gehen wir über zum Kies. So. Damit wir nämlich jetzt ein bisschen Kies verarbeiten können. Da, Kiesgrube. Versorgung steht alle tot. Ne, 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 ne. Das läuft ja alles. Das lübt ja alles. Da lübt der Lox. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir das hier hinbauen. Beispielsweise könnten wir das ja hier hinsetzen. Das Problem ist halt, da ein Gebäude hinzupacken, ist halt... Läuft das Schiff noch gut? Ich weiß gar nicht, wo unser Schiff ist. Wir gucken mal. Ich glaube, die Partei ist nicht zufrieden mit deiner Arbeit. Äh, natürlich. Die Partei freut sich. Und mit 4 Dollar kannst du dir Big Mac gönnen. Ja, der hier holt aber gleich Dollar rein. Das gute sowjetische Holz. Aber der braucht halt ewig lange, bis der da angekommen ist. Das ist das Problem. Ist der überhaupt schon einmal angekommen? Können wir nicht die Lukrativität von Routen angucken? Inland, Ex... Hier Export. Export von Ressourcen. Import von Ressourcen. Versandkosten. Wir importieren mehr, als wir exportieren. Ressourcenbewegung. Wir sind knapp im Plus. Es hält sich die Waage. Mit 4 Dollar in Sibirien 1960 kriegst du doch viel mehr. Wir hören trotzdem ab, nur um sicher zu gehen, oder? Ja. Äh, man muss ja auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist der Grund, warum ich auch bei Strategieecke im Stream, ähm, beziehungsweise in seiner Bude eine Wanz angebracht habe. Aber sagt ihm das nicht, ja? Sagt ihm das nicht. Das ist noch relativ geheim. Das soll er erst später irgendwann mal erfahren. Gut, damit ihr es einmal gehört habt an der Stelle. Deswegen weiß ich nämlich immer, wenn der Tu nicht gut irgendwas Falsches über mich erzählt. Und wieder Lügen verbreitet. Das macht er nämlich oft. So einer ist er nämlich. So einer ist er. Keine Partik, ich höre eh nicht zu. Siehste? Guck mal. Wusste ich doch. Wusste ich doch. Die Frage ist doch. Ecke redet doch nicht mit Chat. Ja, aber der redet zwischendrin immer wieder geheim über mich und sagt dann, ah, ich würde Ranger gerne sein Ohrläppchen abschlabbern oder sowas. So geht das. Können wir das nicht auch hier irgendwie gewährleisten? Wir bauen mal ab. Colonel Bambel, danke schön für deinen Sub im zwölf Monat. Ein Jahr. Vielen lieben Dank für dein Jahr Unterstützung. Sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Und danke für den Follow. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Only Ecke nur für Ranger. Ja, aber die Frage war, wer wollte in Sibirien 1960 leben? Wer will heutzutage in Sibirien leben? Das ist schon die Frage. Ich hatte vor 15 Jahren oder so Freunde, die aus Sibirien kamen. Selbst die wollten dort nicht leben. Das kann doch nicht sein, dass ich die nur da oben in die Berge reinbauen kann. Haben wir denn nicht hier irgendwas Besseres, wo ich die hinsetzen kann? Das kann doch nicht wahr sein. That's not possible. To be Ernesto. I don't think this is right. Okay? Da nervt dich wenigstens keiner. Also jetzt mal ganz ehrlich. Wir machen hier alles wild. Danke für den Follow. Kies klickt mal, wenn der in den Berg oben abflacht. Ja, also den Berg weghauen. Ja, ist so. Wir wissen jetzt nicht, was da drunter passiert. Aber wir sind jetzt mal... Und... Voila! Äh... Wir machen mal weiter. Und... Drei... Zwo... Eins... Äh... Voila! Äh... Äh... Hä? Das war aber früher mal leichter, Kies zu bekommen. Oder irre ich mich? Dankeschön für den Follow. Thank you! Äh... Das war aber früher mal leichter. Hab ich im Gefühl. Das war mal viel, viel leichter. Der Unterschied ist ja gewaltig. Ja, ich sag es dir. Mein Freundchen. Hier oben können wir halt was hinbauen. Swadro! Huhu! Grüß dich! Grüß dich! Was ist denn, wenn wir jetzt hier hinbauen? Das mit dem Kies liegt an der Map. Sibirien ist also kein Kiesland. Nach hellen, steinigen Stellen. Ja. Äh... Erstmal finden. So. Und so haben wir nämlich dann einen schönen... ...schönen, kurzen... Weg, mein ich. Die Reservehobel? Da haben wir bislang noch nichts von benutzt. Das geht noch. So. Wie jetzt schon kurzer Oha. Ja, ist ja auch schon Sonntag, ne? So bekommt also Ranger seine Keys. Ja, klar. Ich werde, seitdem du das erzählt hast, Poseidon, werde ich niemals mehr vergessen, dass du am Anfang dachtest, die Flachwitze um Gottes Willen und jetzt vollkommen im Flachwitze-Game drin bist. Ich werde es niemals vergessen, Poseidon. Das hast du dir jetzt ewig, auf ewig, auf ewig hast du dir dafür einen Namen bei mir im Kopf gemacht. Oh, was ist das für ein Kanal? Nur Flachwitze. Zack, kurze Zeit später, Zeitsprung. Call me in. Call me in. Warte mal. Ach, da ist die Abwasserpumpe. Egal. Okay, das geht nicht. Heute Flachwitze-Sonntag. Jeder Tag ist Flachwitze-Sonntag. Wir müssen mal kurz... Was ist das hier? Was haben wir denn da gebaut? Die liegt ja auf. Moment mal. Wir müssen jetzt noch mal kurz hier... Ich finde es trotzdem noch schade, dass man in der Nähe von Gebäuden nicht terraformen kann. Das haben aber die meisten Aufbauspiele. Drücken wir F2 für die Höhenlinien. Ich weiß. Wo gehen wir denn entlang? Wir gehen hier unten entlang. So, da müssten wir nämlich hier entlang kommen. Überschneidung mit vorhandener Konstruktion. Anhang zu steil. Brasser, äh! Äh, Brasser, äh! Ich weiß nicht mal, woher das... Woher das ist. Das hat Zugucker irgendwann mal in einem internen Kanal gepostet. Und seitdem denke ich da die ganze Zeit immer dran. Brasser, äh! Brasser, äh! Hm. Was so eine richtige Plansche ist, äh, ist die subgeflacht wie ein Witz. Irgendwelche Islamregeln deutet. Ach so. Mit der Bibelbahn geht's nach oben. Der Bus muss weg. Der soll aber nicht da weg. Hoffentlich nicht. Ach so, den meinst du? Der, der... Ach so. Ah, Violent Witch. Wunderschönen guten Tag. Hallö, schau. Grüße dich. Wie lange diese Forschung dauert. Ab wann ist Captain of Industry zu rechnen? Ab wann ist mit Captain of Industry zu rechnen? Ähm. Ich würde als nächstes gerne, wenn wir mit Workers und Resources durch sind, gerne mal wieder in Transport Fever 2 reinschauen. Ähm. Aber in das neue Update würde ich schon gerne mal reingucken. Das ist halt die Frage. Ich kann's im Moment nicht sagen. Ich kann's im Moment leider nicht sagen. Am besten einfach immer den Streamplan verfolgen. Wann ist denn das letzte Update rausgekommen? Am 21. Juni, ne? Jump on behind train for Update 3. Ich guck gerade nach dem Update. Sneak what's coming? Update 3. Wann soll das denn rauskommen, das Update 3? Da gibt's Züge dann im Spiel ab Update 3. Also manchmal springt der irgendwo hin. Also wenn Update 3 rauskommt für Captain of Industry, dann schauen wir noch mal rein. Das, äh, würde ich jetzt erstmal sagen. Ich weiß auch nicht, wann das rauskommt. Wer braucht Transport Fever 1? Ja, mal irgendwas, irgendwas Leichtes brauche ich danach. Irgendwas, was mich da nicht komplett überfordern wird. So, das bedeutet, als nächstes wollen wir dann nochmal beim Kies uns das Kieswerk anschauen. Und da gibt's dann auch nochmal zwei verschiedene. Nämlich einmal das Große und einmal das... Ne, das ist das Kleine, ne? Das ist das Kleine. Und dann müssten wir von hier aus... Frostpunk auf schwierigster Stufe vielleicht. Ne, Frostpunk ist bei mir ein bisschen durchgespielt. Ich hab's halt schon mal durchgespielt. Das DLC, das macht ja Steinwall noch momentan. Ähm, ich warte auf den zweiten. Spider-Solitär. Solitär finde ich cool. Das ist zu groß dafür. So was Großes brauchen wir hier nicht. Dankeschön für dein Follow. Ach, überfordert. Hier, äh... Ich bin hier mal pleite gegangen, weil ein Zug irgendwo an der roten Ampel stand, weil es aufgehalten hat. Hab's leider zu spät gemerkt. Welcome. Welcome to the... Jungle. Ach, jetzt sehe ich das mit den Verschmutzungswolken erstmal. Danke für den Hinweis vorhin. Für X4. Aber das kann ich nicht. Das ist das große Problem. Das kann ich leider nicht. Im Zementwerk machen wir aus Kies... Im Zementwerk machen wir aus Kies... Zement. Dafür brauchen wir aber auch Kohle. Kohle fördern wir ja. Zementa! Zementa, kommst du bitte von dir auch mal weg? Ja? Zementa mal in die... In die, äh... Buchse rein. Wir haben schon mal Factorio gespielt. Mit Strategie-Ecke zusammen. Und danach hat sich Strategie-Ecke nie wieder bei mir gemeldet. Das heißt, danach haben wir es nie wieder gespielt. Seitdem haben wir keinen Kontakt mehr. Wer ist denn da? Warfun. Warfun. Kriegsspaß. Er ghostet dich. Er ghostet mich immer. Ja, ihr wisst ja, es gibt ja Spiele, die können wir auch häufiger mal spielen. Also so ein X4 könnte es zum Beispiel auch sein. Oder sowas wie Workers and Resources. Ich muss es halt selber catchen. Das ist halt immer so die Sache dabei. Das weiß ich halt nicht bei X4. Weil ich halt mich immer versuche, drauf reinzuspielen und dann war ich komplett überfordert und dann habe ich geweint. Dann habe ich ein bisschen Nasenbluten und dann war auch schon wieder vorbei mit dem Tag noch. So, dann wollen wir nochmal hier im Plattenbau. Du sollst ja nicht min-maxen, du sollst roleplayen. Du sollst roleplayen, was ist ja klar. Ey, hör mal. Erstmal Frankreich-Bashing hier. Meine Ohr-Oma kommt aus Frankreich. Also zusammen, du. So. Das zerfällt dann unter der Hand. Willkommen in Frankreich. Wo es heutzutage immer noch so ist. So. Dann haben wir jetzt Kies-Produktion. Dann müssen wir das von hier aus. Da brauchen wir erstmal einen. Egal. Und dann müssen wir das runterbringen zu einem Schuttlager. Gibt es denn nichts für ein Ziel? Oh, wie in jeder Setbox halt, ne? Also da ist mir ein Stück vom Zahn abgebrochen. Ich bin ja auch ein Stück vom Zahn. Ich bin ja auch ein Stück vom Zahn. Okay. Ich bin ja auch ein Stück vom Zahn. Also做 ein großes Fuß Untertitelung des ZDF, 2020 Ja Jetzt mal Ich muss mal die Woche zum Zahnarzt gehen So gestresst, dass mir direkt die Zähne zerbröseln Ist so Ist so So, was wollten wir jetzt machen? Ich beiß mir im wahrsten Sinne die Zähne aus Ja, ja Ich beiß mir im wahrsten Sinne die Zähne aus Ich knirschweben, workers and resources Kann durchaus sein, ja Ähm Wo bringen wir denn das Schüttlager hin? Schütt, 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 Schüttlager Das könnten wir ja irgendwo hier unten Lager groß Nee, Lager klein Och man, hier kann man aber auch wirklich Alter Er beißt bei dem Game of Granit Das ist aber wirklich so Also das ist jetzt hier Das ist ja kein Spaß mehr Das ist jetzt hier ernst Ohne Scheiß Ich glaube, das kann wirklich sein Dadurch, dass ich so viel Überlegt habe Bei dem Spiel Er ist genau an der Stelle Wo ich meine Zähne knirsch Das ist ja lustig Dann hat workers and resources mich dazu gebracht Dass meine Zähne knirschen Ach toll Schön Nun Warum auch nicht, ne Warum auch nicht So, dann holen wir uns einmal den hier Der kann ja dann da anfangen zu arbeiten Und das Ganze abtransportieren Vielleicht mal die Rechnung des Zahnarztes an den Entwickler schicken Ja, ja Echt mal Echt mal So Kies ist halt härter als Zähne Ja Und härter ist auch noch in Berlin Das muss man auch noch dazu wissen Also von dem her Irgendwie ist es für uns alle nichts Nichts großartiges geworden Ähm Dann haben wir Hier müssen 40 Leute arbeiten Da müssen Da müssen nur 5 arbeiten Aber hier 40 40 Leute Im Segen 40 Leute Standen im Regen 40 Leute Wollte ich sehen 40 Leute Die mich anflehen 40 Leute Mit euch waren's mehr Ja Okay So Alles klar Jetzt können die losfahren Wir wollen natürlich auch hier Oh Kees So hart So hart Ich mach lieber das Fenster zu Äh ja Pornografische Inhalte auf dem Rechner anmachen Ist leichter zu erklären Warum hörst du dem Warum hörst du dem da beim Singen zu Weil äh Internet Ja aber Äh 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 Boah Ist Ist auch Warm geworden Ähm Ähm So ungefähr So ungefähr Ähm Okay Das heißt Wir wollen jetzt einmal Äh Äh Schon mal über einen Plattenvertrag nachgedacht Ja deswegen haben wir ja hier die Straße Daraus gebaut Ha 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 Leieieiei Was ist schon dabei Eieieiei Was ist schon dabei So sehr schön Das heißt das haben wir dann schon mal hier äh hinbekommen Eine kleine Verbindung Dann brauchen wir natürlich nochmal ein wenig Äh äh Trinkwasser Trinkwasser So nannten sie mich in der Schule Weil ich immer so viel getrunken habe Getrunken Getrunken Davon hat er so viel Gestunken Gestunken Hat er dann auch nach Pril So Ja das Das bauen wir auch gleich noch Das bauen wir auch gleich noch Brauchen noch so viel Aber leider haben wir so wenig Soll ich es wirklich machen oder lass ich es lieber sein Hier ein So Ich hatte einen Freund Ein guter sozusagen Mein bester Doch ich habe ein Problem Ich stehe auf seine Freundin Nicht auf seine Schwester Würde ich auf die Schwester stehen Hätte ich nicht das Problem Das wir haben Wenn er sie und ich uns sehen Kommt sie in den Raum Wird mir schwindelig Sag ich sie will nichts von mir Dann schwindel ich Ich will sie Sie will mich Das weiß sie Das weiß ich Nur mein bester Freund Der weiß es nicht Und somit sitzt sie sozusagen Der Zwickmühle Und das ist auch der Grund Warum ich mich vom Leben gefühle Warum hat er die schönste Frau zur Frau Mit dem schönsten Körperbau Und ist sich schlau genau Es steigen einem die Tränen in die Augen Wenn man sieht Was mit mir passiert Und was mit mir geschieht Es erscheinen Engelchen Und Teufel hin auf meiner Schulter Engel links Teufel rechts Rechts Nimm dir die Frau Sie will es doch auch Kannst du mir erklären Wozu man gute Freunde braucht Halt der willig Linken schreit der Engel Von der linken Weißt du nicht Dass sowas scheiße ist Und Lügner stinken So Okay So Das heißt wir setzen den jetzt hier hin Neben Dorthin Okay So Max unterhalt mal kurz den Chat Ich muss einmal kurz eben in den Spiegel gucken Ich bin sofort da Ich bin sofort in den Spiegel gucken Ich bin sofort in den Spiegel gucken Äh, ja, mir ist wirklich ein Stück vom Zahn abgebrochen. Ein ganz, ein ganz kleines Stück hier vom Schneidezahn vorne auch noch. Geil, boah, ey, das ist jetzt nervig. Kann man wirklich sagen, dass dieser Bilder komplexer ist an City Skylines? Ja, bei Weitem. Ja, wirklich, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich gehe gleich nochmal extra nochmal mit der Zahnbürste drüber, mal gucken. Ich weiß nicht, wie. Das ist seltsam. Egal. Ist jetzt nichts Großes, Dramatisches. Es ist nur ein ganz kleines Stückchen davon. So, das heißt, wir nehmen dann jetzt mal hier nochmal ein bisschen das Gelände glätten. Kann wirklich sein, als ich, äh, ja, also dieses Spiel kann sein, als ich bei dem Spiel auf einmal mir auf die Zähne gebissen habe, dass da auf einmal so ein kleines Stückchen vorne abgebrochen ist. Na gut, na gut. Heute ein Stück, morgen der ganze Kiefer. Wir brauchen noch einen Kipper für das Kieswerk. Stimmt. Der muss ja noch rüber transportieren. Das heißt, wir gehen nochmal zu den Fahrzeugen. Dann einmal einen Kipper. Da haben wir ihn. Dann, da holen wir, da brauchen wir eigentlich nichts Großes, ne? Kies, vielen lieben Dank für den Follower. Sehr, sehr lieb. Da brauchen wir nichts Großes. Wir nehmen trotzdem mal... Der hier wäre natürlich am besten. Dieser Riesen-Kipper. Aber ich glaube, so viel brauchen wir dann doch nicht. Okay, wir müssen mal ein bisschen auf Preis achten. Das heißt, wir nehmen uns jetzt erstmal den und schicken den von hier nach dort. Starten. So. Das sollte, glaube ich, ausreichend sein. Dass sie dann hier loslegen können. Ich habe noch Anspruch. Das geht noch. Lesen Sie hier das Exklusiv-Interview. Dieses Spiel ist um Szene kaputt machen. Ja. Das heißt, Mopsi Mauser einen wunderschönen guten Tag. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch warten, bis dann dort Arbeiter übrig sind. Wie sieht es denn insgesamt hier aus? Noch eigentlich ganz gut, muss man sagen. Noch eigentlich ganz gut, muss man sagen. Okay. Das heißt, jetzt haben wir auch eine Kies-Produktion. Also können wir jetzt hier schon mal angeben. Wir können sowieso grundsätzlich angeben. Ne? Das ist keine Quelle für Kies zugewiesen. Ach, hier oben muss ich hin. So. Die Quelle für Kies? Range Area. Da bekommt man immer Kies. YouTube-Videos sind gefährlich. Die zwingen einen direkt auf deinen Twitch-Kanal. Vielen Dank dafür. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen hier. Ich grüße dich, Cerano. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, dir geht es gut. Jetzt wisst ihr auch, warum keine Krankenkasse mehr Streamer aufnimmt. Ja, genau. Genau aus diesen Gründen heraus. So. Das heißt, wir haben ja immerhin schon mal Kies. Bretter, Arbeiter, Kies. Elektronik-Bauerteile und weiß nicht was alles. Ja. Äh, da in der Nähe von den Kies. Irgendeiner, der Bagger nicht so weit fahren muss. Ja, aber wie häufig muss der tanken? Wir schauen mal. Also ich glaube nicht, dass er jetzt so häufig tanken muss, dass wir dafür nochmal Geld ausgeben, weil wir sowieso kein Geld gerade eben haben. Das wäre vielleicht nochmal blöd. Äh, lasst uns nochmal kurz gucken. Die Linie, die wir hier haben. Die hier. Können wir nicht irgendwie die Lukrativität dieser Linie alleine anschauen? Geht das nicht irgendwie? Dass wir einzelne Importrouten sehen können. Sowjetischer Block. Import von Ressourcen. Export von Ressourcen. Wir exportieren im Moment mehr, als wir importieren. Genauso wie hier. Industrie. Importieren wir eine Menge. Ressourcenbewegung. Da sieht man halt, das ist ungefähr ausgeglichen. Ich würde natürlich gerne... Ich würde natürlich gerne... Also ich brauche auf jeden Fall noch ein Schüttkuhlager, damit wir das irgendwo hinbringen können. Kiesgrube nicht ein internes Lager für Treibstoff? Jo, stimmt. Wir hatten ein internes Lager für Treibstoff. Ich weiß nicht, warum die runtergefahren ist. Und warum der runtergefahren ist. Seltsam, seltsam, seltsam. So, da haben wir noch eine ganze Menge an Kohle. Der ist noch soweit ganz gut versorgt. Das Kohleding ist auch noch soweit ganz gut versorgt. Das passt ja schon mal ganz gut. Genauso wie die hier. Ich glaube wirklich, dass dieses... Die Industrie, die Verbrennungs... Müllverbrennung echt einen Einfluss drauf hatte. Wie gut das hier ankommt und wie gut nicht. So, ich würde ja gerne anfangen... Ah, da, wir bekommen Dollar. Yay, für eine Handvoll Dollar. Das müsste jetzt unser... Das müsste jetzt wirklich unser Schiff sein, endlich. Wow, Dollar, yay. Endlich wieder ein paar Dollar, mit denen wir überhaupt nichts machen können, weil das viel zu viel, äh, viel zu wenig ist. Naja, egal. Ähm, nicht genug Hochhalter und Offiziere. Wie bekommen wir denn jetzt wieder genug Leute bei uns rein? Also, wie bekommen wir die jetzt zu uns, dass sie hier zu uns kommen möchten? Konnte keinen Sport treiben, konnte keine Kirche besuchen. Wir brauchen auf jeden Fall mal propagandistische Propaganda, die propagandierend propagieren soll. Technische Dienste. Wo haben wir denn hier unser Radio Hardcore? Radio Hardcore. Fremdenverkehr, Aussichtsturm. Ein Zoo! Wir bauen jetzt ein Zoo. So. Ein kleiner sowjetisches Zoo. A minimal Soviet Zoo. Look at this. This is a zoo. There are animals. Have fun. Look at the animals. Say the animals are great. Und hier können wir noch ein paar Hotels bauen. Stadthotel. Bergbauhotel. Ähm, bei der staatlichen Infrastruktur müsste es doch eigentlich sein. Gefängnis. Ne, Geheimpolizei. Rathaus, technische Dienste. Überwachungsstationen für Verschmutzung. Das müssen wir aber auch erstmal holen. Doppel, dankeschön für deinen Sub im elften Monat. Vielen lieben Dank. Bei Planet Zoo ein Zoo nebenbei bauen. Ja, da kann man natürlich wunderbaren Zoo bauen noch. Wo war das denn? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Viehtheater, Kulturzentrum. Ach, hier war der Rundfunksender. Der Rundfunksender. Hat der Zoo dann auch so tolle Steindeko? Äh, wunderbare Steindeko wie bei uns. Bistig, Doppel. Hi. Einen wunderschönen guten Tag und Dankeschön. Naja, solange die Geologie bald fertig ist, sind wir erstmal gut. Hol deinen Esel, schwarz und weiße Farbe und schon haben wir einen Zebra. Ja, reicht ja wohl auch aus. Au, aus. Wo kommen denn auf einmal so viele Kipper her? Ach, die füllen jetzt hier die Wege auf. Geil. Los, arbeitet. Vornex, wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben noch keinen, äh, 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 fahren die hin? Wo ist der Weg? Ach, da. Guck mal. Haha, wir sparen jetzt endlich mal Geld. Unser erster Bau ist ein, ein Fußweg, den wir selber vergessen haben zu bauen. Vorsicht, da kommt ein dicker Bagger. Und ich meine nicht den Ranger. Aber jetzt müssen wir noch Asphalt haben. Na egal, wir können ja den Rest, können wir ja aufkaufen mit dem, was wir gerade so zur Verfügung haben. So. Die Betonplatten erinnert mich echt ein wenig an die Kindheit, immer noch oft verbaut. Aber echt, boah, das ist also... Ansgar, Dankeschön für deinen Zapf auf Stufe 2 im fünften Monat. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen lieben Dank. So. Ähm. Muss niesen. Alles klar. Ich hab Angst hier drin, was zu ändern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab Angst hier drin, Sachen zu ändern. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Dankeschön. Geile Witz, Kai. Jetzt ist aber auch gut hier. Am besten wäre es, wenn wir wirklich selber Essen herstellen könnten. Aber sind wir mal ehrlich. Wo wollen wir Essen hin? Wo wollen wir Essen produzieren? Im Ruhrgebiet? Ah, 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 ah. Man steht da wegen. Ja. Kein Fahrzeug, um Bruchstein zu laden. Und kein Förderband. Wir können weder Lager noch exportieren. Moment, der holt das doch da ab. Kann halt nicht genug von deinen Witzen bekommen. Da muss man auch mal gewürdig werden. Oh, Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen lieben Dank. Auf der Karte muss man ein Großteil wohl importieren. Aber Nachung brauchen wir unbedingt irgendwo. Okay, darum geht's denen einfach. Die haben jetzt hier... Der steht jetzt da und der wird jetzt vollgeladen. Haben wir denn die Möglichkeit, das direkt hier mit dem Schüttgut rauszutransportieren? Nee, haben wir natürlich nicht. Das wäre halt super, ne? Wir haben ja einen LKW da. Also von dem her, das kriegen wir noch irgendwie unter. Es ist halt die Frage, ob wir jetzt hier hinten einfach dann... Oder hier oben. Oder wir bauen wirklich hier oben eine Farm hin. Und dann reißen wir die Gebäude ab. Die sind uns eh egal. Haben wir denn da genug Fläche dann dafür? Scouten, wunderschönen guten Tag. Hallo. Wir könnten hier theoretisch eine große Fläche hinbauen. Wobei, vielleicht wären eher drei mittlere Flächen besser, weil wir dann eine Drei-Felder-Wirtschaft aufbauen können. Kannst du nicht Getreide importieren und dann aufwerten? Aber wir wollen ja eigentlich eine Selbstproduktion. Ich meine, groß genug ist das Gelände. Ja, das wäre ja sonst eine Verschwendung, wenn wir nicht versuchen, das selber aufzubauen. Natürlich könnten wir in den Bauernhof, äh, hier meine ich, in der Nahrungsmittelfabrik könnten wir natürlich auch einfach die Pflanzen importieren. Dann maximale Produktion am Tag, 20 Tonnen Essen. Das wäre aber die Frage halt dafür, das müssen wir auch nach da oben bauen. Das wäre zumindest dort am effizientesten. 20 Tonnen Essen pro Tag, wenn die 42 Tonnen Nahrung am Tag verbrauchen. Fischerei? Ne, Fischerei gibt es, glaube ich, nicht hier drin. Nur Fleisch. Ähm, wie teuer sind die Ressource? Gucken wir doch einfach mal danach. Wie teuer sind Pflanzen? Da. Pflanzen kosten im Einkauf pro Tonne 19,79. Brot ist... ...ist nicht mal aufgeführt. Da, Essen. 130. Ja, doch, das lohnt sich auf jeden Fall. Also, bis wir auf 130 sind. Äh, 24 Tonnen, das heißt 2,4 Tonnen Pflanzen pro Essen. Also wären wir bei... ...bei ungefähr 50 Dollar oder 50 Rubel. 50 Rubel für ein Essen. Das heißt, wir könnten 2... ...2,5 Essen produzieren für das Geld. Das wir für ein Essen bezahlen. Ne, wir haben keine gemorderten Gebäude. Ne, ne, wir spielen Vanilla. Die spielen nämlich so gut wie Nemots. Wobei ich letztens einen Kommentar... Die Leute auf Discord, die werden wissen... ...das war ein ganz wilder Kommentar. Der war ja ganz wild. Warte mal, den kann ich euch mal kurz vorlesen... ...weil ich den echt wild fand. Den hat auch bislang keiner auf dem Discord verstanden. Ähm... Hm, was wird hier vorgestellt? Das Spiel im Sinne der Entwickler- oder Mod-Vorstellungen, die am Spiel vorbeigehen? Tatsächlich bin ich an Spielvorstellungen ohne Mods interessiert. Ja, da bin ich hier wohl falsch und hinterlasse auch einen Daumen nach unten. Und erst einmal ignoriere ich deinen Kanal, weil ohne Mods scheinen sehr viele Spiele für dich doof zu sein. Das kam zu City Skyline 2, dem 2.0-Update. Wie viele Spiele haben wir schon gespielt bei denen... Wie viele... Wie viele Spiele haben wir schon mal... ...haben wir schon mit Mods gespielt? XCOM ist, glaube ich, das Einzige, oder? XCOM ist, glaube ich, das Einzige. Okay, wisst ihr, da kam ein guter... Ich glaube, Mira hat das auf Discord geschrieben. Ich glaube, der Typ dachte, während ich dann über Mods gesprochen habe... Die Mods, die Moderatoren... Der dachte einfach, ich rede über die Mods. Und wenn ich gesagt habe, die Mods machen gute Arbeit, dachte der... Ich rede über Mods fürs Spiel. Und deswegen finde ich das Spiel schlecht, weil die Mods ja gute Arbeit machen. Dass ich den Baum da unten da war, weil du eine Brille trägst. Die mag ich nicht. Also, ja. Der wollte bloß Mods sind. Es gibt auch recht gute Game-Mods. Das glaube ich, ja. Aber ich spiele tatsächlich gerne die... Die Spiele einfach in einer Vanilla-Version. Genauso wie die Entwickler das andere eigentlich vorhatten. Und bei City Skyland 2 habe ich euch ja sogar gesagt, ich spiele ja sowieso so gut wie gar nicht mit Mods. Also, naja. Egal. Wir bauen hier oben unsere Lebensmittelindustrie hin. Dafür haben wir ja die Straße hier hingebaut. Also, nie wieder sagen, dass Mods gut sind. Guck mal, da lobt man einmal dann die Mods in dem Video und direkt ist das negativ. Was sagt uns das? Hashtag niemals die Mods loben. Nein, ich gebe dafür Rubel geradeaus. Wir haben uns also jetzt festgelegt, Mods machen keine gute Arbeit. Tut mir leid für alle Moderatorinnen und Moderatoren. Gerade für euch auf diesem Kanal. Ist jetzt natürlich doof gelaufen für euch, aber geht jetzt nicht anders. Dankeschön für den Follow. Ja, klar. Man kann auch die Mods einfach spielen. Die Modifikationen sind ja bewusst von Entwicklern auch ins Spiel reingepackt worden. Bei vielen Punkten. Auch gerade bei City Skyland 2. Da muss man ja auch mal sagen, City Skyland 1 lebt halt auch sehr viel von den Mods. Hashtag Mods trotzdem loben. Die Hashtag Mods trotzdem loben. Nein, das geht jetzt nicht mehr. Das geht jetzt nicht mehr. Erolyt, moin. Hallo. Ich schaue Ranger nur mit Mods und ohne wäre es nicht mehr tragbar. Wie geht's dir? Ich hoffe, gut. Schlecht Menschen geht's immer gut. Regierungsloyalität der Bürger zu niedrig. Ja, dann gib mir doch mal einen Tipp dafür. Du bist doch hier die Tante für, fürs Örtliche. Das Örtliche. Ohne Ö fehlt mir was. Da, wer kennt das noch? Florian, moin. Da haben direkt alle wieder einen Ohrwurm. Alter. Ist das viel. Keine Angst, euer Dorf wird gleich zwangsenteignet. Telefonbuch aus Papier. Das waren noch Zeiten. Ja, wo einfach deine Adresse in jeder Telefonzelle drin gehangen hat. Wenn du, wenn du nicht früh genug gesagt hast, das ist nichts für mich. Danke für den Follower. 11, 88, 0. Da wären sie geholfen. Mit Verona Feldbusch damals noch. 11, die Fußballmannschaft. 88, die Obi und 0. 0 Ahnung. Oh Gott. Ist das cringe. Um Gottes Willen. Ich sterbe an Cringe gerade. Oh, ich fand's damals schon cringe. Oh. Jetzt fühle ich mich alt. Aber ich fand's damals schon echt, ne? Ich fand's damals schon echt, boah. So Gänsehaut mäßig. So, jetzt haben wir doch mal ein bisschen hier für, ne? Für die Zwangseneidung gesorgt. Mehr Cringe als Check24 geht nicht. Aber Check24, ja, wobei, die hatten einmal diese Zeit, in der sie dann versucht haben, diese amerikanischen Sitcoms schlecht nachzumachen, aber auch bewusst schlecht nachzumachen. Das fand ich wiederum witzig. Ich so, werbung so, Unfall. So, das heißt, wir holen uns jetzt hier oben eine Lebensmittelfabrik. Und in dieser Lebensmittelfabrik produzieren wir auch noch Alkohol. Wir brauchen fünf Pflanzen für ein Alkohol. Das heißt, wir gucken jetzt mal kurz. Fünf Pflanzen für ein Alkohol. Mathe mit Ranger. Fünf Pflanzen? 90? Das ist ja deutlich billiger. Hast es dir aber gemerkt. Alle Achtung. Ich hab zu viel Fernsehen als Kind geguckt, glaube ich. Ich hab viel zu viel Kind als Fernsehen geguckt. Das können wir ja relativ leicht, oder ist er, äh? Das können wir ja relativ leicht, ähm, relativ leicht, oder mit der Kirche? Muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist das, das ist ja ein gewissiger, ne? Leute, hey, wasser, hoi, Florian Silbereisen Gedächtnis, äh, Perücke, die ich hier trage. So, ich geh dann nochmal raus aus dem Ding hier. Irgendwo ist dann auch mal Schluss mit dem ganzen Zeug. Jetzt ist Schluss mit lustig. Denn ich hab erkannt. Hat man anstatt Söhne Töchter mir gesandt. Die Hunden im Schar steht vor der Tür. Es gibt noch viel für euch zu tun. Jeder wird hier zum Mann, sogar du. Olaan. Hier hast du mich genannt. Englisch so viel besser. Du hast schon wieder keine Ahnung. Ehrlich, also... Ich werde hiermit, hiermit reich ich Petitionen ein. Ich will... Ab jetzt mach ich mit jemand anderem Podcast. Ab jetzt mach ich Podcast mit... Hier, äh, mit dem allerechten Hasen. Mit ApoRab mach ich das ab jetzt. Der hat... Der hat Ahnung. Mit dem allerechten Hasen. Mit dem allerechtesten. Ein Brezel. Das heißt, wir wollen dann einmal essen. Jeder weiß, jeder will gerne nach Essen. Das heißt, wir bauen uns den hier hin. Badewan-Wikinger, grüße nach Nordschwein zurück. Hab das Spiel schon seit langer Zeit in meiner Liste. Aber es ist wirklich so komplex. Ich bin schon kurz vor Level 50 im echten Leben. Sprich, ich spiele, um zu entspannen. Nicht, um meine Birne noch mehr anzustrengen. Also es macht Spaß, sobald du einmal drin bist. Aber die Birne explodiert. Ich hab mir heute den Zahn abgebissen. Vorne eine Stelle dabei, weil ich so verzweifelt war. Kein Scheiß. Das ist ab jetzt mein... Das ist ab jetzt mein Werbeslogan für Workers and Resources. Ich hab mir den Zahn abgebissen beim Spielen. Das wird mir niemals wieder jemand nehmen können. Das ist ein Satz, den ich hier zeige. Einmal dorthin. Alkohol. Nee, erstmal ein Lager. Ein Lager. Ein frisches Lagerbier. Nur für dich. Oder für mich. Lager. Ein frisches Lagerbier. Nur für dich. Oder für mich. Die einzigen Songs, die ich Deutsch wirklich benutze. Besser finden, sind die von Phil Collins. Also vor allem Tatsachen. Dann schmelze ich da hin. Phil Collins, meist überschätzter Sänger der Welt. Ist einfach so. Wir lassen da mal Kies hintransportieren. Dann sparen wir wieder ein bisschen Geld. So, das heißt, im Kornspeicher können wir uns dann hinterher Sachen einkaufen. Du schaust, jetzt reicht's. Jetzt reicht's mir aber. Gleich platzt es. Workers and Resources. Da bröckelt sogar der Zahnschmerz. Ist so. Also ganz ehrlich. Deutlich besser. Deutlich, deutlich besser als Phil Collins. Wolfgang Petry. Ist einfach so. Da brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Also jetzt mal ganz ehrlich. Wolfgang Petry deutlich vor Phil Collins. Safe. Wir haben den Verdacht, dass die Regierungsloyalität in diesem Wohngebietkomplex sehr gering ist. So vor zumindest sowjetische Denkmäler in diesem Gebiet zu errichten. Stimmt, wir müssen noch sowjetische Denkmäler errichten. Uff. Erstmal ein paar sowjetische Denkmäler. Lenins Beton-Ding mal. Da, 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 da. Gesundtechnisch würde es passen. Wolfgang Petry schrieb aber nicht in the air tonight. Heißt ja auch, can you feel a love tonight? Wie viele der Gamesplanet Keys kommen eigentlich aus dem, äh, Keyswerk? Das kommt drauf an. Wenn du nämlich jetzt dieses, dieses Keyswerk betrittst, dann kannst du nämlich mit Hammer und Ranger dort so viele Keys holen, wie du möchtest. Mit 38% Rabatt, 24,69 Euro, das Basisspiel. Oder Bio mit ELC für 14% Rabatt, 8,54 Euro. Damit unterstützt ihr mich, deswegen Werbung an der Stelle. Aber, wenn ihr möchtet, habt ihr noch die Möglichkeit dazu. Can you feel the love tonight? Mein Gott. Jetzt habe ich mir einen anderen Ohrbaum gegeben. Ist ja der Hammer, Wolfgang Bär. Sehr schade, dass ich noch so lange Zeit nun defoloren muss. Ha! Oh, da, 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 da. Wir haben auch hier ein paar Overlays. Das heißt, wir können doch, können wir mal die sowjetische, äh, den sowjetischen, äh, sowjet sehen? Es gibt keine Lehrer. Die können keine Kultur genießen. Das heißt, da müssen wir auch noch mal ein, ein Denkmal hinpacken. Lenins Kupferstatue. Und zwar natürlich, oh, das sowjetische Emblem. Also ein bisschen groß. Was sieht es hier mit aus? Ja, das ist ein bisschen, ist ein bisschen besser zugänglich. Mann, weil da ein Fußweg dran ist, kann ich da nicht richtig hinsetzen. Da muss man sich immer überlegen. Tut mir leid, Gerdoste, wir können das leider nicht hier hinpacken, weil sonst kriegen wir leider niemanden mit zu Fuß dorthin gelaufen. Sowjetkultur in reinster Form. Obelisk, ewige Flamme. Die ewige Flamme, wo packen wir die denn hin? Die finde ich eigentlich hier ganz cool, muss ich sagen. Die passt meiner Meinung nach auch sehr gut hier hin. Sehr schön. So. Kinderspielplatz. Ein sowjetischer Kinderspielplatz. Boah, was für ein Angebot. Sofort zugeschlagen. Und wenn ihr sofort kauft, jetzt Ranger einen Zahnarztbesuch mit Kostenübernahme für drauf. Ja, aber nur bei mir. Ist der Onkel nicht Obelisk, der Peiniger? Ne, der hieß Obelix, der Wildschweinesser. Da ist sogar die Flamme an. Seht ihr es? Da ist Onkel Lenin. Da hinten ist die sowjetische Flamme. Erheben Sie sich bitte. Erheben Sie sich an dieser Stelle bitte einmal für die Nationalhymne von Rangerstar, meine verehrten Damen und Herren. Aaaaaahhhh. In den weiten Fernen, wo die Freiheit blüht, steht unser Rangerstar stark und kühlt. Der Einsam schreitet wir in Zukunft frei, in Eigigkeit und Frieden, Jahr und Jahr. Rangerstar, wo Heimat tut nur Land der Solidarität. Mit Herz und Hand brauchen wir die neue Zeit, die Brüderlichkeit und den Frohen sind. Rangerstar, wo wir alle gleich sind. So, okay, ähm, ja, wir machen weiter. Äh, äh, war einfach Freude beim Gedanken an unsere Republik. Hymnen umherrschen konnten sie, ja. Das ist die Originalhymne von Rangerstar, ne? Also von dem her. Äh, so, was haben wir denn noch? Dieser Baum ist für diese Landschaft nicht verfügbar. Zauntor. Wo kam die Musik her aus dem Game? Hier hat der Zugucker erstellt mit KI. Aus dem Spiel wäre cool, wenn Rangerstar wirklich so heißen würde. Aber eigentlich könnte man mittlerweile auch als Entwickler mal Rangerstar hier drin verewigen. Ja, so oft wie Rangerstar schon zugrunde gegangen ist. Du Land der Solidarität! Oh, wo ein Potenzial hat's. So. Aber Lenin hat fast dieselbe Frisur wie ich. So. Schleuzer, Glatze. Ey, Nase kaputt, Zahn kaputt, alles kaputt bei mir. Ist das das Alter, von dem wir immer alle sprechen? Passiert das dann? Sollten hier nicht eigentlich Fahrzeuge hinkommen dann? Machen die aber nicht. Also bei... Bei... Bei Rubel ist es Münzgeld, das wir bewegen. Und wenn wir Dollar nehmen, dann ist es ein Geräusch von Scheinen. Rangerstar, oh Heimat, du Land der Solidarität! Ranger Alt hat nicht erlöst sich direkt auf. Ist so. Zumindest gefühlt. Ah! Das Geld rennt weg. Hilfe! Hilfe! Ist ja fast pleite. Also die Stadt kostet ja auch Geld. Oder mein, ich behalte das Geld und baue ein Haus und sage dann doch, in diesem Haus wohnen jetzt Menschen. Das stimmt, die Reichweite vom Baubüro war es, ne? Die Reichweite vom Baubüro. So. Jetzt haben wir es. Bin noch gar nicht pleite gegangen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich hab doch Geld. Oh, den müssen wir noch bauen. Ach, jetzt fehlt uns noch Strom und alles. Oh, Heiligaxx haben die Ehre. Was ist eigentlich der Unterschied der Verkehrssimulation einfach und komplex? Ah! Bei komplex halten die sich an die Verkehrsregeln. Wo haben wir es hier? Da halten die sich an die Verkehrsregeln. Also beispielsweise Vorfahrt achten. Ist da gerade jemand im Weg? Laufender Leuchte lang und weiß nicht was. Und sonst, bei dem Einfachen fahren halt einfach alle durcheinander und erreichen dann immer ihr Ziel. Das ist unabhängig davon, was da überhaupt Phase ist gerade. So, das Gebäude hat keinen Strom. Gut. Wollen natürlich hier was aufkaufen. Ist nicht so schlimm. Dann können wir die hier drin arbeiten lassen. Laufen da Menschen hoch? Ach, die arbeiten hier. Das ist ja spitze. Wir lassen jetzt ein anderes Dorf für uns einfach produzieren. Haha, wir sind brillant. Wir haben das outgesourced. Das ist also dieser Kapitalismus, von dem alle sprechen. Jetzt verstehe ich das. Das ist ja richtig toll. Wir sollten irgendwie viel mehr Kapitalismus haben, oder? Wir geben euch dafür Strom. Dankeschön für den Follow. Sehr, sehr lieb. Danke. Rangistan, oh Heimat, du Land der Solidarität. Ich glaube, ich habe ein Ohrwurm. Montravan, mach's gut. Einen schönen Sonntag wünsche ich ihr ebenfalls. Hau rein. Schön, dass du da warst. So. Dann brauchen wir noch... Let's get ready to rumble. Oh, die kriegen mit uns sogar eine Wasserversorgung. Die haben es gut, ey. Die haben es gut. Das habe ich damals nicht gehabt in der DDR. Wasserversorgung. Ich habe aber auch nicht in der DDR gelebt. Das könnte natürlich daran liegen. Aber wer bin ich schon, dass ich das beurteilen kann? So, wir brauchen noch mal eine Wasserverteilung. Wir reißen das noch mal ab. Ach so, ja, stimmt. Ihr habt ja gesagt, hier, einmal den hier. Dann einmal die Wasserverteilung. No, wollen wir ja auch dann auch entsprechend setzen. Und da machen wir auf jeden Fall, brauchen wir hier eine Pumpe. Oh, sonst kriegen wir nämlich das Wasser nicht da hoch. So. Ist vielleicht mal ein Westpaket für uns. Quatsch. Von den Wessis gibt es nichts Gutes. Die Wessis bringen uns nur Krankheiten und ihren Hippie-Kram. So, jetzt gleich wird hier mal ordentlich reingepumpt. Wie ist die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich in Grenzen. Im Prinzip hast du recht. Ja. Dankeschön für den Follower. Sehr, sehr lieb. Ranger Star, no Heimat, du Land der... Mein Gott! Jetzt ist es aber auch gut hier. Dann können wir das Ganze wenigstens mal ordentlich angehen. Und können das nämlich jetzt hier... So. Direkt mal zubauen. Und dann haben wir hier nämlich Produktionen. Da müssen wir das nämlich nicht mehr alles einkaufen. Das ist dann schon mal schön für uns. Oh Gott, ist das alles toll. Ich freue mich. So. Boah, Leute. Da freue ich mich echt. Ranger Star hat nur immer seine eigenen Witze. Die sind ja auch die besten. Vollkommen neutral. Land der Solidarität. Land der Solidarität. Ranger hat also im Westen keine Wasserversorgung. Muss jeden Tag zum Brunnen rennen. Kein Wunder, dass alle Baufirmen immer nach Westen fahren. Der musste erst mal aufgebaut werden. Ja, guckt euch mal heutzutage Gelsenkirchen an. Da wisst ihr auf jeden Fall, was aufgebaut werden muss heutzutage. Wir können das hier ja sogar abreißen. Da der ja da oben eh nicht lang fährt, ist das ja eh egal. Jetzt arbeiten hier oben echt wildfremde Menschen gerade für uns. Warum fährt der denn hier lang? Ist ja ein bisschen verwirrt mit dem Straßenfahrzeug. Shoot, shoot. Wir brauchen jetzt. Wo müssen wir die denn hinbringen? Warte mal. Wir brauchen jetzt einen. Ja, was brauchen wir denn überhaupt? Wir brauchen. Was brauchen wir? Abgedeckte Ladefläche. Ja, die können Brot transportieren. Brot. Wie viel Brot passt denn bei den Reihen? 7,5 Tonnen. Wo habe ich denn überall die Essenssache? Die sterben echt nicht mehr. Das ist so brillant. Gut, dass wir das rübergepackt haben. Was denn hier? Zufriedenheit der Bürger zu niedrig. Warum? Ach so, das ist da oben in dem anderen Land. Neuer Fahrzeugtyp. Ähm, okay. 7,5 Tonnen können wir dann von denen transportieren. Das bedeutet, wir nehmen uns bei der abgedeckten Fläche einen, der erstmal nicht so ganz so... Zum Beispiel können wir uns... Zwei Tonnen. 0,63 Tonnen. Ähm. Egal, was ich jetzt mache. Das ist sowieso falsch hinterher. Ich will aber mein Geld sinnvoll einsetzen. Wisst ihr? Dankeschön für den Follower. Sehr lieb. Ich will mein Geld sinnvoll einsetzen. Wenn wir jetzt... Und dankeschön für den Sub. Sehr, sehr lieb. Nehm den hier. So. Und dann. Einmal Halt. Dann holen wir den noch einmal. So. Beladen mit Brot. Dann entladen. Nehmen wir hier... Entladen. An dieser Station nehmen wir 45. So. Dann einmal hier an der Station entladen. An der Station nämlich 45. Und dann einmal entladen. An der Station nämlich 10. So. Dann sind wir bei 90. Dann wollen wir den jetzt hier einmal losfahren lassen. Zack. Der soll sich dann auf den Weg machen. Dann hoffen wir, dass das ausreichend sein wird dafür hinterher. Ich weiß nicht, ob das ansatzweise ausreichend sein wird. Naja. Müssen wir dann mal gucken. Dann holen wir uns jetzt noch mal zwei Busse. Dann holen wir uns jetzt noch mal zwei Busse. Zwei Busse. Weil die besser sind als einer. Wenn wir nämlich nur einen hätten, dann wäre der ja viel zu teuer. Bam, 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 bam. Nehmen wir die beiden. Dann holen wir uns jetzt noch mal zwei Busse. Das heißt, wir sind eins, zwei. Oh. Haben wir. Dann wollen wir den hier auch noch mal nutzen. Für den. Und dann starten wir. Auch bei dem. Start. So. Ranger Star. Das ist die Linie. Nahrung. Brot und Schnaps. Oh Gott. Hier haben wir keinen Nomen rausgemacht. Da haben wir in Rot geschrieben. Brot und Schnaps. Haben wir. Dann haben wir Kies. Warum habe ich ein Ausrufezeichen dahinter gesetzt? Was habe ich denn da gemacht? Linie. Speichern. Linie Kies. Linie Kohleverarbeitung. Linie Brot und Schnaps. und Schnaps. Halt. Linie. Kieswerk? Oh. Warte mal. Welche Linie ist das? Ach so. Das hier ist Linie Kies Transport. Das heißt, das ist Transport Kies. Sehr schön. Mit diesem Schreibmaschinen Sound. Das hier ist die Linie. Linie Müll. Also, Custom Line. Was ist denn die Custom Line? Ich glaube gar nichts, oder? Da ist sogar kein Fahrzeug drauf. Ich glaube, die können wir löschen. So, dann haben wir einmal Ranger-Starn-Sägewerk. Das ist einmal Transport-Bretter zu Hafen. So. Aber nicht Linie Transport-Bretter zu Hafen. Aber doch steht jetzt da. Transport-Bretter, das ist Transport Kies. Und das hier ist... Das ist Transport-Nahrung. So. Dann haben wir das nämlich mal geordnet für uns. Du bist du heute schon vom Spiel gebrochen? Ich habe mir sogar schon Zahn abgebrochen. Durch das Spiel. So sehr hat mich das mittlerweile... Du Land der Solidarität. So. Wie viele sitzen denn da drin noch? Gar nicht mehr so viele, weil wir gar nicht mehr so viele Leute hier unten haben, die ja noch arbeiten können. Das heißt, wir müssen jetzt hier oben nochmal unser Abwasser nutzen. Abwasser-Mama. Dö-dö-dön. PIXO-PACK. Haben wir noch irgendwo einen Anschluss? Oh, wir haben noch einen Anschluss. Geil! Das wird schon wieder gebaut. Das wird schon wieder gebaut. Ich will, dass es noch nicht gebaut wird. Es soll noch nicht gebaut werden. Ach, nee. Okay. Okay. Um. ... ... Abwasser, du bist mein größter Feind. Doch selbst in der Bibel steht geschrieben, du sollst deine Feinde lieben. Prost. Okay. Ich gehe ja mal nach da oben. Wie viele Bretter das Schiff mitnimmt. Äh, 180 Tonnen an Brettern. 180 Tonnen an Brettern. Boah, ich hasse Abwasser. Ich hasse Abwasser so sehr, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das heißt, wir setzen den hier runter. Wieso? Ich hoffe, das reicht aus. Bitte. Daher studiert man das auch. Abwasser-Arologie. Ach. Wunderschön. Das Geld rennt weg. Das Geld begeht Landflucht, habe ich das Gefühl. Das haben wir auch hier alles. Selbst die haben wir dann jetzt hier mitgenommen. Guckt euch das mal an. Die haben alle ein schönes Leben hier. Die haben alle ein schönes Leben. Die haben noch was davon. Die haben noch was davon. Aber was haben wir denn jetzt hier? Straße. Warum kann der denn... Start- oder Endgebäude ist nicht mit Straße verbunden. Und jetzt fahren wir mit dem mit. Und gucken uns das mal an. Oh, Leute, ey. Leute, Leute, Leute. Ist das kompliziert. Alter Verwalter. Oh. Das ist kompliziert. Heidewitzker. Ich finde es aber schön, wie die dann auch immer noch blinken. Geblunken haben am Wehren sein. Wisst ihr, was ich meine? Wadde hadde dude da. 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 Schönes Lied immer. Okay. Das heißt, der hier verteilt jetzt auf jeden Fall bei uns allen schon mal die Klümpchen. Müsste der Kiosk sein? Wer wird keine Straßenverbindung haben? Ja, genau. Der Kiosk hat keine Straßenverbindung. Straßenverbindung. Bei dem können wir dann aber noch einkaufen. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir werden jetzt stattdessen mal Folgendes machen. Und zwar werden wir jetzt mal aufhören, Brot einzukaufen. Und wir hoffen einfach mal, dass das jetzt aufgehen wird, wenn wir aufhören, Brot einzukaufen. Dass wir dadurch schon mal ein bisschen mehr sparen werden. Jetzt geben wir wieder irgendwo unfassbar viel Geld aus. Ich weiß aber nicht, wo wir gerade so viel Geld ausgeben. Auf jeden Fall haben wir dadurch schon mal wieder ein bisschen Geld gespart. Ein bisschen was im Export gespart. Wir können ja mal kurz gucken. Ich hätte gerne eine genauere Aufschlüsselung. Wir haben doch bestimmt irgendwo eine... Achso, wenn wir da draufklicken. Import von Ressourcen. Da sehen wir doch zum Beispiel. Bei Pflanzen ist eine dauerhafte Veränderung. Bei sonst nichts. Sonst importieren wir hier nichts. Das ist doch schon mal gut. Das sieht doch schon mal sehr praktikabel aus. Wir haben übrigens auch sehr viel Kies importiert. Wir haben 15.000 für Kies ausgegeben. Das ist auch schon wieder unnötig. Ihr wollt doch alle keine Kies. Ihr habt doch alle Angst vor Kies. Ihr sagt doch immer, Ranger, bitte schenkt uns keine Kies. Deswegen zum Beispiel morgen bei Galactic Civilization 4. Fünf Kies haben wir vom Entwickler bekommen für das Basisspiel. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr das haben wollt. Wollt ihr das überhaupt haben? Soll ich überhaupt Key Giveaways morgen machen? Oder sagt ihr, Ranger, ganz ehrlich, behalte ich für dich die fünf. Macht ihr fünf Steam Accounts und dann geht's los. Ist das vielleicht eher etwas für euch? Das kann ja sein, ne? Kann ja sein. Dass ihr sagt, poh, Ranger, du, hör mal. Das ist ganz lieb gemeint von dir. Ganz nett gemeint. Aber 15.000 Kies gekauft. Und morgen fünf verschenken? Ja. Behalte sie. Guck mal. Der Lefty sagt einfach, behalte sie. Behalte sie ganz einfach für dich. Ja? Vererbe sie weiter. An deine Familie. An die Treuesten der Treuen. Der kostet 414.000. Gut, das ist auch ein großes Schiff, ne? Das ist auch ein großes Schiff, aber... Ah, das ist... Puh. Damit machen wir keinen Plus. Also mit dem kleinen Flussdampfer, den wir hier haben. Workerskies, so wer man Wünsche äußern darf. Na klar. Klar, wünscht euch doch noch. Wünscht euch noch was, wird der Onkel für euch verschenkt. Wünscht euch das noch. Wünscht euch das noch. Oh, das ist so langsam, ne? Fünf Knoten. Wie viel sind denn fünf Knoten? Weiß das einer von euch, wie viel fünf Knoten sind? Also bestimmt. Mehr als vier. Mehr als vier und weniger als sechs. Neun Kmh. Dankeschön. Neun Kmh. Alter, neun Kmh? Der fährt mit neun Kmh? Da kann ich ja die Leute... Da kann ich ja die Leute nähern. Die Bretter auf den Rücken schnallen und die laufen lassen. Knoten null, meine ich. Was? Ecke. Ist alles gut? Bist du mit dem Kopf aus Versehen auf die Tastatur geknallt? Neun Komma zwei sechs Kmh. Okay, dankeschön. Den kann ich hier echt laufen lassen. Ja. Ecke zwischengewacht geworden. Oh Gott. Was ist gerade passiert? Wo bin ich, wenn ja, wie viele? So, okay. Das heißt, ich habe jetzt die hier oben, die produzieren schon mal. Da haben wir auch einiges an Leuten, die dann da drin arbeiten. Lass die Leute schwimmen. Ja, ist auch schneller. Ganz ehrlich. Ist viel schneller. Die Gebäude sind fast alle voll. Da holen wir uns nochmal welche. Wird das anteilig berechnet? Nö. Okay. Dann holen wir uns hier nochmal welche. Das sind jetzt die letzten Leute, die wir uns holen werden. Ihr bekommt Begrüßungsgeld. Dann dürft ihr jetzt loslaufen. Jetzt haben wir nämlich genug Leute. Guck mal, die haben hier nicht mal Probleme in dem Bereich. Die haben hier nicht mal Probleme in dem Bereich. Ihr braucht keine Kirche oder Spiritualität. Geht doch zu Onkel Lenin. Der Onkel Lenin steht doch vor der Tür. Der ist extra dafür da, damit die den angucken können und sagen könnte. Du bist pleite. Ich bin nicht pleite. Pleite ist, wenn ich da null hätte. Da habe ich nicht null. Hat Galactic Civilization irgendwas mit Sid Meier zu tun? Nee. Das ist aber derselbe Spielprinzip wie Civilization. Ist halt nur im Weltall. Deswegen kann man das fast schon denken. Galactic Civilization trifft tatsächlich sehr gut da drauf zu. Ich glaube, es gab mal ein Spiel, das so ähnlich war von Sid Meier. Oder? Gab es nicht mal einen Sid Meier, bei dem man... Gab es nicht mal einen Sid Meier, bei dem man auch... Bei dem man dann zwischen Sonnensystemen gekämpft hat? Oder vertue ich mich gerade? Also gab es mal ein Sid Meier Spiel, das so ähnlich ist wie... Ähm... Wie... Äh... Master of Orion. Weil daran kann man es eher vergleichen, würde ich sagen. Meinst du Starship? War das das? Kann gut sein. Bei Rundentaktik? Gab es sowas? Okay. Wir haben schon wieder niedrige Zufriedenheit von... Ja, die da oben interessieren uns nicht. Die da oben! Die sind da schon wieder... Regierungsloyalität. Wir haben den Verdacht, dass die Regierungsloyalität niedrig ist. Gut, dass sie den Verdacht direkt überall haben. Die Grafik ist übrigens mit KI gemacht worden. Also das hier, äh... Diese Bildchen und so. Das ist mit KI genutzt worden. Soweit ich das mitbekommen habe. Äh... Auch damit ihr das dann wisst. Neue Bürger oder wie man sie kostenlos bekommt. Gucken wir mal kurz, wie man die kostenlos bekommt. Jeder erwachsene Bürger kann ein Baby bekommen. Jeder! Echt? Wenn ein Bürger zu hungrig oder zu krank ist, ist es weniger wahrscheinlich, dass er ein Kind bekommt. Die Geburtenrate hängt von der Zufriedenheit der Bürger ab. Okay. Gesundheit und unvermeidlicher Tod vom Bürger. Das Niveau wird von vielen Faktoren beeinflusst. Ach, guck mal hier. Schlaganfall oder Herzinfarkt. Ja. Alkoholkonsum, Hunger, Umweltverschmutzung. 1282 Mal ist Umweltverschmutzung reingekommen. Ja, je, das ist ja Volkseigentum. Ah, okay. Sozialistische Gleichberechtigung. Okay, ja, ja, ja. Jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich es. Okay, okay. Was haben wir denn noch? Was können wir uns denn noch angucken? Welche Ressourcen gibt es? Wo bekomme ich Öl? Wo bekomme... Wie bekomme ich Öl? Ja. Vielleicht das hier. Das ist ein kleines... Grün oder... Nachdem die rote Quadrate bedeuten. Ja, aber die kann ich ja noch nicht bauen. Muss ich ja erst erforschen. Hier die... Wobei eine Ölförderpumpe, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit... Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit im Kreis drehe. Vielleicht finde ich ja irgendwann Öl. Ist halt genauso wie damals bei den ganzen Goldgräbern. Vielleicht ist ja hier irgendwo Öl versteckt. Alpha Centauri. Aber Alpha Centauri ist ja eigentlich auch nur Civilization of einem anderen Planeten. Das habe ich mal bei Steinwallen gesehen. Alpha Centauri. Ja, hier ist auf jeden Fall nichts in der Nähe. Das ist wie Schatzsuche. Transfer von Ressourcen zwischen Gebäuden. Wie kauft man Ressourcen, die man nicht besitzt? Ne, das sind alles... Das ist alles so ein Wirtschaftstipp. Wäre halt mal schön. Bildungsminister. Wie kann man Bürger intelligenter machen, indem ich die in die Schule schicke? Warum sollte ich Kindergärten bauen? Eine Wohngegend zu haben, um zusätzliche Arbeit niemals zu haben. Kannst du dich doch auf der Karte anzeigen lassen. Ne, dafür brauchen wir Geologie. Die Forschung haben wir noch nicht. Die dauert noch. Wir haben aber schon 81%. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Chef, Architekt und Planer. Wie kann man Bürger in Wohngebäude bekommen? Entweder Geld oder aus einem anderen Gebäude umziehen lassen. Straßen aufrüsten. Anbindung der Infrastruktur. Ja, noch geht es ja im Moment, was wir hier alles haben. Wir können ja nochmal kurz in die Wirtschaft reinschauen, wie es da jetzt im Moment aussieht. Wir importieren... Also wir exportieren schneller, als wir importieren. Das heißt, wir machen deutlich mehr Geld damit. Wir machen deutlich mehr Geld damit. Wir holen uns auf jeden Fall Pflanzen und Elektronik wird halt zwischendrin mal ein bisschen gekauft. Aber Pflanzen macht schon großen Unterschied. Wallymann, wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich hoffe, du hast einen schönen Sonntag gehabt. Hallo. Warum macht Rangers Time so wenig Umsätze? Das ist ein Zweifel an Rangers Time, an der Parteiführung. Weil wir zu wenig haben, was wir verkaufen können momentan. In der Uni geht es jetzt aber rund. Ja, die Leute, die haben da jetzt richtig Bock. Die haben jetzt richtig Bock. Die Frage ist halt... Mir scheint es früher lieber auf Nummer sicher gegangen. War halt ein erfolgreiches Konzept. Ich finde, die war auch noch gut rübergebracht. Ich finde es... Wisst ihr, was ich cool fände, wenn ich hier immer die Sci-Fi-Musik aus dem Kino höre? Stellt euch mal so ein Easter Egg vor, dass hier so ein Raumschiff oder so irgendwo ist. Ah, das finde ich cool. Wahrscheinlich wäre ich da wieder alleine. Ich höre schon wieder die Stimmen. Das ist unrealistisch, Ranger! Aber ich habe aus sicherer Quelle... Also... Das ist... Das dürft ihr aber nicht weiter verraten. Ja? Das ist jetzt nur unter uns. Also zwischen dir und mir. Ich habe aus sicherer Quelle gehört... ...im Internet... ...dass die Sowjetunion... ...Aliens und außerirdische Technologien... ...Katologie hatte. Quelle? Guter Freund, wer das sagt. Stargate hatten die. Genau. Quelle, vertrau mir, Bruder. Quelle, viel Mann. Quelle, Otto-Katalog. Ähm... Wir exportieren mehr, als wir einnehmen. Ja. Ja. Also das ist jetzt hier die Gesamtmenge. Insgesamt. Aber... Äh... Mittlerweile sind wir besser da mit dran. Was sind denn Versandkosten? Der gute Trust-Me-Bro. Ja. Ja, kann ich das natürlich sagen. Kann ich das natürlich sagen. Und natürlich, ne? Wichtig ist, wenn man, äh, wenn man in der, äh, wenn man beim Militär war, da muss man hinterher auch immer nach seiner Militärzeit, muss man dann sagen, ich habe Informationen für euch, die euer Leben verändern würden. Die eine Unsicherheit, ein Unbehagen in euch auslösen würden. Und die nicht erklärbar sind. Auch nicht durch die Wissenschaft, die wir momentan für uns zumindest kennen. Doch ich darf euch leider nichts darüber sagen. Ich habe da leider eine Schweigepflicht zu. Gibt es, gibt es, äh, gibt es Überreste bei dem UFO-Absturz? Es gibt Überreste nichtmenschlichen Ursprungs. Ein Vogel. Eine Wühlmaus. Eine Boa Constrictor. Ja. Die Antwort würde Teile der Bevölkerung verunsichern. Genau, würde ich euch das sagen, müsste ich euch leider töten. Die Schweigepflicht beinhaltet, dass du dein Wissen anteaserst. Die Schweigepflicht beinhaltet, dass ich mein Wissen anteasern darf, ja. Mit den, ähm, mit den, ähm, Aliens. Also es gibt natürlich keine Aliens. Es gibt, also, das darf ich nur anteasern hier an der Stelle. So. Freunde, ich kolo und koflex, grüß dich. Äh, ja. Ich glaube, die sind unendlich. Ich glaube, die sind unendlich. So. Puh, kurz gedacht, es gäbe Aliens. Na, Gott sei Dank haben wir das nochmal rechtzeitig, äh, auf, aufdecken können. Huh, das war knapp. Das war knapp. Hm. Sie wurden, dass wir in der Zeitschlaf in den 80ern gefangen sind. Pst. Sag lieber nicht-menschliches Leben. Ah, wie vertrauenswürdiger. Endlich meine Waterdrop-Bestaltung. Lass mich gerne wissen, was du dann davon hältst. Freue mich sehr auf deinen Bericht. Ich wäre fast als Alien enttarnt worden. Ja. Ja. Ach, Aliens werden schon cool. Aliens werden schon cool. Wenn die zu uns kommen würden, würde Amerika erstmal alles an Atomwaffen auf die schießen und danach Fragen stellen und dann würde man erstmal merken, dass die viel stärker sind. Dann würden wir alle vernichtet werden, weil warum sollten die sonst zu uns kommen? Super. Toll. Okay, hier drüben haben wir jetzt weiterhin unsere riesengroße Müllverbrennung. Es läuft im Moment immer noch gut. Es läuft fast schon zu gut, muss man sagen. Ah, da ist wieder ein bisschen mehr Probleme. Kindergarten, Kindergarten, Kindergarten. Aber immerhin haben wir schon mal viel Nahrung hier in den Bereichen. Und jetzt müssten wir nur noch Alkohol dort rüberbringen. Eigentlich ist die Pflanzenproduktion das einzige, was uns noch im Minus hält. Dann über PM oder Discord? Schreibt das gerne öffentlich in den Discord. Wenn es euch nicht geschmeckt hat, könnt ihr auch gerne in den Discord schreiben. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Das soll eure offene und ehrliche Meinung sein. Dafür stehe ich mit meinen Namen, wenn wir Sponsoren haben und ähnliches. Ein Feld wäre tatsächlich schon gut. Aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ein Feld hat jetzt auch nichts mit einem Stein zu tun. Hier so ein Feld hin und dann so ein kleiner Bauernhof. Gibt es Gewächshäuser? Ne, es gibt immer nur das Feld. Ich weiß gar nicht, ob es im Osten Gewächshäuser gab. Also das weiß ich wirklich nicht. Ich komme ja auch nicht aus dem Osten. Wir könnten das theoretisch hier hinstellen. Dann könnten wir versuchen, die anzuschließen. Dann nehmen wir die beiden so packen. Den so. Dann so. Und dann nehmen wir ja mal hier. Gibt es Bodenfruchtbarkeit? Weiß ich gar nicht. Flex, mach es gut. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir. Ciao. Mach es gut. Hau rein. Schön, dass du da warst. Nur Schrebergärten und viele davon. Das ist ein Schrebergarten. Typischer Schrebergarten. Ich glaube, ich hätte gerne... Tom, hallo? Jetzt ist die Frage. Ein Feld ist doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, oder? Rentiert sich das für uns zeitnah? Wahrscheinlich eher weniger, oder? Wahrscheinlich eher weniger. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass er genug produziert. Oder doch? Wenn er einmal in Wallung ist. Wenn er einmal in Wallung ist. Mmh. Jawoll. Los, du reudiger Bauernhof. Gib's mir. Ich bin hin und her gerissen, muss ich sagen. Ich bin hin und her gerissen. Ich kann es euch gar nicht genau sagen. Aber ich finde es schön, dass wir jetzt auf jeden Fall die Stadt schon mal da hoch expandiert haben. Okay, von euch kann es also auch keiner beantworten. Alles klar. Dann lassen wir das erstmal... Dann lassen wir das erstmal außen vor. Dann lassen wir das erstmal außen vor. Bei unter 10 nicht wirklich. Guten Abend, liebe Freunde. Hier ist euer Stein und ich bin in Wallung. Ah, okay. Da kommst schon eine Menge raus und sparst etwas an Geld. Es gibt Bodenfruchtbarkeit. Man braucht daher auch Dünger und da genug Ausbeute rauszukriegen. Mein Feld reicht vorn und hinten nicht für die Produktion. Dünger habe ich gesehen, ja. Kann ich irgendwie die Fruchtbarkeit anzeigen lassen? Nee, ne? Dafür brauche ich wahrscheinlich schon wieder irgendwas Spezielles. Damit ich mir die Fruchtbarkeit hier drin anzeigen lassen kann. Dann muss ich wahrscheinlich schon wieder Bodenmikroben oder sowas. Gewächshäuser gab es direkt neben Kraftwerken. Ach so, okay. Na, Realität. Ich dachte, das gibt es jetzt hier drin. Kommt auf die Bodenqualität an. Aber so 50 Tonnen werden da schon rumkommen beim mittleren Feld. Wie können wir denn die Bodenqualität festlegen? Müssen wir dafür was erforschen? Bodenqualität, Erforschung oder so? Wahrscheinlich, oder? Studie zu Beton, Plattenbau, stabile Plattenbauten, stabile Plattenbauten, Bruder. Basisforschung, 800 Arbeitstage, Pflanzrichtlinie, Forststudie. Wir müssen also hiermit nochmal ein bisschen aufforsten. Treibstoffherstellung, Bitumenherstellung. Neu, dass es Bodenqualität gibt, aber wer weiß mit 1.0. Das sieht man beim Bauernhof irgendwo, habe ich schon gesehen. Okay, ich habe auch noch keine Bodenfruchtbarkeit gesehen. Deswegen frage ich auch da erst nochmal in dem Bereich. Müllverarbeitung haben wir dann auch noch. 1.000 Arbeitstage, Gaskraftwerk, da ist Düngen. Sicher, dass es gibt es schon lange? Echt? Rangliste für Parteimitglieder, jawohl! Das brauchen wir, aber jetzt direkt, bitte schon mal. Brandschutz. Fällt sowas nicht unter Geologie? Also unter Geologie können wir auf jeden Fall auf der Karte angezeigt bekommen, wo, was, wann, wie, wo ist. Das geht auf jeden Fall. Also im Sinne von Ressourcen. Schaffe einen Fachbereich für Geologie, um mehr über Mineralien wie Bauxit oder Uran zu erfahren. Ich will da jetzt auch nicht draufklicken, nicht, dass ich auch immer die Forschung kaputt mache damit. Aber die sollte gleich durch sein. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Solange das hier oben funktioniert, ist ja auch gut. Wir sollten nur nicht zu wenig hinterher verkaufen. Der fährt jetzt hier wieder raus. Hat wieder 170 Tonnen Holz geladen. Ich glaube, wenn du ein Feld in der Hand hast, sollte die Qualität da stehen. Stimmt doch, Qualität stand da. Ja. Ja. Permafrostboden. Ich glaube, so sehr wird das gar nicht simuliert dann. Das ist ja aus der Verbrennung Stromgewinn. Momentan geht es ja noch. Also wir sind ja ganz gut aufgestellt, was das hier alles angeht. Jetzt auch mal hier den Verkaufsplan. Schade, dass man hier drüber keinen automatischen Verkauf durchführen kann. Moment, bringt uns Kohle nicht ein bisschen mehr? Wenn wir jetzt mal hier hinten hingehen. Äh, nee, brauchen wir gar nicht. Da brauchen wir gar nicht hingehen. Wir gucken mal kurz hier in den Bereich rein. Kohle, 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 Kohle. Bretter bringen uns... 16 Dollar und 15 Rubel. Damit machen wir mehr. Aber es ist auch nicht so viel. Wir spielen alles auf realistisch, außer den Baumodus. Den haben wir nicht auf realistisch. Also das heißt, ich kann ein Gebäude direkt fertig bauen. Ich hätte halt gerne so ein großes Schiff. Sehr langsam eher ein Schüttgut-Export mit Kies und Kohle. Den sehe ich ehrlich gesagt auch eher. Aber die Frage ist, wie wollen wir das transportieren? Wollen wir das über ein Schiff transportieren? Wenn wir dann aber ein Schiff bauen, dann müssten wir dafür ein großes holen, damit sich das überhaupt lohnt. Und da wäre dann die Frage... Haben wir da überhaupt eins für? Hier. Kipper. 1120 Tonnen Kohle. Und auch 1120 Tonnen Kies. Dafür brauchen wir aber 200.000... Hm. Dankeschön für den Follow. Sehr lieb. Das... Das ist halt die Frage. Das ist halt die Frage, auf die ich keine Antwort geben kann. Das ist wild. Das ist wild. Mutter Ranger. Hm. 1120 Tonnen. Das heißt, das wäre einmal das komplette Lager leer. Da müssten wir mit diesem Shitboot, müssten wir hier drüben ein Lager hinbauen. Das müssten wir komplett hier drüber ziehen. Das würde vielleicht noch gehen. Und dann bräuchten wir aber... Alter, da brauchen wir... Müssen wir das ja erstmal hier reinbekommen auch. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt an dem Hafen hier verarbeiten können. Dafür bräuchten wir wahrscheinlich Hafen für Shitboot-Beladung. Das hier brauchen wir. Den hier müssen wir dort hinbauen. Und der kostet alleine schon wieder 100.000. Was wir das dann hier rüber bringen. Hier anbinden. Freunde, Freunde, Freunde. Das ist auf jeden Fall... Boah. Wir müssten halt einen Kredit von 500.000 aufnehmen. Kriegen wir das hin? Danke für den Follow. Sehr lieb. Kredit in Rubel aufnehmen. Betrag 500.000. 0,5 Jahre. Zinsen 2. 5 Jahre. Schiffe für Müll? Nee, für Kohle ist das. Nicht für Müll, für Kohle. Wir gehen erstmal kurz... Also ich hätte schon Lust drauf, so ein dickes Ding zu bauen. So ein richtig dickes Ding. So, das ist schon eine arge Belastung für die Partei. Wir können es... Wir müssen der Partei jetzt das hier in dem Fall verkaufen. Oberflächenwasserabfluss. Oder mit Zug besser. Ja, was heißt mit Zug besser? Also es ist... Es ist jetzt gerade... Also, wenn wir jetzt mal überlegen. Es ist jetzt gerade eine Wahl zwischen Pest oder Cholera, um ehrlich zu sein. Die Frage ist nämlich, ob wir den jetzt... Wie wir den jetzt hier raus bewegen wollen. Wollen wir den jetzt über Shitwood heraus bewegen? Ähm... Hier raus, über die ganze... Über diesen Bereich hier hinweg. Und dann zum Beispiel hier drüben anbinden. Ich würde das wahrscheinlich eher hier drüben anbinden als dort. Hier drüben anbinden. Und uns dann für eine halbe Million einen... Äh... Einen Kutter, beziehungsweise zwei Kutter zu holen. Wobei ein Kutter reicht eigentlich. Da müssen wir uns nämlich das Hopper-Schiff hier holen. Ähm... Oder die Frage wäre, ob wir den hier rüber bewegen. Mit Förderband, was natürlich deutlich kürzer wäre. Dann dort eine Beladestation für Fracht, nämlich für Shitwood durchführen. Den wir dann beispielsweise hier hinsetzen würden. Und dann müssten wir aber aus diesem Bereich heraus irgendwie hier hoch... Rüber... Runter... Hier hinfahren... Ankommen... Verkaufen... Und zwar für einen schmaleren Thaler. Sieht aus, als wenn der wirklich ein schmaler Thaler ist. Ohle. Oh. Wir könnten das halt besser für Dollar verkaufen, ne? Dollar würden wir mehr rausmachen. Fällt denn der Zug hin zur Grenze? Der hier? Ne, der hier ist nur ein reiner Personenzug. Weil wir nicht mehr Geld haben. Wenn... Also... Long story short. Wenn wir den hier rüber bauen, dann kostet das genauso viel, wie wenn wir jetzt hier drüben Hafen hinsetzen. Das nimmt sich nicht viel. Das nimmt sich nicht viel. Deswegen würde ich wahrscheinlich eher diesen Bereich hier anfangen zu glätten. Und so... Ja, ich bin schon wieder bei Dollar. Dass wir dann eher anfangen, diesen Bereich zu glätten und das dann eher da hinten hinpacken. Tunnel möglich für die Schienen. Ja, aber auch der ist total teuer. Ja, also der Tunnel, wir haben einmal geguckt, der Tunnel bis zum Zollhäuschen kostet 600.000. Homepage, vielen wunderschönen guten Tag. Und 600.000, das ist halt... Also dann sind wir mit dem Hafen, wenn wir dann einfach das Schüttgut quer durch unsere Provinz durchbefördern, deutlich schneller. Über lang oder kurz müssen wir das sowieso da hinbauen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt einmal eine Infrastruktur über Wasser aufbauen, die hier in Sibirien eigentlich schon besser ist, dafür haben wir jetzt eine gute Position, dann sollten wir das auch dementsprechend versuchen umzusetzen. Ist jetzt meine Idee. Vielleicht hat jemand von euch ein gutes Argument zu sagen, nee, Ranger, mach das mal lieber anders. Aber sonst würde ich jetzt einfach krafteigene Arroganz des von mir verliehenen Amtes durch die Zentralkommission, würde ich, ähm... Würde ich jetzt einfach mal sagen, wir bauen uns jetzt einfach hier die Schiffe hin. Und dann werden wir versuchen, in dieser Stadt zumindest anfänglich erstmal, ähm... Erstmal alles per Schiff rauszubekommen. Versuch per Flugzeug. Flugzeug müssten wir einerseits noch erforschen, andererseits Flugzeug, Kohle, nee. Also bis sich der Kohletransport rentiert über Flugzeug, das wird wahrscheinlich Ewigkeiten dauern. Das mit den Schiffen wird leichter sein, weil wir nämlich hinterher dann Öltanker und so auch dafür fördern können oder nutzen können. Und dann können wir nämlich, ähm, wenn wir Öl gleich erforscht haben mit der Geologie, können wir das nämlich dann auch besser für uns hinterher umsetzen. Realistisch wäre eine Infrastruktur, weil das Wasser in Sibirien nur im Sommer nutzbar wäre. Ja, aber das ist hier drin nicht. Gott sei Dank. Das wäre mir sonst zu anstrengend. So, ja, wir pläten jetzt mal wieder ein bisschen Land, ne? Erstmal wieder hier ordentlich einen verblästern. Ja, es dauert, ich weiß. Dann schauen wir mal. Und wieder mal hat der Mensch seine Macht über die Natur bewiesen. Lakuza, moin, hallo. Ja, grad du großer Regelbrecher hier. Hoffe dir geht's gut. Hi. Aber Workers and Resources 1.0 release, das ist mal richtig geil. Also ganz ehrlich, das macht mir ordentlich Spaß. Das Spiel hier macht mir wirklich sehr viel Spaß. Sind die Terraformingen Kosten nicht ein bisschen niedrig? Ne, wir machen das ja selber. Also wir könnten dafür auch Geld ausgeben, dann wären wir ganz schnell arm. Aber ich habe mir extra dafür Maschinen geholt. Das hier sind meine Maschinen, die da jetzt gerade arbeiten. Ah, sehr schön. Ja, dann ganz viel Spaß damit auch. Macht mir richtig Spaß, sagt der mit gelangweilter Stimme. Höhö, höhö. Du, Podcastaufnahme heute auf der Kippelie, die Krankenbett. Alter, gute Besserung auf jeden Fall. Gute Besserung. Oh, Mann. Mach dir keinen Stress. Mach dir keinen Stress. Hauptsache dir geht's bald wieder besser. Oh, Top-Timing. Ist ja doch alles gut. Kein, kein Stress. Den kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, zur Not machen wir das. Zur Not müssen wir das Mittwoch vor dem Brettspielabend machen. Mittwoch ist nämlich wieder Brettspielabend, liebe Leute. Das werdet ihr wieder bei Steinwallen, Strategieecke und Gaios auf dem Kanal sehen können. Oder bei mir hinterher auf YouTube. Ähm, ja. So, jetzt haben wir hier schon mal eine große Fläche vorbereitet. Ja. Sollte Montag schon besser sein. Morgen ist Montag. Ja, verschlepp das nicht, ne? Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Vor allem jetzt nach dem Urlaub dann direkt krank zu sein und dann auf einmal zu schnell wieder rein zu hasseln, ist unnötig. Aber deswegen, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Alles gut. Läuft nicht weg. Passt mir zur Not auch ganz gut. Ich hab nämlich heute, ich hab nämlich heute Hochzeitstag und ich hab's vergessen. Anfänglich. Aber alles gut. Ja, ich bin, was das angeht, bin ich so dieses Typ, dieser stereotypische, dieser stereotypische, äh, Mann. Wenn man so möchte. Ich vergesse echt viele Termine. Aber nicht, weil irgendwie, weil ich sag, äh, 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 Weiberkram oder was. Ich bin einfach, ich bin unfassbar vergesslich, was solche Termine angeht. Ich kann mir auch Geburtstage ganz schlecht merken. Ich kann mir auch Geburtstage ganz schlecht merken. Schreibt sie auch nicht in den Kalender. Ich, eigentlich ist es gar nicht so schwierig, das im Kopf zu behalten. Ja, aber ich, äh, sie weiß, sie weiß aber, dass ich, äh, sie weiß, dass es mir schwer fällt, diese Termine im Kopf zu behalten, weil ich halt so viel im Kopf habe mit der Selbstständigkeit auch und allem, äh, dadurch ist es bei mir nochmal ein bisschen mehr geworden, deswegen schreibe ich sehr viel in den Kalender eigentlich rein, aber das ist, das ist das Gute, aber man braucht auch einfach, man braucht einfach Verständnis füreinander, so ist es dann ungefähr, ne, wie, wie in jeder Beziehung, wie in jeder guten Beziehung braucht man dann in dem Fall Verständnis füreinander, ähm, dass dann natürlich das eine oder andere mal ein bisschen liegen bleibt. Was bringt der Kalender, wenn man nicht reinschaut? Der Termin steht nicht drin. Also, bei mir stehen wöchentliche Termine drin, nicht der Termin oder, oder Geburtstag oder so. Bei mir stehen einfach die arbeitstechnischen Sachen drin. Letztes Jahr meinen eigenen Geburtstag vergessen, außer Mutti. Die habe ich einmal vergessen. Sagen wir, das einfach passierte nie wieder. Okay, das kann ich mir gut vorstellen. So, dann brauchen wir einmal Hafen für Schüttgut. Den können wir uns dann hier einsetzen. Oh, er passt sogar perfekt hier hin. Zack. Okay. So. Für sowas nimmt man die 10 Menschen und die Barroner Bots hier als Erinnerung. Genau. Ihr müsst mich ab jetzt immer erinnern, Leute. Ihr müsst mich ab jetzt immer erinnern. Ich kriege das sonst nicht hin. Also, jetzt werden wir uns mal einen Kredit aufnehmen. So. Kredit aufnehmen. 500.000. Wir machen mal 600.000. Ja. Wir machen mal für 5 Jahre 600.000. Aufnehmen. Dann gehen wir einmal hier rüber. Da holen wir uns dieses Schiff. So. Das haben wir dann gebaut. Dann bauen wir uns das hier einmal auf. Und dann werden wir uns das Ganze noch mal schüttgutechnisch hier rüber bewegen. Ich hoffe, dass das ... Ach, mittlerweile gibt es so richtige Überführung hierfür. Ist aber auch neu, ne? Kann aufgrund von Infrastruktur nicht gebaut werden. Puh, das wird jetzt anstrengend, das darüber zu bauen, glaube ich. Das wird jetzt anstrengend, glaube ich. Scheiße, Scheiße, Scheiße. So. 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 Moment, wir können den hier doch abreißen. Oder? Den brauchen wir doch jetzt nicht mehr. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. An die Theke. Moin. 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 Ach, du meinst, ich weiß, was du meinst. Du meinst hier entlang, ne? Stimmt, von da aus können wir ja auch noch mal abgehen. Da, Gönner. Ahoi. Boah, jetzt muss ich auch mal kurz hier schauen, ey. Auch am Sonntag wird gearbeitet. Einen schönen euch allen. Vielen lieben Dank für deinen Zappen im wichtigen zweiten Monat, Andreas. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr, sehr lieb von dir. Dank dir vielmals. Dankeschön. Das Gebäude hat keinen Strom. Okay, das war wirklich eine Stromversorgung, die wir also noch benötigt haben. Das heißt, ich baue jetzt noch mal den hier drüben hin. Ist das ein anderer Turm? Der Turm ist das. Handübergang nicht erlaubt. Boah, Leute. Okay, das ist manchmal, manchmal ist es einfach, manchmal ist es einfach auch die Hölle. So. Man merkt förmlich, wenn bei Ranger der Blutdruck steigt. Ja. Ja, ja. Stimmt, wir können den Strom ja noch unterirdisch verlegen. Absolut richtig. Danke für den Hinweis. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Freude im Weg. So. Jetzt müssen wir erst mal kurz gucken. Jetzt müssen wir erst mal kurz gucken, dass wir hier unterirdisch nochmal hingehen. Alter, ist das hier eine... Alter, ist das hier eine... So. So. Boah, das muss irgendwann mal besser gemacht werden. Ja, das geht tatsächlich. Ja. Das geht tatsächlich. Okay. Jetzt müssen wir nochmal oberirdisch. Oh, Leute. Schönen. 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 Das war's. Boah, das ist doch nicht des Rietzels Lösung. Das Schöne, wir fangen einfach an, den von hinten aufzuzäumen, das Pferd. Im Notfall lassen wir es abbrennen. Das Spiel macht mir richtig Spaß, ja das ist, das freut mich. Das ist ja das Wichtigste, dass es euch Spaß macht. Sonst interessiert das nicht. Oh, das ist, das geht auch gerade nicht. Super. So, Shitboot nochmal. La, 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 la. Entschuldigung. Irgendwann muss ich, ich muss zwischendrin auch mal kurz Luft einatmen. Hmm. Okay. Okay. So, was macht die Forschung? Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Nichts. Alter, eine Verbindung noch. Was ist das denn jetzt? Trocken gut. Die Straße nicht weg. Die machen wir nicht weg. Die machen wir nicht weg. Die lassen wir da. Boah. Die, das ist Gott. Das war's für heute. 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 Jetzt wollen wir das da aufbauen. Nein, 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 nein. Bau fortsetzen. Werde ich bauen. Nein, das ist ja gar nicht angeschlossen an das Lager. Oh, ich kriege gleich den DERF-Zusammenbruch. Ehrlich, das ist ja nicht ein geschlossenes Lager. Nein. Der Förderturm ist ja scheißegal. Oh ne! Oh ne! Oh ne! Ah ne! Denk an deine Zähne. Ich kann nicht mehr. Stell einfach das Schiff auf warten bis voll. Ja, das ist ja in Ordnung. Das ist ja jetzt nicht das große Problem. Wir können ja hier und dann einmal in die NATO verkaufen. Klar, an einmal beladen. Warten bis voll. Und zwar auf Kohle. Ich will aber eigentlich, dass das Schiff jetzt gleich dann schon mal schön... Und dann warten bis leer. Kohle. So. Der kann ja schon mal anfangen. Man sieht hier die Verzweiflung an. Ja, ich bin auch gerade... Also... Well, dumm gelaufen. Aber das ist halt ein Spiel, das fordert dann auch. Aber es fördert auch. Und es fühlt sich dann auch gut an, wenn man ein Problem gelöst hat. Zum Beispiel jetzt hier. Wir bauen das dann einfach dorthin. Reißen den hier ab. Dann können wir den jetzt hier hinpacken. Und dann sollte jetzt gleich anfangen, das ganze Ding hier rauszufließen. Und zwar jetzt. Ja. Läuft gut, ne? Mal gucken, ob das dann transportiert, wenn der jetzt da reinfährt. Dieses Spiel ist einfach alle Dark Souls-Bosser auf einmal. Ein Gebäude brennt. Welches? Ja, da kommt die Feuerwehr hin. Wir haben doch noch Feuerwehr, oder? Wir haben zwei Polizeiwagen. Polizeiwagen. Hä? Da. Feuer gelöscht. Der hat ein Problem auf seiner Route. Danke für den Follow. Kann sein, dass wir hier nochmal ein Lager zwischenbauen müssen. Beispiel so ein Schüttgutlager. So. Dann glätten wir einmal den Bereich dazwischen. Können wir nochmal den dazwischen setzen. Ich weiß immer noch nicht, warum der Bot von der Gamestar sich immer noch nicht aktualisiert hat. Ich habe eigentlich den ganzen Befehle da verbessert. Ich muss hier auch nochmal gucken. Komm mal, um mich jetzt mal kurz abzulenken. Nee, der hat das echt nicht gespeichert. Warum habe ich das denn reingepackt? Ach nö, der hat es nicht gespeichert. Muss ich nochmal umändern. Mist. Das fertig bauen, das fertig bauen und das fertig bauen. Müssen die alle mit Strom versorgt sein? Ja. Aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Wie gesagt, die Zeit des Schönbauns, die ist sowieso schon vorbei. Jetzt gerade geht es hier darum, dass wir es einfach effizient irgendwie hinter uns bekommen. Danke für den Follow. Höher als mit... Okay. Oh. Okay. Das... Boah. Huh. Das... Das kriege ich jetzt nicht mehr geistig zusammen. Also... Meine Birne brennt. Meine Birne brennt einfach lichterloh. Lichterloh. Ich glaube, das kann ich sagen. Das... Das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Leute. Leute, 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 ey. Hi, de Witzker, Herr Kapitän. Boah. Boah. Ha. Okay. Ähm. Wir machen... Wir machen für heute... Für heute machen wir Feierabend. Ähm. Aber es macht mir sehr viel Spaß.